Und es kann sein, dass wir die ganze Zeit alleine sind. Es ist eine Melodie, ist da. So. Wer ist Uschi Glas? Alles gut. Alles gut. So. Wenn ich irgendwann fit genug bin, würde ich auch gerne mal so ein Einreise-Ding mit dem Dennis zusammen machen. Das soll ich schon auch noch ein bisschen. Aber es wird noch dauern. Und ich hab's hier halt wirklich nicht, ne? Nur die Hose und das hier. Oh Mann, oh. Ach, die hab ich ja von... Oh. Von Sina gekriegt. Gott. So, warte. Da. Ja, das ist die schwarze. Ja, das ist die weiße. Vielleicht zieh ich erst mal... Manchmal wollte ich ja eigentlich das schwarze Outfit. Das ist doch kacke. Ich muss es mir halt wirklich... Oh. Oh, ich glaube, das hätte mir auch. Also ich hätte theoretisch ein Fahrrad. Theoretisch steht hier unten. So. Na gut. Hi, Luki. Hi, Luki, Luki. In der Nachricht. Eddie. Hallo, Arane. Ich hab... Ich hab viel erlebt, aber leider ohne dich. Ich hab den erste Hilfekurs gemacht und morgen würde ich vielleicht Führerschein machen. Ich schlafe zu Hause in West... Weg... West... Ich klicke... Alles selber schon falsch. Okay. Weil ich kann nicht rein in Hotel. Guten Nacht. Schlaf gut. Okay. Alles gut. Alles gut. Das hab ich richtig gedacht, ey. Ja. Ich lese gleich alles vor, ne? Du musst mich deine Klamotten holen, wenn Eddie mal wieder... Ja, das ist ja gerade das Problem. Wir sind ja heute nicht online. Die müssen wir das Oberteil gleich, glaube ich, nochmal so holen. Ja, das ist ja gerade... Wie ist das eigentlich, wenn du jetzt... Ganz doofe Frage, ne? Ach, weißt du, was ich schreib das dann so? Warte. Wenn jemand zum Beispiel Weiß mit Nachnamen heißt und du möchtest, äh, Weißts. Also von dir her Weiß ist das Fest Geburtstag. Ähm, ich glaub da macht man, ähm, im Englischen macht man ja, ähm... Weiß nicht, was... Was? We-we-we-we-we? So süß von Eddie? Ja, ist wirklich voll süß. Ähm, Herr Weiß Geburtstag. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich geschrieben hab. Warte mal. Boah, ich wünsche dir, gäbe es ein größeres Fenster. Mose zum Oberteil. Herr Weiß Geburtstag. Herr Weiß Geburtstag. Geld kauft, aber... Wie ist bei dir? Wie der... Ich hab' mir einfach neulis. Komm, ich hol mir einfach neulis. Ich glaub, das war nicht so teuer, oder? Ich hoffe. Toll, der Smiley. Ich hab' geschrieben. Oh, ich bin so stolz auf dich, Eddie. Er hat den Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Ähm... Wollte ich nicht zusammen machen? Okay, ich war nicht da. Ähm... Du schaffst es, da bin ich mir ganz sicher. Tu mir leid, dass du nicht ins Hotel kamst. Punkt, Punkt, Punkt. Melde dich bitte bei mir. So, warte. Noch mehr. Melody, danke dir. Ja. Was ist heute da jetzt? Melody, bist du heute unterwegs? So. Und... Weiter weiß war ich. Warum zeigt er hier immer noch was an? Woran sieht man, dass ich die Sachen noch nicht gelesen hab? Und das war ich jetzt gerade? Mhm. Ist wahrscheinlich sowas hier, ne? Wupp. Warte, was war das? Ja, Melody! Juhu. So. Ich schreibe in dir. Machen. Ich will. Noch ein paar Sachen. Melody hat geschrieben, ja bin ich. Hab ich geschrieben, sag beschreiben, wenn du das machen willst. Ich muss noch ein paar Sachen erledigen. Dann wäre ich soweit frei. Hoffe... Ne, warte mal. Das mach ich erst später. Hoffe, du hast viel zu erzählen, aber das ist irgendwie... Gut. Ja, lass mir mal ganz kurz die E-Mail... Lass mir ganz kurz die Sachen hier durchgehen, damit ich nicht andauernd... Jetzt ist es weg. Das war die Nachricht. Ein Anruf in Abwesenheit von 555-932-2 um 1 Uhr 41. Melody, ich gucke sofort. Äh, gestern hat er die angerufen. Dann hat er Ägypter angerufen gestern. Wieder eine unbekannte... Wer sind denn diese unbekannten Nummern? Warte, Skinner, 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 Moment. Melody, okay. Gut. Von Skinner habe ich gar nicht die Nummer, glaube ich, ne? Oh, scheiße. Hab ich die? Oh, das ist so unangenehm. Ich hab die gar nicht. Ich kann gar nicht Danke schreiben. Ich muss die 911 anrufen. Hm, was, 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 was? Wie, oh, wie, oh je, Melody. Hä, was? Warte mal. Wenn die hat geschrieben, okay. Tja, das ist wirklich sehr schade. Ich dachte, ich hätte die Nummer von denen euch jetzt so gerne gemacht. Oh, Mann. Und das so ein bisschen aufrechtzuerhalten. Oh, schade. Naja. Wir gucken mal. Irgendwie voller Raustalken so. Hallo, Skinner, ich hab die Nummer von, äh, über 1000 Profile und so. Ich würd gerne mal, äh, ich wollt nur Danke sagen. Ist voll die Stalkerin einfach. Oh, Gott. So. Such ihn auf, wenn's schon. Nein, das, das ist ja, mach ich ja gar nicht so voll. Ding ist doch natürlich, ich such den auf, wenn's schon. Aber ich glaub nicht, dass da die Nummer steht. So. Skinner. Larry Skinner. Das kann ich nicht machen. Voll creepy, Alter. Voll creepy. Hallo, Skinner. Ich hab die Nummer von der Menschen im Profil. Nee, sag ich nicht. Ach ja, Freunde. Schön, wir können hier. Oh. Liebe Mox. Ich hoffe, das war okay. Das wäre mir bestimmt selber noch eingefallen, weil ich bin mit der Maus schon hier drauf. Liebe Mox, bevor ich das gesagt hab, bin ich schon mit der Maus hier drauf. Wirklich. Aber du bist ja drin, ey. Wie, wie macht man das hier? Warte, hier. Buddy, 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 Buddy. Ja, okay. Das ist links jetzt gewesen. Liebe Mox, okay, es ist links gewesen, aber ich bin grad hier rein. Was ist das denn für ein Bild? Kann man das nicht groß sehen? Nee. Ist aber der Richtige, ne? Ja. Norden. So. Ich habe es getan. Weißt du, es geht ja mit ihm ein Schliff hier opfern. Ja. Ich hab's vorgelesen, ne? So. Aber ich fahr mich echt noch mit dem Norden, also wo im Norden so richtig was los ist. Weil da war es ja sehr ruhig, aber es war auch sehr spät. Ach so, der Bus. Ja, natürlich. Mhm. Mhm. Lieber Bus. Ah, das ist schön, das Bild. Das ist, glaube ich, die Sängerin, oder? Das ist die mit den Haaren. Erin. Das sieht so cool aus alles, ey. Richtig schöne Bilder. Ist auch voll schön, ey. Ja, ja. Kann man machen. Kann man machen. Die mit den Haaren. Genau. Ja, die mit den Haaren. Erin. Erin, okay. Ah, ich muss auf jeden Fall noch, ich will doch nochmal einen anderen Shader haben. War mal in echt da. Jetzt hat hier, als wir da waren, hat die Dinge hier voll gestunken. Schön, okay. Ein Rechtsanwalt. Ah, Jan hat eine Arbeit kennengelernt. Gut. Hier unser Spiel. Was ist das? Jackpot? Was? Joker's Hand. Wöchentliche Ausschüttung. Ja, das ist ja, das klingt auch hier. Ja, die Fischung für Unternehmer. Party Night. Was haben das? Ich gehe jetzt gleich erst mal mein Fahrrad abholen. Oh, hier ist ein Stück vom Bikini. Okay, gut. Das ist schon so. What? 600 Dollar. Das ist ja, äh. Gut. Was? Das ist denn Harald Ecker. Der Abend ist mein Frühling. Weißt du Bescheid? Oh mein Gott, das sieht ja furchtbar aus. Das ist ja schrecklich. Melody. No. 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 Nein. Wo war ich? Oh, jetzt muss ich da wieder hin. Oh, wie schön sah das denn aus. Komm. Warte. Melody. Oh Gott, war das Melody Hill? Ja, Melody Hill. Ich würde gerne. Ja, die hat die Bahn. Oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Wie kann die nur? Äh. War das hier Venture? Ja. Ich brauche jetzt nochmal auf das Bild. Egal, ich suche es nochmal. Jetzt geht es los. Was? Direkt an Herr Weiß. Ah! Ich hatte es so verstört, als letztens. Das ist los. Meine Damen und Herren, bitte meiden Sie das LS-Pub. Da gab es einen größeren Brand. Das FD ist aktuell nicht im Dienst. Bitte nicht nähern. Uh. Haben Sie jetzt hier wieder verpasst? Das war doch... Ich war doch jetzt hier drauf. Bin ich doof? Ja, bin ich. Harald und Bob. Der ist einfach der... Der ist halt am besten, ey. Der ist halt, der ist hier. Melody. Und da ist sie wieder am Pier. So, ich würde das gerne, äh, liken. Wie kann man das denn liken? Wie kann man das denn? Da haben wir uns kennengelernt. Die neuen Haare stehen dir so gut. Kommentar abschicken. So, und natürlich... Hier, das sieht gut aus. Vote. Ich habe es gezählt. Ich hoffe, ja. Ja. So. Ähm. Bitte, 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 bitte. Gut. Dann... Oh, warte, 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 warte. Das hier noch. Verfolgungsjagd mit schweren Folgen. Am Abend des 10.01.2020 ereignete sich ein umfangreicher Verfolgungsjagd. Boah. Seitens LSPD mit einem Fahrer eines... Warte, der ist doch unser Geburtstag gefeiert. Erste Hilfe. Kfz-Verbandskasten ab sofort Pflicht. Richtiges Verhalten an den Highway-Checkpoints. Oh. Ihre Zusammenarbeit mit Weasel News. Mhm. Wohin öfter von Bürgern und Firmen gefragt, inwiefern eine Zusammenarbeit... Äh, Zusammenarbeit, meine ich, mit Weasel News. Ich hätte vorher pinkeln gehen sollen. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal ganz kurz pinkeln. Mhm. Okay. Ich habe nicht immer noch da, dass ich selber was einreichen kann. Auf der Suche nach Reporter und Journalisten. Andi. Hierzu finden Sie auf unserer Internetseite eine ausführliche Stellenanzeige. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine brandheiße Story haben, die Sie auch belegen können. Wenn wir darüber einen Artikel schreiben, erhalten Sie eine Aufwandsentschädigung. Okay. Kakalinski. Ja. Ja. Okay, ich gehe mal ganz kurz... Warte. Ich muss ja gar keine Pause machen. Ich gehe mal ganz kurz pinkeln. Ich mache aber trotzdem mal hier den Werbebildschirm. Ja, ich mache mal trotzdem das hier. Warte. Äh, ich bin ja noch im Hotelzimmer. Und dann können wir direkt loslegen. Und, äh, ich freue mich schon. Tada! So, bis gleich. Das war's. Ich bin ja noch im Hotelzimmer, die ich bin. Ich bin ja noch im Hotelzimmer. Andi. Und dann geht's. Und dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da fährt jemand. Und tschüss. Ich glaube, da vorne ist sogar ein ATM direkt. Das Grüne. Ich meine, das wären es. Ich kann mich immer auch vertun. Aber egal. Mietnomade at is best. Ja, ich gucke ja gleich. Mann, ich hätte wirklich mal... Ich muss mal den Dennis fragen. Ich ziehe mir gleich was Schickes wieder an. Es ist uns jetzt nichts passiert. Also angerufen... Ach, die Nummer, die... Unbekannte Nummer, die uns angerufen hat. Ich muss mich Profi anlegen. Ich ruf die Nummer zurück. Ach, der Ste... Hallo, hier ist Contest. Von Hand in Hand. Hallo, Ariane Barnes hier. Hallo, hallo. Hallo, Sie haben mich angerufen. Heute ganz früh morgens. Ja, richtig. Ich habe da nämlich... Bei der Hand in Hand Aktion habe ich Informationen bekommen, dass Sie Hilfe benötigen. Weil ich habe so eine Liste bekommen, wo so Namen drauf waren. Und mit Nummern von Menschen, die neu angereist sind, ja, und Hilfe benötigen. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Das weiß ich nicht. Ich warte eine Woche Urlaub. Achso. Also gerade aktuell noch nicht. Ich brauche einen Psychologentermin. Das war es eigentlich. Aber das kann ich glaube ich auch mit den MDen klären. Aber gerade aktuell brauche ich noch keine Hilfe. Aber ich könnte mich bei ihm melden, wenn es so weit sein sollte. Ja, könntest du machen. Also wenn Sie Wohnungszug haben oder irgendwie, oder ich weiß nicht, kann ich Ihnen gerne helfen dabei. Kein Problem. Ach, das hört sich schon mal ganz gut an. Dann werde ich Sie gleich mal einspeichern und werde wohl darauf zurückkommen, weil ich wohne gerade noch im Hotel. Achso, ja, okay. Also wie gesagt, also wenn Sie Hilfe brauchen irgendwie oder wenn Sie irgendwie Klamotten brauchen, kostenlose Kleidung oder auch kostenloses Essen, dann könntest du gerne auf mich zurückkommen. Oh, das hört sich wirklich richtig gut an. Ja, dann vielen, vielen Dank. Und ich werde nochmal drauf zurückkommen. Ja, sehr, sehr gerne. Danke, tschüss. Tschüss. Das ist ja nett. So, mit dem Einspeichern ist, damit habe ich immer voll das Problem. Ich weiß nicht, wie ich die Nummer direkt einspeichere, deswegen schreibe ich die erst mal wie so ein Honk halt auf. Warte. Das ist die 932204. 932204. Na, Helping Hand. Gut. Gucken wir mal. Helping Hand. Das ist ja, das ist ja süß. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Das kriegen wirklich alle, die neu eingereist sind. Das ist ja wirklich sehr lieb. So, das war Helping Hand. Dann haben wir aber noch einen Anruf. Äh, 22.10 Uhr. Tut mir so leid für Seeboot. Ganz. Ich hoffe, die beiden begegnen sich mal wieder. Ich weiß, ich sage immer so, boah, nein, der Ding ist aber... Natürlich hoffe ich das trotzdem alles. Äh, ich rufe noch... Warte, aber erst mal trinke ich was. Ich trinke jetzt mal was. So. Kostenloses Essen und Trinken. Nein! Ja, die Flasche. Ja, die Flasche. Entschuldigung. Mann, ich will nicht, dass mir das in Dauer passiert mit dem Jucken. Das nervt. Na gut. Dann gucken wir mal aufs Konto. Ja. Ah! Miete hat aber abgebucht, aber die wollen noch mehr. Also das ist ja ganz... Hui. Miete. Gut. WC-Karte. Gut, da müsste ich wohl noch mal Mietkonto... Das ist nicht... Warum geht das denn nicht? Warte mal, wenn ich jetzt hier hingehe... Kann ich nicht beides an... Das ist peinlich. Das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Der Dio-Sexamin-Kontakt. Ja, Mann, lass mich doch in Ruhe. So. Was ist das denn? Wo stehen Leute am Stadtpark? GZ-Pan, du hast dein Konto modifiziert. Leck mich. Scheiße! Habe nichts gesehen. Ja, ja, ja. Also nochmal ganz kurz, ne? Der Ariane wurde halt so Angst gemacht vor dem Jafar. Ich mag den Streamer. Aber Ariane hat halt Angst vor ihm. Er hat sie jetzt angerufen, hat ihr SMS geschickt. Walter Weiß hat ihm gesagt, er soll damit aufhören. Er ruft trotzdem an. Ähm, die Nachrichten von ihm waren halt eher so, äh, ja, die eine war eher so eine Entschuldigungsnachricht, das tat mir ja schon fast im Herzen leid. Das andere war, ähm, die davor war irgendwie, ja, Eddie hat ein großes Geheimnis, seine Nase ist zu lang und sowas alles. Hätte Frau Collins Ariane nicht aufgehalten, hätte Ariane wahrscheinlich, äh, geschrieben. Wieso? Was denn? Auch in dem Beisein von den beiden. Das hätte mich schon... Aber ja. Ich meine, ewig kann man ja nicht davonlaufen. Weil Ariane muss sagen, sie haben eigene Entscheidungen getreffen. Aber ich finde das natürlich auch super gefährlich für sie, ne? Es macht ja alles schon Sinn. Wer neu dabei ist, ich muss nochmal, ähm, ich muss nochmal sagen, ich bin ein Neuling. Ich bin ein Neuling, ich mache sehr viele Fehler, ich gebe aber wirklich mein Bestes. So, wir werden jetzt mein Fahrrad holen. Guck mal, es ist gar nicht so dunkel. Oh, endlich sehe ich auch mal ein bisschen Restsonne hier. Ach, er hat Ariane Geld dabei zum Shoppen. Ähm, 100 Dollar, 103 Dollar. Und, ähm, ich hätte immer noch gerne... Ich würde immer noch gerne wissen, wo diese ganzen Essensläden sind. Da kann ich vielleicht gleich mal Melody fragen. Vielleicht hat Melody auch ein Fahrrad mit dabei. Das wäre auch noch ganz schön. Das kann ich dir gleich auch noch fragen. Ich habe in zwei Wochen einreise, gut, dass ich jetzt schon mal von deinen Fehlern aus lernen kann. Ich habe tatsächlich auch bei neu eingereisten, äh, YouTube oder sonst was, habe ich mir, ähm, die Sachen... Die meisten haben es geschnitten. Das ist halt voll blöd. Ähm, und beim Masel habe ich mir das angeguckt. Der hat das ungeschnitten hochgeladen. Äh, aber der hatte schon halt... Der hatte halt schon RP-Erfahrung. Deswegen, aus dem Fehler anderer lernen ist tatsächlich, das ist gar nicht mal so doof. Mach das. Mach das. Deswegen, ein, ein Ding zum Beispiel, ich dachte, da war ganz so, ja, ein Missverständnis. Das ist, das ist so lustig. Ähm, die ganzen Sachen irgendwie, äh, im Chat stand das zum Beispiel bei mir immer, wo ich Devil McCry gesagt habe. Da stand, du darfst nicht die richtigen Namen sagen. Aber ich dachte, okay. Dann, äh, fing Eddie damit an, die Sachen halt anders zu nennen, als die eigentlich, äh, außer Eminem, äh, als sie eigentlich ausgesprochen werden. Da dachte ich, okay, das ist bestimmt so eine Regel auf dem Server, dass sie die wirklich nicht so nennen darf. Dann sehe ich aber alle anderen, wie die halt einfach sagen, ja, hier, und kennst du König der Löwen, kennst du das, kennst du das und sowas alles. Da habe ich auch gedacht, okay, anscheinend, weil selbst der Dennis hat das so gemacht. Anscheinend ist das dann ja wohl doch nicht so streng. Hallo? Hallo? Tschüss. Wie viele Leute dürfen denn am 9.2. einreisen? Dann muss ich streamen an den Tag, cool. Pandu ist zwei Fahrräder, schenkt er alles Melody. Ich habe nicht zwei Fahrräder, ich habe eins. Eins gehört mir, das muss ich an beide Frau Collins bezahlen. Und, äh, eins gehört Eddie, das gehört nicht mir, das ist nicht meins. Scheinst du einen Einreisetag zu sagen? Ja, ja, ja. 9.2. ist aber echt noch hin bis dahin, ne? Ich darf auch 19.1. einreisen. Ah, okay. So, meine andere. Wie viele von euch reisen denn hier ein? Holy shit. Übrigens, wenn ihr gebannt werdet, falls irgendetwas ist, die sollte gebannt werden oder so, ne? In, na, oder tot sein. Äh, ich glaube, ich habe bei der Dingens, ähm, Pitaya, habe ich gesehen, darfst du ja eine Woche später, musst eine Woche später, musst Pause machen und eine Woche später kannst du dir auch einen neuen Charakter machen. Und hast dann wieder eine Einreise. Äh, hatet dann aber nicht den Server, weil die Regeln hier sind halt schon streng. Halbert Schett spielt bald mit. Schön. Ich darf leider noch nicht, White, White ist für Kacke, ist. Und ihr müsst 18 plus auf jeden Fall sein, ne? Abend. Prost, Abend. So. Meine Einreise wurde vor sieben Monaten, wie sieben Monate heute, äh, eine Einreise bin ich, äh, eingereist bin ich bis heute noch nicht, wird langsam mal Zeit. Ah, dein Einreise wurde genehmigt vor sieben Monaten, ach so. Am siebten, zweiten ist ein LSPD-Konzept, das wird cool. Ja, stimmt. Ich habe es mir aufgeschrieben. Aber das mit der Hostage hatte ich mir eigentlich auch aufgeschrieben. Ja. Ich weiß nicht, ob ich morgen streamen kann. Wenn der Erik morgen streamt, vielleicht. Mal gucken. Ich will gerne mal sehen, wie so eine Hochzeit hier funktioniert. Das Fahrrad... Ne, das hatte der mir nicht geschenkt, weil ich schon gesagt habe, dass, äh, Frau Collins mir eins, äh, besorgt hat, dass ich auch abkaufen werde. Er hat gesagt, ach cool, dann haben wir ja beide eins. Das steht da oben, ne? Ich guck mal. Ich guck mal. Nicht mehr weiß, nicht mehr weiß. Ich hoffe so sehr, mein Fahrrad ist da. Ich hoffe es einfach so sehr. Und ich würde auch so gerne ein bisschen Hintergrundmusik hier laufen lassen, bei den, äh, GTA-Streams. Wirklich nur ein bisschen. Ich würde überlegen, ob ich mir so ein großes Elgato-Stream-Deck hole, ähm, und da vielleicht so passend dazu irgendwie Musik muten, Musik wieder anmachen, leise im Hintergrund einfach laufen lassen kann. Das wäre ganz cool. Erich wollte morgen Walhalla-Stream, glaube ich. Erich wollte morgen Walhalla-Stream. Was? Er ist nicht, Ellie würde sich bestimmt freuen, wenn du morgen... Äh, der weiß nicht, der ist immer nicht da, wenn ich da bin. Was soll das? Der hat gefälligst, da zu sein. Ich habe irgendwann so wenig Zeit zu springen, das tut mir voll leid. Ich hatte Mittwoch jetzt, ne? Ich sage, nächste Woche habe ich am, äh, Dienstag einen Termin. Ich würde aber gerne am Donnerstag den Erste-Hilfe-Force auch mal machen, dass wir hier auch einen Führerschein haben. Ich hatte das Gefühl, ich bin die Einzige ohne Führerschein hier. Gut, hier ist mein Automat. Nee, ich habe keinen Erste-Hilfe-Force. Und da habe ich sowieso das Gefühl, so viele fahren bestimmt ohne Führerschein hier rum. Ey, die hat nicht mehr Führerschein. Oh Mann, und ich bin ohne Führerschein mit, äh, Herr Skinner Auto gefahren. Da kamen die Paaren wieder durch, irgendwie so, da kamen sie wirklich durch dieses, nein, das ist doch nicht egal, das sollte man nicht tun. Oh Gott. Fährt aber jemand wie eine besenkte Sau. Dann holt ihr lieber eine Make-Pro-X, keine Elgato. Hä? Ich mag Elgato-Streamdecks. Das ist cool. Why? Ähm, ich würde immer noch auch gerne zum Psychologen, ne? Ich glaube, es ist gerade immer noch schwierig mit dem MD. Vielleicht sollte ich da jetzt deswegen noch ein bisschen warten. Ja. Hm. Oh, bitte kein Meta im Chat, ne? Ich will nichts aus den anderen Streams wissen. Wo ist die Polizei, die ist in die Schlangenlinien gefahren? Ey, ohne Scheiß, ihr wart alle wie die besenkten Säue. Ich möchte mich wirklich beschweren. Wirklich. Sogar die Busfahrer. Oh, ich würde so gerne mal Bus fahren, ey. Ich würde so gerne mal Bus fahren. Ich habe einmal was in den Sandstreet gesehen, wie die Busfahrer das machen und ich finde das so süß, ne? Ich würde das einfach so verdammt süß. Aber ich bin leider alle, die irgendwie zu zweit einreisen konnten. Oder einreisen werden. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher als alleine zu sein. Die macht den Jafar. Das hier ist der Jafar. Schnell. Das ist egal, wie das gerade auch ganz schnell wieder wegkommt. Dieser Entnerarsch, ey. Oh. So, wir sind gleich da. Da. Warte mal, warte mal. Jetzt nur noch da und dann gleich links. Aber ich müsste es ja dann schon sehen. Da hinten ist es doch schon. Ja, eigentlich war Bob dabei. Ja. Das war aber nochmal was anderes. Weil ich dachte ja wirklich, ich wäre... Oder ich war eigentlich nur ein Eventcharakter. Von einem sehr fragwürdigen Event. Weiß ich nicht. Es war schon so, dass er an den... Der Dennis hat das schon ganz gut gemacht. Wir waren halt so ein bisschen rumgelaufen und so. Wir haben so viele Leute kennengelernt. Er wusste halt, Autohaus, da ist jemand da und da und da. Er wusste nicht nur noch persönlich, dass da jemand ist, aber dass da halt immer irgendwie was los ist. Das war schon ganz cool. Und hier bin ich so doof und will wieder über die Ampel gehen, nicht nur hier lang. So, links, rechts, alles gut. Was war das eigentliche Event? Das war's. Wir waren zwar Eventcharakter. Bob never forget, ja. Wusstest du das, vorher dass Bob stirbt? Äh, nein. Und wir hatten letztens so ein Talk hier mit dem Dennis. Der Dennis wusste es auch nicht. Weil ich war auch der Meinung, dass er das irgendwie geplant hat. Weil die mich auch nicht beleidigt haben. Die haben mich nicht einmal beleidigt, sondern nur... Einmal meinte er ja, du Pussy. Und da hab ich so, hey. Das ist aber nicht nett. Meinte er, dich meinst du doch gar nicht. Sondern den Fettsack da. Ich hab nicht den so oft angeguckt, einfach. Kurz bevor er haltet, dann stirbt der Bob. Boah, das war so dramatisch alles. Okay. Genau, Script-RP ist verboten. Wobei, ich glaub, wenn irgendwie Supporter oder so da irgendwas geplant ist, machen, ist das eh noch was anderes. Okay. Wo ist mein Fahrrad? Oh, ich hoffe, das hier ist mein Fahrrad. Fahrrad meinst du, ne? Oh, Entschuldigung, einen Moment. Sie haben ein schönes Teil. Wie heißen Sie? Harald, ne? Harald Eckern. Hallo, Harald. Oh, ich bin Ariane. Ich glaube, ich hab ihr Bild gesehen bei Venture. Was haben Sie für eine Fahne? Ja, eine Fahne hab ich auch. Nee, heute hab ich keine Fahne. Arianne. Venture haben Sie mich gesehen. Nee, das ist so welchen Info-Fanfa-Win. Bitte, was ist denn da los? Nee. Okay. Nee, ich poste gerne Bilder. Und, ne, bin auch schon berühmt, wie das auch immer. Sie sind berühmt? Ja. Kann man so sagen, weißt du? Oh, das hört sich ja mal gut, dann sind Sie reich. Kann man so sagen. Ja. Oh, scheiße, ich bin ja verlobt. Nee, alles gut. Na ja, weißt du, wir liebsten ja, ne? Oh, Entschuldigung. Verdammt, wie kann ich nur auf dieses Fahrrad aufsteigen? Beinhoch, ne? Mein Beinhoch? Ja. Soll ich Ihnen helfen? Nee, das ist schon in Ordnung. Ich geh da schon hin. Ich glaube, das ist überhaupt gar nicht mein Fahrrad. Verdammt. So ist es nicht, ne? Nee, haben Sie vielleicht noch ein grünes Fahrrad hier irgendwo gesehen? Nee, ich weiß es jetzt nicht, weißt du. Oh, verdammt. Wo haben Sie es denn abgestellt? Naja, eigentlich tatsächlich genau hier. Ach, das ist aber blöd. Ja. Ja, weißt du, ne? Ja, sonst holen Sie sich ein Taxi, ne? Ja, weißt du, klar. Ja, weißt du, ne? Naja, ich bin eigentlich nur unterwegs, um mein Fahrrad zu suchen, wenn ich ehrlich bin. Ich wurde quasi liebevoll entführt und habe mein Fahrrad hier vergessen. Ja, und entführt? Waren Sie bei der Polizei? Ja, klar. Naja, ich wurde von der Polizei entführt. Achso, nee, das ist was anderes, ne? Ja, waren aber Freunde von mir. Was machen Sie denn so hier in Los Santos? Ja, nee, gut, das war eigentlich arbeitslos, ne? Ja, ich auch. Und dann habe ich mir diesen Rentner-Account gemacht, weißt du ja, ne? Ja. Und da poste ich jetzt mein Fahrrad rein für meine Fans. Haben Sie viele Fans? Ja. Vielleicht werde ich auch einer, vielleicht folge ich Ihnen ja da. Ja, das will ich ja mal hoffen, ne? Ich brauche ja auch Geld dafür, ne? Ist ja klar. Ohne Fans kein Geld, ne? Ja, das stimmt. Posten Sie dann auch Werbung? Warte, wie meinen Sie das jetzt? Ich weiß nicht, wie verdienen Sie denn sonst Geld über Venture? Ja. So. Wie geht's Ihnen denn heute, ne? Ah, ja. Okay. So, ich widme mich mal wieder meinem Fahrrad an. Ja, klar, nehmen Sie Ihr Fahrrad an. Ja. Ich nehme mal mein Fahrrad. Glück auf, ne? Ja, Glück auf. Ich bin dann mal weg, ne? Ja. Bis dann, Herr Harald. Scheiße, wie kann ich denn mal... Ich habe hier die ganze Zeit... Mein Ding ist... Das muss das einfach sein. Es kann kein anderes sein. Oh, ey. Das ist mein Fahrrad. Oh, ist da doch mein Fahrrad. Ich habe zu G gedrückt und H. Ich bin so doof. Oh, ich habe mein Fahrrad wieder. Alles ist schön. Ja! Ich muss den folgen. Ich weiß nicht, warum. Ich muss den einfach folgen. Weißt du? Ich habe den kaum verstanden, weil der immer so abglück auf... Kommt aus dem Ruhepunkt, der Harald. So, warte. Ähm... Harald... Ariane, was war so eine Fahne? So. Harald Ecker? Oh Gott. Infofenster durch und durch. Oh mein Gott. Ja, hier. Let's go. So. Das ist ja... Ja, puh, ne? Okay. Dann fahre ich hiermit erst mal zurück zum Hotel. Ähm... Was anderes ist das Gesicht? Das muss mir jetzt mal merken. Und dann kann ich ja mal Melodie anrufen. Attraktiv-elegant einfühlen, sei es. Glück auf, ist nicht nur Ruhrpott. Ja, okay. Ich kenne es halt aus dem Pott. Komm aus dem Pott. Ich kenne es nur aus dem Pott. Manche hatten das bei uns in einem Fensterchen drin. Oh, er hat sich schon, äh... Pottisch angehört. Ja, das Fahrrad hat Navi, Gott sei Dank. Das Fahrrad hat Navi. Ist ein modernes Fahrrad? Hä, seht ihr das einfach nicht? Frau Collins, da ich mal schreiben, dass ich ihre 400 wiedergeben will. Ja, ich kenne es auch. Machen wir erst mal Melodie. Hallo, Melodie! Na, vorsichtig. Was? Melodie, so was drückst du mich etwa? Wo bist du? Hallo, redest du nicht mit mir? Oh, Entschuldigung, jetzt rede ich mit dir. Bist du auf die Stimmstasse gekommen auf dem Panier? Ja, ja, und ich war auch ein bisschen außer Atem. Melodie, ich habe gesagt, stalkst du mich etwa? Nein, nicht wirklich. Oh, ich wollte ganz kurz... So, ich habe ein bisschen Angst, Melodie. Ich wollte ganz kurz das Fahrrad wegbringen und wollte dich dann auch anrufen. Okay, ja, dann rufst du danach an. Ja, mach ich. Dann bis gleich. Okay, bis gleich. Also, der Stummtaste nervt so, ne? Du solltest vielleicht einfach die Klappe halten. Dann muss ich ja nicht die Stummtaste. Guck, nur mal ganz kurz, ist aber wieder mal keine Tankstelle, wo man... Kann man überhaupt keine Tankstelle rein, ey? No, hier ist nur tanken. Oder? Das ist das Tankstelle bei mir in der Nähe? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zwischen... Okay, ich muss mir das... Ich hoffe, ich kann mir das irgendwie merken. Geil. Geil, wir haben etwas gefunden. Okay, ich brauche irgendwas. Warte, warte, warte. Ich brauche irgendwas. Ich brauche irgendwas. Ähm. Kayton. Banking Room. Dreamtower. Okay, Dreamtower, Dreamtower. Merkt ihr den Dreamtower? Okay, ich dachte... Ich dachte jetzt schon so... Ist nicht verarscht. Hier ist ja doch nur eins. Ne, Dreamtower. So. Alter. Ich könnte mich da auch mal mit dem Fahrrad tanken nehmen, sonst tanke ich euch mal auf. Okay, Räder aufpusten wäre super interessant, wenn man das machen würde. Aber ich... Nach diesem Steuerknüppel-Desaster glaube ich einfach nicht mehr, dass man das machen muss. Korea Town. Ja. Oh, ich hätte gerne einmal Bulgogi. Bisschen Bulgogi auf den Grill hauen. Dann hätte ich gerne Bimbenbap. Bisschen Kimchi. Oh, mein Fahrrad. Ja, genau. Wo ihr ja meintet mit dem Lied von Ariane oder Chili-Mann, ne? Ich will nicht zu viel verraten, aber... Ich musste mich gestern... Ich habe gestern etwas versucht und konnte es einfach nicht, weil ich zu viel lachen musste. Ich werde aber bald dem Chili-Mann etwas schicken. Ja. Wird gut, glaube ich. Wie man es halt nimmt, ne? Wird gut. Jetzt kommt sie uns aus, jetzt will sie uns voll tanken. Ja. Ich fahre mal lieber langsam, denn weil ich echt immer Bammel habe, dass ich... Dass ich es irgendwie schaffe, wie im Real Life mit dem Fahrrad hinzufallen und so umgekehrt zu fallen, dass es vielleicht nicht gut ist. Die Kette muss geschmiert werden beim Fahrrad. Ja, dann denkst du auch so ein Minigame, wo dann wirklich... Dann nimmst du das Öl halt und das Tuch. Ja. Es ist eigentlich ein Lied vom... Und der Vogel sagt hallo. Hä, voll random einfach. Das war jetzt nicht mein bestes Lied, aber mein bester Text. Oh, dieses Partygerichtsgebäude, ey. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wo ist denn das eingezeichnet. Oh, guck mal. Hier wäre das. Das ist ganz schön weit gefahren. Ich hoffe, es abzuschließen. Dann schön. Na schön. Ich weiß also... Hi! Hallo! Helodi! Hallo! Ja? Weißt du, was mir ist gerade etwas ganz Blödes eingefallen? Was denn? Ich hatte mir gestern... Nee, nicht gestern, war man... Ja, ich schlafe zu lange. Auf jeden Fall hatte ich mir letztens eine Hose geholt zu meinem Oberteil, das ich habe. Das wollte ich unbedingt anziehen, weil ich wollte ja auch so ein bisschen noch trauern und mein Bruder. Da trinkt man bei uns in Katze dann ganz kleine schwarze Sachen. Und ich habe die schlubilen Sachen auch langsam ein bisschen satt. Würdest du gleich nochmal mit mir shoppen gehen wollen? Ob man mit dir shoppen gehen kann, weiß ich nicht. Kriegen wir shoppen mit Ariane noch hin? Oh, wer ist denn bei dir? Ja, kriegen wir hin. Wer ist denn gerade bei dir? Männer? Ja, Herr Musquera ist hier. Hallo? Ja, hallo, Melodie, hörst du mich? Ja, ich höre dich jetzt wieder. Oh, okay. Wer ist denn gerade bei dir? Wer schmeckt mich ständig an? Herr Musquera ist bei mir! Ach, Herr Musquera! Melodie, jetzt werde ich aber schon wieder ein bisschen eifersüchtig. Ich weiß es nicht. Wer ist denn gleich mit? Ja. Melodie, was ist denn da los? Was soll da los sein? Jo, ich frage nur so. Das hört sich ja eigentlich ganz gut an, oder? Kannst du mir dann später mal erzählen, was denn da so abgeht bei dir? Ja, kriegen wir hin. Geil. Okay. Seid ihr irgendwie mobil gerade? Könnt ihr mich vielleicht abholen? Ja, wir holen dich gleich an. Okay. Ich rufe dich an, wenn wir bei deinem Hotel sind. Okay, bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Jetzt! Ariane! Ariane! Du bist verlobt, aber... Die Melodie, was ist denn jetzt los, ey? Ich werde direkt saugen. Gut, warte kurz. Ich nehme auf jeden Fall meine Hose mit. Melodie, Zucker, Santi. Scheiße, nein, der hatte so viel Geld! Nein. So, warte. Melodie und... Das ist ja... Das ist ja... Ja, ja. Schwarze hotelierte Hose. Ja, ich muss mir das gleich nochmal kaufen. Ich werde es aber den Eddy nochmal schreiben. Warte. Das ist... Hä? Ich habe gar nicht mitgekriegt. Ähm... Sie scheint genervt. Ja, so ein bisschen, ne? So ein bisschen schienen sie wirklich genervt. Ich weiß nicht warum. Ich habe sie ja gefragt. Hättest du Zeit? Ähm... Ein neues Urteil ist in deiner Wohnung. Ein neues Urteil ist in deiner Wohnung. Ach, weißt du was? Ich... ich hole mir das einfach und... und sag erstmal nichts. Ich glaube... Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Sie wollte nicht gestört werden. Hä? Sie hat mich gerade noch angerufen! Sie hat mich gerade noch angerufen. Toll! Ich fühle mich so aklonisch wieder. Warte mal eben. Windhose. Zack. Ich brauche andere Schuhe auch noch. Ich habe die Hose schon mal weg. Das alles überhaupt gar nicht zusammenpasst hier. Warte. Moment. Und... Ich kann beim Handy doch gar nicht mithören. Liebe, äh... Was? Ich habe einen Modchat geguckt. Ich gucke immer einen Modchat, ob ich angemeckert werde. Ob ich irgendwas ganz, ganz falsch gemacht habe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich kenne sie noch nicht so gut. Ich würde die Kappe vielleicht auch erstmal hier lassen. Die Kappe hier lassen. Ich mag tatsächlich die Brille. Aber ich würde gerne eine Brille haben, die blickt dir nicht. Oh mein Gott! Wir sind da. Ich komme sofort runter. Bis gleich. Bis gleich. Was ist mit Melody los? Was ist mit Melody los? Ich kann sie jetzt auch nicht fragen, weil Herr Muskerer dabei ist. Ich habe mich auch voll erschrocken, ey. Heilige Scheiße. Ähm... Warte, warte, warte. Lass mich trotzdem die Brille mal wegnehmen. Und die Brille dann dahin. So. Und natürlich meinen normalen Gang wieder. Ich bin voll generiert. Es klingt wirklich voll generiert. Las Vegas. Die Brille. Die Brille. Ja. Hallo. Hallo. ja klar was sollte sein und du klangst gerade ein bisschen genervt ich wollte natürlich die stören heute ich sehe gerade hier ist ja ganz gute stimmung die stimmung ist super woran sieht man das jetzt gerade das ist die stimmung ist einfach so viel positivität in der luft das tatsächlich auf sie muss zu dem hier rechts die stimmung ist schlecht ich habe auch schon ein bisschen getrunken nein hat er nicht wollen wir wirklich im bingo jetzt auch da was ja ich das oberteil ist leider bei eddie und ich kann einfach nicht warten ich möchte ich möchte wenig dieses outfit haben deswegen hol ich mir einfach noch mal welches wäschig hallo ja das ist ja genau das geht dann halt wenn er nichts gezogen wird also es geht ja von 0 0 bis 999 1 zu 1000 chance und ja dann nichts gezogen aber end und wenn da dann nichts gezogen wird dann an nummern dann wird das dann in die nächste platz aber ist die nächsten den nächsten top alles gut wird es den nächsten top dann für die nächste woche dann mit reingeschickt irgendwie sowas ne also morgen gibt es anscheinend mehr infos dazu ja ja das klingt ja nicht schlecht ich habe es nicht so gut arbeiten das ist die hauptsache 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 ja ja mal die schichtigen wenn ich nur ganz kurz zum erreichend war ich mache jetzt gleich kurz den umzug und dann lege ich mich wieder schläft das ist nicht so gut ok was für ein umzug also ja stimmt ja ich hab wir haben eine neue wohnung wir haben eine neue wohnung ja richtig wo denn äh in weinwood voll cool ist das hier ok das hört sich ja schon mal ganz gut an aber das ist doch was für die Idee dass du gleich wieder schlafen gehst aber ich kann es natürlich verstehen nur umzug schlafen ja richtig richtig genau deswegen und weißt du äh morgen ist ja die hochzeit ne ja ich hätte sie beinahe vergessen stimmt ja richtig nicht vergessen ja ok kommst du denn? ich denke schon ok cool äh wenn du noch irgendein Outfit brauchst oder so kannst du dich natürlich gerne an Guninski wenden aber erst später weil ich mache jetzt den umzug mit der die hilft mir da ach so und am besten zeige ich dir gleich auch noch ganz kurz die wohnung und dann lege ich mich direkt schläft ok Eddie ich bin grad noch mit Melodie und Hermoskera unterwegs ach ja apropos Melendin äh das stimmt gar nicht das stimmt nicht ach du scheiße Guninski hab ich nicht abgeschließt ach du scheiße äh warte mal ganz kurz ich rufe ich rede mit Arane äh Arane ähm da war auch so eine Sache mit Weißer Wald worüber wir auch reden müssen aber oh ja darüber müssen wir wirklich reden ja und zwar äh da hat er tatsächlich naja nicht gelogen aber der hat nicht die ganze Wahrheit gesagt deswegen äh und ich hab mir das schon erzählt also erstmal ich versuch das erstmal geschehen zu machen ja das stimmt dass ich das gesägt hab aber ich hab das tatsächlich gesägt weil äh da war noch der Plan so dass ich alle Welt sägen wollte dass ich dich gar nicht mag damit du äh hast du es versteht ja okay bist du böse wir sollten wirklich mal reden Eddie ja alles klar das ist ne nette Antwort auf die ich auf jeden Fall vorbereitet war hm okay dann ich mach den Umzug ja ähm vielleicht vielleicht hab ich nach dem Umzug noch können wir noch kurz reden auf jeden Fall ja aha okay oh okay dann ähm bis später bis später tschüss 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 Möchtest du lieber Motorrad fahren keine Entschuldigung, ich hatte gerade nur ein verwirrendes Telefonat. Kann man behilflich sein? Ich glaube nicht. Okay. Sehr interessantes Outfit. Steht Ihnen. Dankeschön, Herr Moschera. Melody, ich komme mir vor, als hätte ich einen Schneeanzug annehmen, dir. Nein. Melody, möchtest du nicht, dem hier. Das ist ein nichtrocher Autor. Oh. Ja, ich sage dir schon. Ich mache ihn mal hier auf. Alles gut. So. Wo darfst du hingehen? Haben alle hier Platz gefunden. Ich sehe irgendwie fett aus in dem Outfit. Du wolltest unbedingt dieses Outfit anziehen, ja? Ich wusste nicht, dass die Kombi mit der Hose mich so fett erscheinen lässt. Ja, fett ist es nicht. Die trägt nur leicht aus. Wie sagt man das bei euch hier? Irgendwie so eine erotische Gesamtfläche, nicht wahr? Das verunsichert mich ja noch mehr. Wie steht denn? Alles gut. Ich muss mal ganz kurz eine Nachricht schreiben. Ja, schön. Hast du was, was hingehen jetzt? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja. Hopping ist jetzt vorbei, oder so? Was wolltet ihr heute denn machen? Entweder in diese irische Papu oder in diese Club, wo auch die Feier war von der Chief. Oh, das hört sich gut an. Das war eine Kopfhörer-Party. Moment, was? Kopfhörer-Party. Ach, eine von diesen iPod-Partys, ja. Die sind richtig super, weil ich diese Kopfhörer nicht trage und dann die Leute sehe, wie sie tanzen und denke, die sind verrückt. Dann lass da gar nicht erst hingehen. Dann lass uns da zum Irish-Pub gehen, ja. Lass mal dort hingehen. Vielleicht kommt ja einer von diesen Schengern dort vorbei. Also ganz kurz, Eddie hat, also das, was Walter Weiss gesagt hat, weswegen ich ja sowieso die ganze Zeit so... Einer von euch heute schon Eddie-Reich? Ja, wir hatten gerade telefoniert. Okay, und das war Verstören? Ein bisschen. Jetzt bin ich neugierig, bist du Verstörende als normal, oder? Muss man sich so machen. Ich schalte mir mal ganz kurz an die Nachricht, einen Moment. Ja, lass dich nicht stören. Ich fahre ganz vorsichtig. Ja, das mit Melody ist es auch, aber das... Ich meine, das mit weiter Weiss... Der Weiss hat mir ja gesagt, er... Okay, er hatte wirklich nicht gelogen. Das mit den Eid, das war ja... Ja, scheiße. Jo, Wischlof. Verdammt, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Was denn los? Ja, schwierig. Melody, schwierig. Ist alles in Ordnung zwischen euch beiden? Ja. Also nicht euch beide, ich meine Eddie und die. Ja, natürlich. Das wäre sicher super glaubwürdiger. Ja, total. Ich komme gleich nach. Ich überlege gerade, was für eine Logik wäre das denn. Also was... Der Eddie... Warte mal, was... Also, Walter Weiss hat gesagt, dass Eddie gesagt hätte, ähm... Dass... Ne, Walter hat ja auch schon oft sowas gesagt. Da habe ich gesagt, wo er das mit den Eid meinte. Da habe ich auch so... Hm, ne? Frau Collins stand ja auch noch dabei. Er meinte, ich hatte schief, würde nicht lügen, aber ist wohl falsch verstanden worden. Äh, dass Eddie nämlich gesagt hat, ja, ähm... Jetzt, wo Napier, äh, irgendwie, ähm... Ja, jetzt, wo ich ja Ariane habe, haben sie ja gesagt, dass die Leute halt eher auf, äh... Oder, ne, Pia, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie die alle rechter sind. Ähm, dann würden sie ja zuerst auf Arane gehen und nicht auf mich. Und dann meinte dann wohl, äh, irgendwie, äh, ja, ja, kann sein. Und dann meinte Eddie nämlich, ja, dann bin ich ja aus dem Schneider und ist dann gegangen. So, das ist das, was Eddie zu Walter Weiss gesagt hat. Wie man jetzt darauf kommen kann, dass... Ich meine, das ist doch irgendwie... Keine Ahnung. Bitte kein Meta! Bitte, bitte kein... Ich... Gott sei Dank, ich gucke mal. Bitte kein Meta im Chat. Bitte, bitte. Keine Ahnung. Aber Ariane, jetzt sieht die heute so fett aus darin. Nein, also fett nicht, aber das ist irgendwie super unförmig. Und jetzt das. Das. Die sollen ruhig schon mal reingehen. Ähm, bei Melody bin ich geradeaus so. Warum ist sie... Sie wirkt nicht so gut drauf irgendwie, ne? Ich übersteuere? Achso. Äh, ja, kein Meta, bitte. Kein Meta. Äh, ja, kein Meta. Das ist mein Kurs, unter uns ist wirklich alles in Ordnung? Nein, nicht wirklich. Kann ich helfen? Ich glaube, ich... Ich glaube, wir sollten das unter uns klären. Ich schreibe ihn gerade nochmal. Okay. Alles gut. Ich ruf ihn mal an. Äh... Ich ruf ihn mal an. Ich rufe ihn mal an. So, also ich habe geschrieben. Uff, Eddie, Leute, ich rufe heute nicht emotional, ich habe auch mein Cam-Ding schon aus. Uff, Eddie, wenn du zu müde bist, dann geh ruhig nach dem Umzug ruhig schlafen, ich bin gerade nur etwas verwirrt und verstehe den Sinn dahinter nicht. Meinen wir das Gleiche? Herr Weiß hat gesagt, du wärst froh, wenn Herr Vampir es auf mich abgesehen hat, weil du dann ja fein raus wärst. Ipod-Party, dann mache ich mit. Ich habe kein Ipod. Oh, schade, Android-Party mache ich mit. Ist das übergreifend, oder? Ist ja nur Musik. Melody, wirklich alles okay? Ja, bei mir ist alles gut. Du wirkst so, weil ich sie nicht gedrückt habe. Nein, ich mache mir ja einen Kopf um dich gerade. Ne, ist alles okay. Ich dachte, wir können heute schön Party machen. Und uns ein bisschen vergnügen, aber ich will mich auch nirgends wo rein zwängen. Du fängst dich nirgends jetzt, hör auf. Ja, und mein Arsch ist so fett in dieser Hose. Du hättest mal die weiße Hose angezogen, die ich dir geschenkt habe. Ja, scheiße, daran denke ich nämlich gerade auch. Naja, gehen wir schon hin. Ja, aber ich glaube den Leuten ist klar, dass das nicht alles ihr Körper ist, oder? Sieht man doch ein bisschen. Man sieht an der Taille, dass es nicht dein Körper ist. Okay, solange man nicht denkt, ich bin deine Schornsteinfegerin. Obwohl der Job bestimmt ganz cool ist. Und bringt Glück. Ach nein. Ja doch. Ich wollte heute eigentlich wirklich nur ein bisschen ablenken. Es tut mir leid. Ich habe nicht gesagt, dass er dich anrufen soll, aber er möchte es, glaube ich. Ja. Das ist halt, er streamt, glaube ich, gerade nicht. Ich will ja auch, dass es in, wenn irgendwas ist, dass es in seinem Stream ist. Nee, aber ich gehe womit. Ich habe eigentlich auch Ski gefragt, sie scheint ein bisschen zu Hause zu sein. Ja, ich würde sagen, wenn du ruhig schlafen bist, wenn wir zusammen streamen, das ist, glaube ich, viel cooler. Sollen wir dich abfüllen? Irgendwas passiert, oder was? Abfüllen ist immer gut, klar. Okay, wir füllen sie ab. Ja, wir füllen sie ab. Auf geht's. Ja. Ey, geschlossen. Sache ist, wen kann man denn, wen kann man denn dann noch vertrauen, aber es geht der Plan so mit dem... Ach, sie denn. Ach, okay. Und ich kann ja gar nicht flirten, wenn das so eine Heimbeziehung ist. Dann bin ich ja Single, aber auch nicht Single. Dankeschön. ich hätte innen ja richtig der der bezahlt nein ich muss zum Geldautomaten woher muss Keras wie Zuckervater eine Runde schmeiß ich ok Zucker könnt ihr auch haben ist kein Problem Hallöchen was darf sein ich hab mich hier drüben angestellt dass ich als letzter reinkomme kein Problem die ersten werden die letzten sein ja ich bezahle wer ist der erste jetzt was darf ich denn bringen was wollt ihr dann gehen wir hier ich glaube ich nehm Bier und du ich nehm auch eins und dir jawohl Bierchen würde ich nehmen und du ich glaub sie was stärker ist Melody darf ich dich kurz sprechen äh wir haben noch Macbeth mit diesem Whisky Melody wie kommt's und du und Herr Muskega ich hab ihm geschrieben gehabt wie es ihm geht und dann hat er mich gefragt wo ich bin dann war ich am Strand und dann kommen wir dazu ja man hat ja schon gemerkt dass er Interesse hatte letztens er hat ja meine Nummer schon wo ich letztens mit Ellie gequatscht hab ja da schien es eher so als wär so ja so passives Flirten irgendwie aber das scheint natürlich schon ganz gut aber Melody du warst du warst doch nie in seiner Wohnung ich war schon mal drin aber aber nur als Freundin alles gut der wohnte sehr ähm schick sagen wir mal Jackpot ich hab jetzt übrigens auch ein Apartment ja wo denn? ähm direkt da wo Venture ist direkt hier dahinter ah cool ja ich musste mir auch noch eine Wohnung suchen hast du ein Fahrrad? ja oh super hast du vor ihm mal einen Kloberschein zu machen? irgendwann vielleicht geht's auf das Fahrrad wir machen den Roadtrip auf jeden Fall noch mhm dann nehmen wir her los geht er jetzt ich bin mit dem Fahrrad gestern sogar schon hoch bis er ist endlich schon ausgefahren was die ganze oh hast du es geht voll klar du fällst nicht da hoch hast du mal hast du da getroffen? oh Entschuldigung ich dachte mir ich warte da auf Hans genau und dann kam er nicht weil er meinte er will mir da oben den Norden zeigen aber er war nicht anzutreten er war nicht hat er dir das angeboten dir den Norden zu zeigen? und dann meine ich da oh Gott ah okay jetzt mal wirklich ernst was ist los? es ist nichts es ist was die Sache ist ich kann nur in Rätseln sprechen weißt du? okay nehmen wir mal an mhm du bist mit Herr Muskerer zusammen ja und ähm ein Gangster sucht Herr Muskerer weil er arbeitet ja bei der Polizei ja und Herr Muskerer geht jetzt zu zu einem Polizeikollegen und sagt äh ja jetzt suchen die aber die Melodie da äh muss ich mir doch keine Gedanken mehr machen wegen mir und da bin ich ja fein raus was würdest du von Herr Muskerer denken? sag jetzt bitte nicht das hat Eddie gesagt nö ist einfach nur so rein äh ja sag nicht er hat es gesagt also gerade am Telefon meinte er es wäre ein Plan damit ich aus der Schusslinie bin macht das Sinn? ist er doch aus der Schusslinie und nicht du naja er wollte dass alle denken wir sind nicht mehr zusammen damit mir nichts passiert ja die Frage ist ich glaube ich hätte auch gefragt wer es sollen oder? als ob die dich aus der Schusslinie nehmen wenn du äh nicht mehr mit ihm zusammen bist dann sind doch trotzdem noch Gefühle im Spiel und sie kriegen ihn doch kriegen ihn doch trotzdem noch äh wenn sie dich packen recht hast du also ich hätte einmal ihre Bestellung hier ja wurde direkt doppelt bestellt daher kriegen sie jetzt jeweils zwei Bier oh dankeschön auch das ist ja lieb dankeschön dann lassen sie es schmecken dankeschön danke und die gönne ich mir direkt mal ja aber wenn Eddie mit dir in dem Moment so tut als ob er Schluss macht und die auch wenn die denken du ist es Schluss trotzdem würden sie dich ja trotzdem einfangen und ihm damit drohen dass sie dich haben weil trotzdem Gefühle da sind ja deswegen verstehe ich ja den Sinn nicht man kann es ja nicht einfach ausschalten weißt du nee das ist es naja und der meinte irgendwie glaubt Melody nicht ach sollst du mir nicht glauben ich glaube ja aber der ist einfach nur eifersüchtig ich glaube keine Ahnung der weiß ja dass ich auch mit Frauen und so und so Mausi weißt du warum nein weil ich ihn getroffen habe mit Herrn Muschera da habe ich auch mit den beiden Nummern getauscht weil Eddie hat meine Nummer jetzt auch weil er meinte falls dir mal was passiert damit er mir Bescheid geben kann naja das ist ja lieb ähm was soll ich daran jetzt nicht glauben dann danach war er kurz im PD wohl drin ich habe daraus noch gequatscht gehabt und da kam er mit ja okay und dann kam er halt raus ist Herr Muschera gegangen und dann kamen zwei Mädels mit denen ist er dann rausgekommen okay so eine blonde mit Zopf und einem gelben T-Shirt und eine andere mit einem roten T-Shirt und ist mit denen halt weggegangen und hat halt eine andere Identität angegeben bei denen und hat voll mit denen geflirtet okay zweifach also zwei Sachen die Identität das hatten wir gemeinsam abgemacht er hatte eine blutige Wette an okay ja aber er hat dann zu denen halt so eine Pilotenpalette auch gehabt ja und äh er hat aber zu denen halt scheinbar irgendwie seine Identität so gespielt dass er Single ist wow und hat halt voll mit den Beinen geflirt und ich so und was ist mit deiner Verlobten dann hat er mich zur Seite genommen und hat gesagt hab ja ich mach dir ich spiel denen gerade eine falsche Identität vor und dachte mir so du bist trotzdem verlobt hör auf mit den Frauen zu flirten und dann ist er mit den Beinen verschwunden ja und das sollst du mir nicht glauben das ist ja lustig das habe ich im selben Moment den Herr Muschera noch geschrieben gehabt warte mal er war aber alleine mit den Beinen unterwegs er ist mit denen alleine weggegangen ich hab Herrn Muschera dann auch geschrieben gehabt Eddie hat gerade mit zwei Frauen geflirtet als ich meinte er hatte eine er hat eine Verlobte wollte er es erst abstreiten und hat mich zur Seite gezogen er ist nun mit den zwei Frauen verschwunden das habe ich im selben Moment noch Herrn Muschera geschrieben ok danke Melody ich kann mir nicht Melody sympathisch ich hab wirklich ein Vertrauensdefizit weißt du ein ganz ganz großes alles gut alles gut ok ich muss mir das durch den Kopf gehen lassen danke dass du es mir gesagt hast ich weiß halt auch nicht was in seinem Kopf los ist ob er halt selbst nicht merkt dass er mit denen flirtet naja vielleicht merkt er es ja nicht naja ich meine es ist Eddie von dem wir hier reden im Flirten ist mir wirklich nicht gut aber das was mich gerade daran zerstört ist er war alleine mit den beiden unterwegs ok ich sollte wirklich eifersüchtig sein bin ich auch aber er meinte zu mir ich soll nur mit Polizeischutz rausgehen und den hatte er dann geht er alleine unterwegs er war komplett alleine mit den beiden unterwegs warte mal Melody waren das vielleicht Polizistinnen glaub ich nicht du hast gesagt hat Hebuskehra die gesehen nein oh ok tja die beiden so wie sie gequatscht haben und über die Stadt geredet haben waren die noch relativ neu ok kannten sich halt nicht aus und er wollte dem was zeigen gut das ist eine Info die dazu jetzt natürlich alles noch ein bisschen schwieriger macht ich glaube ich dir ok ich glaube du musst echt mal mit ihm Klartext reden aber allein dass du mir nicht glauben sollst ist halt ja das ja ok schön dass er wieder da ist hallo na ich habe heute schon alles schwer getrunken dann habe ich rauchen mal was darf man hier drinnen rauchen oder was er hat bestimmt eine gute Lüftung ja das ist schön oh Leute übrigens kein Hate auf Melody kein Hate auf Melody ich finde das ist gerade voll die Ehrenfrau klärende Frauengespräche geführt ja ok hilfführend also habt ihr geklärt habt ihr die richtige Noten steht ihr mit weil sonst könnte ich gucken da drinnen bitte was 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 ja schon ein MT oder ja was denn merkt man das bei mir hier schon so schnell oder wie ja ich weiß nicht regulär reden sie ja nicht so was ich rede mit ihnen nicht das stimmt doch gar nicht alles wird gut ganz ruhig bleiben ich bin ruhig ich bin ruhig glaube ich kann man alle wieder runter was ist denn los heute was ist das für eine kurze Stimmung bitte beruhig dich bitte beruhig dich ich geh gleich ach die Stimmung wird glaube ich gleich besser wieso so weil du trinkst ja gut das stimmt das machst du immer besser also wenn ich trinke ist du ja Herr Muschera ja bitte Sie waren ja auch auf der Party vom Herr Weiß ja das war leider unvergesslich und ich hab schon mit Melody geredet waren Sie manchmal bei mir ja relativ ja manchmal nicht so oft aber doch auch habe ich Leute angeflirtet als ich betroffen war ja nur mich einmal kurz aber sonst nicht ja das mach ich ja manchmal so aber das ist gut okay geht das klar ich hab gehört Sie sind noch mit Eddie illiiert oder nicht bei mir geht das klar ach das ist ja noch Spaß genau wir waren mit der Carsten ach so aber ich hab das tatsächlich immer noch aus Kentucky ich musste mich da wirklich ein bisschen äh ja stoppen ach warum wenn das alles so krumm wenn das auch Verständnis trifft also ich habe das ja nicht so aufgefasst ich war einfach mir ein Kompliment ja Komplimente mach ich Ihnen ja auch gerne vielleicht falsch also das sind die zwei Frauen also da muss ich jetzt leider sagen Ariane ist das auch nicht so der Engel aber wenn er nicht irgendwo kommt aber er war ja dann alleine unterwegs also ohne Polizeischutz das scharf was zu essen Melodie sollte da irgendwas gehen dann keine Sorge ich mach nur noch ganz oberflächige Komplimente versprochen wo geht was ja nicht Tote Hose bitte was ich bin bei deiner Hose jetzt hätte ich gerne eine iPod Party oder jemanden der schön singt Santi die ist nicht stoff gar nicht stoff Santi singt doch super gerne also das war jetzt aber obszön ja bisschen schon okay naja wenn ihr es drückt dann müssen wir halt das Ventil aufmachen ja aber doch nicht hier jetzt gerade ist doch nicht der richtige Zeitpunkt oder oder juckt es bei allen von euch nee gerade nicht der selten auch eigentlich sie sind ja noch in Hosen die Hosen so eng nein deswegen ist deine so locker ja ich glaube wenn man sich hier hinstellt kriegt man nix das ist irgendwie schon diese Tote Zone oder wie das heißt oder wie das heißt du musst rufen vielleicht ja weiß ich nicht ruf mal ein bisschen hallo das hilft auch nix ich würde mich gerne umziehen ich fühle mich irgendwie so eingeengt nein der hat doch keinen Screen das soll er sich nicht machen oh der Arme in der Arbeit schon aber nicht in der Freizeit was ist mit dem Chat Leute es ist RP es kommt alles wie es ist es kommt alles wie es ist das was Ariane hat jetzt nur die Info seid jetzt ihr nicht böse bitte oder willst du ihn trösten und im echten Leben würdet ihr auch so reagieren warum schade ich keine Ahnung nur weil ihr jemanden schickt bitte kein Hate dagegen wirklich nicht vorlesen achso Eddie hat geschrieben ja richtig ich ruf dich gleich an willst du dich umziehen gehen? nein ich möchte sie sich auch umziehen gehen am Wohlfühl ja sie sagt dass sie für sich feit aber das stimmt ja nicht ach Herr Muskerer sie sind wirklich so lieb ja alles gut jetzt hab ich endlich Trauerkleidung an und kann meinem Bruder gebühren betrauern oh das tut mir leid gibst du dir so eine Vorgabe wie lange du das machen musst oder willst da kam mir immer was dazwischen ich hab's ja noch gar nicht gemacht ich denke so ein Tag das schick ausreichend gab's schon ein Begräbnis oder nicht? nein ich warte ja immer noch darauf dass man mir die Urne zuschickt war er sich schon im Krankenhaus? ich war im PD und hatte da nochmal nachgefahrt aber ich muss sowieso zum MD ich muss zum Psychiater den hab ich glaube ich auch ganz dringend nötig ja wenn sie das sagen dann von mir aus können wir da kurz hinfahren und diese Urne holen huch was war das? das war vielleicht die Urne warum sollte die Urne hier sein? die unruhigt die Frau doch nicht wir können doch mal nachhauen ob die da ist oder nicht es geht keine Urne oh der Herr Ägypter ach da vorne ist der Herr Ägypter der hat mich angerufen ja super oh nein diese Dame da hat meine alte Hose an da in der Hose hat man so einen tollen Po welche die hinter der Bar oder wie? die mit den roten Haaren ok muss ich fragen ob sie sie dir wiedergibt naja meine Hose ist sie ja nicht aber die werde ich verdammt die ist auch noch beim Eddie meine ganzen Sachen sind beim Eddie habt ihr euch getrennt oder warum redest du so komisch heute? nein nein natürlich nicht ok ist doch gut dass sie es ist ich würde das jetzt nicht ertragen wenn ich die Kleider oder drösten müsste ja aber er hat mir gerade gesagt er ist ich weiss gar nicht was ich sagen darf und was nicht alles also mir kannst du sicher alles sagen ok wer hier ist Polizist der ja ja Melanie warum bist du keine Polizistin? sollte ich? die Polizistin sind toll ähm naja er ist umgezogen er zieht gerade um achso das hat er mehr schon gesagt achso ok ich dachte schon ich hätte euch getrennt aber das hat so komisch gewirkt vorhin ja ich war nur ein bisschen verwirrt ja das habe ich schon gemerkt ja muss ja auch mit Informationen erstmal umgehen können dass er umzieht ne eine andere Information immer wieder reden und ich weiß es nicht ich glaube da müssen wir ganz gut reden ja da kann man nicht ja solltest du mit ihm reden geh mit ihm reden bitte erzähl es ihm bitte los ja jetzt geht er ja umziehen nach geht er mal schon in den Schlaf ich gehe jetzt mit ihm reden ne ich glaube ich mach das lieber ich mach das lieber morgen ich muss erst mal in der Nacht drüber schlafen ich bin ganz stark verwirrt ich bin ganz stark verwirrt ich bin jetzt natürlich dass das auch ein Gesetz für ihn hat können Sie mal kurz mit zur Seite kommen Herr Ruckum warum? ja ja du bist jetzt festgenommen wie warst du heute bei der Arbeit? sie verwirrt mich heute extrem Frau Bansch ja warum? ja weiß ich nicht weil sie ein bisschen verwirrt reden als sonst nö das ist ja nicht ja doch doch für mich schon so eigentlich muss ich was sagen aber nicht heute erst morgen und ich bin verwirrt wirklich hören Sie mal ich bin emotional geschädigter Mensch ich muss wirklich die Psychiater natürlich kann ich schlechte Informationen nicht gut auffassen ja okay ja aber vielleicht hilfst du dann zu reden schön ja aber Herr Musker ich kann nicht über alles frei reden wissen Sie ja das weiß ich das verstehe ich ist ja auch in Ordnung das ist ein großes Problem ich frage das ja nur damit es euch gut geht nicht weil ich euch auf die Kojones gehen möchte okay wo bekomme ich Sonnenbrillen die blickdicht sind okay das war ein super Übergang ja ja ich muss ja ein bisschen das Thema mal wechseln na ist super also hast du perfekt hinbekommen Herr Musker haben Sie vielleicht auch kurz Zeit ganz kurz nur wenn du mich auf die Kojones packst was hat er heute mit seinen Hoden lass ich drüber reden bitte okay er hat getrunken ach okay ich dachte schon du hast damit was zu tun ich wollte gerade nachbogen er hat getrunken der vielleicht hat sich noch nichts damit zu finden also das hat Melodie jetzt bestimmt gehört Melodie hast du es gehört meint das wird passieren ich bin überhaupt gar nicht neu gerichtet ich hab's jetzt voll überhört ja okay keine Ahnung was heute passiert dann hab ich das jetzt auch offiziell überhört wovon reden wir genau keine Ahnung was heute alles passiert ja Sonnenbrill Melodie Sonnenbrill oder Capri vielleicht beim Juwelier bei Ju... oh okay jetzt hab ich gelesen dass die auch da Brinnen verkaufen ich hab heute seltsam Menschen kennengelernt auf Venture ich hab ja ein Foto von ihm auf Venture gesehen da stand der zufälligerweise vom PD wo ich mein Fahrrad abgeholt hab mit so einer Käppi so einer rosanen braunen Jacke ich sag dir den Namen der Harald ja Harald ja er hat ein Foto gepostet heute ja ich hab das Foto aufgesucht den hab ich heute so oft gesehen der ist äh ja ich bin mit dem Fahrrad an ihm vorbeigefahren und hat er dich angesprochen ängstlich weggekommen bitte bitte gefällt der Herr Ihnen oder wie nein auf keinen Fall aber ich fand den super lustig ja wie ja die eine Dame fährt so oft bei den Herren vorbei in einer so großen Stadt da muss man sich schon denken was da dran ist wie gesagt er stand bei PD er stand lustigerweise genau an meinem Fahrrad er stand heute relativ oft am PD ja und er meinte er ist äh er ist er meinte er ist reich und er ist ein berühmter Influencer und er hat so viel Fans auf Venture ich hab ihn tatsächlich dann auch mal gebuddied war nicht ganz lustig und er meinte dann aber ja ich muss hier unbedingt Geld verdienen und dann dachte ich mir nur so ja vorwegen ich dachte der hat gar kein Geld was für den Lügenbold der sieht ganz komisch aus soll ich dich so eine Brillenladen bringen ja ich kann das doch später wahrscheinlich machen der ist ähm wo ist denn der Spaß dann erklär ich dir das kurz kannst du alleine hinfahren der ist ähm du weißt wo der LSPD ist oder nicht genau da ist gegenüber auf der anderen Straßenseite so eine Fußgängerzone da kannst du so Fuß reingehen oder auffahren und da ist auf der rechten Seite gleich so eine kleine Kleidungsladen die haben meistens äh an der Kasse so eine kleine Auswahl anbringend ok ich weiß wo es ist dankeschön super die Nada direkt nur mit dem Fahrrad hinrad und ich muss Frau Collins noch ist die noch im Dienst ich hab keine Ahnung ach stimmt nee ist ja Eddie am helfen beim Umzug schau ich hol mir diese Babyschaft entschuldige sie hast du wirklich dein Geburtstag allein gefeiert wenn du die ich will auch rumschreien man an wir müssen schnitzel ich hätte das auch der hat mich wieder an der Taxifahrer die die ich weiß es nicht ich guck nochmal wann das war das müsste gestern gewesen sein der Berichter wird ja das war gestern ich weiß jetzt müsste er mich ja wieder erkennen alles ok im Chat aber er ist halt mal gut abgelenkt ja das stimmt ich sag dir Melodie das ist die Hose die diese Dame da trinkt das ist die Hose ich war selbst von mir abgelenkt wenn ich an den Spiegel vorbeigelaufen bin oder ein Schaufenster ich musste da immer reingucken vielleicht sollten sie dann zwei holen oder zwei Hose ja wahrscheinlich oder einfach bei meinen Verloppen abholen wer mag das Leute warum schaust du die Lady so streng am Büschler was lauschen mir nicht dass es RPS und ich finde das ganz ehrlich voll spannend gerade Ich frage mich, wie das auch halt ausgeht, wenn, ich weiß nicht, wenn da jetzt so ein Thema da ist zwischen Eddie und Ariane, ist das voll spannend. Wer ist hier der Starr oder wie? Nee, der kann am nächsten Schauen nur zum Blindsehen. Womit, geht er schon weg, freiwillig? Möchte er schon nicht. Hm. Mach es halt. Lass es dir schmecken. Mach es halt. Baby, schaff ein Top. Schaff ein. Was? Mach mal lieber Lamm. Ja, Pan hat es gut im EP ungesetzt, dass ich nicht reden wollte, aber es war trotzdem Meter. Hä, wieso? Boah, da war es den Meter. Das schmeckt. Ich habe ja so reagiert, wie man in dem Moment reagieren würde. Wie würdest du ein, äh... Hä, wieso war das denn Meter? ...ein Lamm beschreiben? Was ist das? Wieso ist das Meter? Warum willst du es beschreiben? Lamm reicht doch. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum soll das Meter gewesen sein? Das ist das Baby von einem Scher. Und dass man es schätzen kann, dass man es isst. See? Aber... War kein Meter alles gut. Ja, deswegen bin ich auch so... Hä? Hä? Hier geht die Luzi richtig ab, was? Ja, richtig. Hörst du die Musik? Wupp, wupp. Wupp, wupp, ja. Ich nämlich auch nicht. Ja, da muss ja irgendwie jemand von uns hier singen. Ja, die Stimmung ist heute nicht so besonders. Es tut mir leid. Nein. Ich kann auch nicht besonders dazu beitragen, leider. Nein. Wenn du ein Lied singen würdest, Santi, dann würde vielleicht auch bei dir die Stimmung ein bisschen hochgehen. Okay. Glaubst du auch? Dann schreib mir mal einen Liedwunsch. Vielleicht habe ich Lust. Ich weiß nicht. Das, was dir Freude bringt. Ja, super. Du bist eine große Hilfe. Dann nicht. DuckTales vielleicht. DuckTales? Das DuckTales Intro. Intro. Wie geht das denn? Mal gucken. Uhu und so. DuckTales, uhu. Genau. Wunderbar. Das macht irgendwie immer gute Laune. Wunderbar, ich muss das mal gruseln, mal gobel. Aber ihr müsst damit singen, oder nicht? Nee, ich kann ja nicht singen. Aber ich höre gerne zu. Hä? Ich höre gerne zu. Warte mal, ich weiß gar nicht, was du noch schenkst. Ich brauche auch nur diese Melodie. Ich habe das Lied noch nie gehört. Den Text, den sehe ich hier. Aber das bringt mir alleine nichts. Ich gehe die Melodie. Dann hatten sie aber keine glückliche Kindheit, oder? Warum wäre das jetzt gemein? Nein, ich werde auch nicht gemein. Aber jeder kennt doch DuckTales. Oh, das kennt doch wirklich jeder. Der kennt das nicht. Was? Wir hatten keinen Fähnchen hier, no. Oh no, das tut mir aber leid. Ja, das kann man ja gleich sagen. Also bei uns ist das so, der fährt der was oft dazu. Ich habe mir was zu trinken, ich bin nicht traurig. Okay. Ach man. Besser. Okay, ernste Frage, wie war die Stimmung, bevor ich hier zukam? Ich brauche noch eine Wischung. Genau so. Wir haben eilig viel gelacht. Okay, ist alles okay mit ihm? Er hat mir gesagt, er hat Urlaub genommen. Braucht er mal Urlaub. Ich hol mir auch noch was zu trinken, ne? Okay. Das liegt nicht an euch mit der Stimmung, ne? Okay. Stressiger Arbeitstag, oder viele stressige Arbeitstage. Jetzt muss das erstmal so ein bisschen absacken, von ihm abfallen und so und dann geht das schon. Können wir da irgendwas machen? Hast du irgendeine Idee? Das war jetzt schon blöd mit dem Fernseher. Ich wusste nicht, dass er keinen hatte. Wir müssen ihn abfüllen. Da Kelskab, wirst du doch nicht sparen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Was? Dann fühlt er sich heute gut und morgen direkt wieder richtig schlecht. Mhm. Hallo. Wo eine stehe ich. Aber gut, ein Versuch ist es wert. Noch mal zwei davon, was er genommen hat. Was ist denn? Hallo? Ich bin mal gespannt. Was jetzt? Erwartet ihr gerade was von mir? Weil ich hab das dann nicht verpasst. Nee. Alles klar. Sie sollten sich vielleicht irgendwas Buntes anziehen. Das macht ihn mal glücklich. Okay. Aber ich kann nicht mehr fahren. Ach stimmt. Ja, toll. Die hat keinen Führerschein. Ich auch nicht. Ich bin aber letztens Auto gefahren mit Heskina. Das war wirklich sehr nett. Kannst du Auto fahren? Ich hab zumindest geschafft, gerade auszufahren. Oh Gott. Ist schon meine Wohnung. Was ist das mit den Kurven? Mit den Kurven. Ja, die bin ich auch gefahren. Okay. Dann fährst du. Aber ich hab auch zwei Bier getrunken. Dann fährst du. Ich weiß nicht, wie geht es dir? Mir geht es eigentlich ganz gut. Ja, dann fährst du. Mir nicht. Das ist überhaupt gar nicht viel Verantwortung. Ich werde mein Bestes geben. Ach, mein Handy. Ach, mein Handy. Ach, mach mal. Das ist aber schnell. Das ist ja irgendwie. Ich glaube, ich bin mit meiner Pobacke draufgekommen. Das ist ja ein Ding. Ich bin einfach rangegangen. Mit der Pobacke? Und dann war es direkt in deinem Mund oder wie? Was hast du für einen komischen Körper? Keine Schwagen. Alles klar. Sag mal, wie geht es dich? Na ja, ich werde gleich Autofahren. Nein, mir geht es ganz gut. Ja, jetzt wieder fährst du. Willst du Autofahren? Nein. Hast du einen Führerschein? Nein. Okay, wo bist du gerade? Ich bin in der Bar. In Elis Bar. Ach, ernsthaft? Ja. Ich wollte dir kurz die neue Wohnung zeigen. Kannst du gerade sein? Zeit? Ja. Dann sollte ich meinen Autoschlüssel wieder abgeben, oder? Äh. Wobei, weißt du was? Nee, ruf mich einfach an, wenn du Zeit hast. Okay? Nein, alles gut. Ich habe Zeit. Ich bin nur die Einzige, die nur zwei Bier getrunken hat. Nee, nee. Wirklich, ist alles gut. Ruf mich an, wenn du Zeit hast. Ich bin alle zu Hause. Du hast keine Ahnung. Bist du nicht müde? Ähm. Eigentlich schon. Ja. Willst du nicht überschlafen? Alles gut. Nee, ich will auf jeden Fall mit dir sprechen. Das ist wichtig. Okay, alles gut, Eddie. Okay, dann bis später. Bis später. Tschüss. Das war in Ordnung. Hey, ich glaube, es muss noch jemand anders fahren. Ja, okay. Wir haben das gerade auch diskutiert. Du bist eine gute Idee, weil... Ja, ich glaube, das war wirklich nicht gut. Ich würde jetzt, glaube ich, noch mal zu Eddie fahren. Wem kann ich den Autoschlüssel geben? Ja, mir ein bisschen, wie das ist ja meine. Ja, ich dachte, vielleicht fährt jetzt jemand anders. Ne, hätte ich das direkt. Okay. So, gucken wir mal. Fahrrad. Fahrrad. So, Moment. Da, natürlich, kommen wir hin. Hast du vielleicht mein Fahrrad geklaut? Wer, ich? Ja, Schöche. Ich habe eins von von Connets abgekauft. Ich muss dir aber noch Geld geben. Ja, dann hat Schöders vielleicht, ich glaube. Welche Farbe hat? Blau. Okay, ich meine, es ist grün. Das riecht schon streng. Okay. Da ist ein bisschen stärker, aber... Ja, dann, äh, ich lasse euch mal alleine. Wenn ihr gleich noch was vorhabt, sagt Bescheid. Ja, melde dich einfach, wenn du steigst. Dann bist du nicht im Druck, irgendwas zu machen. Wir können doch einen Roadtrip machen. Oder am Strand chillen. Oder sie sollen wirklich was Buntes tragen, Herr Moskera. Ja, ich gebe mich auch jetzt umziehen. Ich nutze diese Zeit, jetzt mir was anderes anzuziehen. Und dann kannst du dich ermelden, wenn du das hast. Okay. Beide Nummer steu ja auch, oder Ehre. Bis da, ich bin da. Bis dann. Bis dann, bis dann. Dann nichts an. Nee. Okay. Ah ja, klang nicht begeistert bei einem Telefonat. Leute, ich spiele das doch nur, Baden. Das ist einfach nur bei der Situation... Äh, natürlich klingt sie nicht begeistert. Natürlich klingt sie nicht begeistert. Das wird schon. Und, ähm... Aber ich muss sagen, ich will auch nicht, dass sie die ganze Zeit irgendwie jetzt so... Andauernd ist irgendeine Scheiße. Was ich natürlich eigentlich ganz gut finde, wegen Drama und so. Aber andauernd ist halt irgendeine Scheiße. Deswegen so... Warte. Und bitte, 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 bitte kein Meter, weil ich gucke extra nicht in die Streams und wenn irgendwas ist... Und ich sepple mal durch. Wie gesagt, ich war beim Na... Mein Na-Peter war gar nichts von mir. Ähm, wenn irgendwas ist, dann, äh... Dann verpisse ich mich auch direkt, weil... Ich will ja selber hier überrascht werden. Bitte, bitte kein Meter. Drama, RP, Beste. Ja. Okay. Oh nein! Oh Gott, der Skinner hat geschrieben. Howdy. Ari. Ähm, hat das gerne gemacht. Es gäbe nur so viel zu sehen, sofern ich sie zu einer neunten Tour einladen dürfte. Skinner. No! Ja, aber... Jetzt bin ich jetzt... Jetzt bin ich voll beleidigt, weil er das halt auch... Er hat es aber auch Dingens vorgeschlagen. Er hat es auch Melodie vorgeschlagen, ihm den Norden zu zeigen. No! Äh... Äh... Ja. Ja, hallo? Ja, ich störe es hier wirklich umgehen. Alles gut, ich stehe hier gerade an deiner Mülltonne. Was ist denn los? Ich habe mir bitte falsche Schlüssel gegeben. Er spielt nicht mein Auto. Okay, dann komme ich jetzt nochmal zurück von der Mülltonne und gebe ihm mal den richtigen. Es tut mir wirklich sehr leid. Obwohl, wir können Fahrrad gegen Auto tauschen, wenn Sie wollen. Wir könnten auch einfach meinen Schlüssel nehmen und ich habe den wieder. Ja, ich bin sofort da im Moment. Gracias, bis gleich. Mit rassistisch. Die haben gesagt, nee, du darfst nicht rein, dir Salami da bitte. Ach ja, da sehe ich es gerade. Das ist mir auch überhaupt gar nicht peinlich. Nehmt ihr den Schlüssel. Nehmt ihr den? Vielen Dank. Dankeschön. Sie hören auf und sind ganz schön zu beobachten, du kleine Spanne. Okay, dann pass auf die Glaubensspanne. Alles okay. Ja, auch. Sag mal, Herr Moskera. Aber jetzt hat er geduzt, jetzt kann ich auch duzen. Hätte ja klappen können. Nein, das war nicht extra. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Hey, ja, reinein. Hey, Eddie. Sag mal, wo müsste ich denn hin? Hey, was? Wo müsste ich denn hin? Wo ist deine neue Wohnung? Hast du einen Wagen? Nein. Okay, ich habe nämlich einen Wagen. Wo bist du? Eddie, du darfst doch gar nicht fahren, du hast keinen Führerschein. Äh, du? Du hast doch keinen Führerschein. Nein, habe ich nicht. Aber ich habe... Es hilft mir schon mal. Ja, okay, dann wird uns schon mal weiterhelfen, falls was passiert. Okay. Eddie, ich muss dich aber vorwarnen. Ich bin echt ein bisschen sauer auf dich, aber ich habe ein Outfit an, wo ich total fett drin aussehe. Das stört mich wirklich die ganze Zeit, weißt du? Hier. Ist mir wichtig, dass du das weißt. Ist okay, wir werden über alles reden, okay? Ja, okay, alles klar. Alles klar, und bist du noch beim Eddie Swappen? Ich bin noch bei der Bar, ja. Ähm, sehe ich dich? Ich bin hier gerade mit dem Bandung. Oh, warte, ich laufe hier gerade hinten am Taxi vorbei. Am Taxi? Ah, da bist du. Nee, warte, dass du links geht. Hey, wo bist du? Nee, nee, einen Moment. Warte, warte, ich komme gerade drauf zu. Ich komme von der anderen Seite. Bis gleich. Alles klar, bis gleich. Tschung. Tschung. Ich will gar nicht, dass sie sich streiten. Aber trotzdem muss es ihr. Hallo, Mrs. Ja? Guten Abend. Hallo. Oh, ich bin gerade, ich muss ganz dringend. Sie sind dort. Ich muss ganz dringend zum Auto. Hier? Hinter mir. Hier, geh durch, alles gut. Ja. Du kannst ruhig mal antworten auf SMSen. Du bist doch Frau von Eddy, ne? Ja. Ich tue dir nichts. Kein Problem. Geh schnitt. Du musst ja zum Auto. Da bin ich mir nicht so sicher. Was? Schrei mich doch nicht so an. Da habe ich jetzt geschrien. Ich habe überhaupt gar nicht geschrien. Sie schreien die ganze Zeit. Nein, ich schreie nicht. Ich bin mir einfach nicht so sicher. Und ich sollte jetzt wirklich zum Auto gehen. Warum haben Sie mich angerufen? Weiß ich mal, oh. Da habe ich immer, immer in Metern zu sein. Okay. Weiß ich mal, oh. Und zwar war dann so, der Walter hat bei mir anrufen und gesagt, ich soll offen, dich zu drohen machen. Habe ich dich gedrohen? Na ja, sie haben mir... Oh Gott, entschuldige. Ich habe dir einen Job angeboten. Ja, ich werde... Ein Moment, ein Moment, bitte. Hm? Ja? Erwöhne, wo zum Fegen bist du? Ich bin hier mit dem Herr Ägypter. Der hat mich erkannt. Ich bin aber auch nicht mehr verkleidet. Wo genau, wo genau? Siehst du meinen Wagen? Ich habe deinen Wagen gesehen. Ich komme da sofort hin. Ich sehe deinen Wagen. Ich sehe deinen Wagen. Ich komme sofort. Einmal... Wo schlägst du dir rechts? Hier, ich lauf gerade. Ich bin komplett in schwarz. Wo schlägt diesen Schwulzen? Ich komme gleich sofort. Ein Moment. Was auch mit dir reden worden? Ähm. Wenn der nötig ist. Ich weiß, dass der Herr Weiß das gesagt hat, aber... Ich habe hier und da gehört, dass ich ein bisschen auffassen sollte. Du bist so laut. Ich bin nicht laut. Okay. Meine Stimme ist sauer. Pass mal auf. Das hört sich jetzt aber bedrohlich an. Nein, nein, das ist so nicht bedrohen. Ich bin Taxifahrer, aber der versteht keiner. Ich bin Taxifahrer, ja? Ja. Ich sagte, wie ist. Ich bin Taxifahrer. Geschäfte war nicht gut. Money, nichts gut. So, und da musste man gucken, wo man bleibt. Und da habe ich immer so... Versuch, irgendwo Geld machen. Ich tue doch kein Wagen. Was haben sie denn gemacht? Ich habe... Ich habe so Infos... Falsche Infos sammeln. Von... Die weiteren sollte ich geben, den du nicht magst. Den Vampiren. Und den Vampiren habe ich falsche Infos gegeben weiter. Und so habe ich dann Geld bekommen ein bisschen. Aber ich will doch keinem was tun. Ja, dein Buch an oder schreib SMS. Okay, mach ich bis dann. Tschüss. Renin! Heilige Scheiße. Was ist los? Ich weiß nicht. Bis ist zu Hause? Ja, Entschuldigung. Ich wusste... Nein, nein, ich sehe nicht. Sieht gut aus. Nein, es sieht doof aus. Ich habe es voll den fetten Arsch in der Hose. Aber... Was hast du mit dem Ägypten gesehen? Er hat mich wieder angerufen. Und jetzt gerade hat er mich erkannt. Und was hat er gesehen? Er hat gesagt... Er hat gesagt, er ist Taxifahrer. Er hatte wenig Geld. Und er hat... Dass er mich nicht bedroht hat und nie bedrohen würde. Dass er wenig Geld hat. Und deswegen hatte er was ganz Böses gemacht. Und hatte falsche Informationen an den Vampir geliefert. Was? Wie? Was? Das hat er mir gerade gesagt. Wie genau? Was hat er denn... Er hat dir gesagt? Was für Informationen? Nein, ich habe mich beeilt. Ich habe gesagt, ich muss jetzt weg. Und dass wir vielleicht nochmal telefonieren. Ja, okay. Ja, ich weiß auch nicht. Ich vertraue ihm auf jeden Fall nicht. Aber, ähm... Also, ist jetzt auch eigentlich alles egal. Diese ganzen Vampir-Scheiße und so. Ich... Ich hoffe einfach... Naja, der ist schon... Wir kriegen der schon hin. Aber, okay, pass mal auf. Weißer Wald. Der hat dir gesagt, dass ich gesägt habe, dass du mir nicht wichtig bist und sowas, ne? Ja. Ja, ähm... Ich habe das tatsächlich zu dem gesägt. Das stimmt, ja. Weil, da... Als ich das gesägt habe, da war noch der Plan, dass ich, ähm... Dass ich... Die ganze Welt erzähle, dass ich das nicht mag. Okay, Eddie. Und wann wäre ich dran gewesen als Letzte? Ja, gar nicht. Das war ja der Plan. Gut, Eddie. Das ist ja schön. Hättest du mich nicht wenigstens einweihen können? Ganz im Ernst, Eddie. Das macht keinen Sinn. Warte, hör mal. Irm, mach ich jetzt, Leute. Ich habe bekannt, das war nicht so eine gute Idee. Und zwar, ähm... Aber der Plan war eigentlich... Weil damit wärst du zu 100% sicher, weißt du? Da hätt ich wenigstens das festgestellt. Dann wäre mir nämlich klar gewesen, dass dir nichts passieren würde. Weil dann würde halt jeder wissen, dass ich dich nicht mag. Und warum sollten die dann dir irgendwas tun, weißt du, was ich meine? Ja, gleichzeitig stehe ich aber als kleines Dummchen da. Die einfach von nichts weiß, wo es jeder andere weiß. Weißt du, wie scheiße das ist, Eddie? Ja, aber... Ja, weiß ich. Okay, noch eine Sache. Ja. Melody hat mir gerade was erzählt. Ja, okay. Und zwar, das stimmt nicht. Du kannst jeden Menschen auf der Welt fragen. Frag du Niski. Okay, dann sag, dann sag mir was. Dann sag mir was. Dann sag mir was hat sie mir erzählt. Die hat dir erzählt, dass ich geflirtet habe. Ja, und weiter? Eigentlich nur das, oder? Eddie, ganz im Ernst. Hä? Hä? Nein. Jetzt ernsthaft. Ich hör' nichts anderes. Ja, ich glaub dir das. Soll wir in deine Wohnung erstmal gehen? Ja, richtig. Komm. Wir gehen in unsere Wohnung. Ach, warte, hast du, du hast wieder Hunger? Nee, alles gut. Ich hab alles. Okay. Ja, die Hose ist tatsächlich nicht ganz so. Nee, die gefällt mir auch gar nicht. Ich guck nicht hin. Nee, ich guck nicht, ich guck nicht. Ähm. Also. Warte mal, was halt, wenn du den, äh, nicht, wenn du, doch, wenn du den gesägt. Genau das, was du mir gesagt hast. Aber denkst du, das Flirten ist ein Problem? Ich flirte doch selbst. Und was ist sonst das Problem? Nee, 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 nicht hier. Kannst du mir nicht glauben. Schade. Ist ein kleiner Weg. Oh Gott. Dieser Weg wird kein leichter sein. Glaub mir. Ja, steinig und schwer. Eddie, überleg doch mal, was könnte mein Problem sein? Du sagst die ganze Zeit, ich soll mit Polizeischutz, übrigens, was waren das für zwei Schlampen? Ich bin doch ein bisschen eifersüchtig, aber hör zu, hör zu. Das waren wirklich nur Schlimpen, äh, Schlimpen, keine Sorge, du musst dir keine Sorge machen, wirklich, die sind voll die Idioten. Hör zu, Eddie. Ja. Du warst alleine draußen ohne Polizeischutz und ich sollte die ganze Zeit jemanden... Nee, pass auf, es ist so. Ja, okay, warte, scheiße. Was denn? Ja, ich bin wirklich alleine draußen ohne Polizeischutz. Richtig. Und, guck mal, das Ding ist, ähm, das waren andere Zeiten. Seit ein paar Tagen ist mir klar, äh, das können wir vergessen mit diesem Posteleischutz. Okay. Die wichtige Sache ist, dass wir undercover sind und das war ich tatsächlich. Ich hatte eine Brille an und noch so eine Cap. Das hast du mir auch gesagt, ja. Ich hab sie auch direkt gefragt, welche Klamotten das waren. Aber sie meinte, dass du zu den beiden gesagt hättest, du wärst Single. Ja, richtig. Dass du sauer warst, als sie gesagt hat, du bist verlobt. Wie, wer war für sauer? Sag mir bitte, was macht das denn für den Sinn, dass du das zwei fremden Frauen sagst? Ja, aber wenn ich, wenn ich jedem säge... Guck mal, warte, ich zeig dir das. Ich zeig dir jetzt ganz genau, wie ich aussah, was ich gesägt hab. Komm mit. Und warte mal, warum weißt Menundin von allen? Sie hat gesagt, sie hat dich gesehen. Und weißt sie auch, dass sie mit, mit diesen Javan und mit Napian und so? Nein, aber Hermoskera war grad dabei. Okay. Ich hab ihr, ich kann dir gleich sagen, wie ich ihr, äh, das gesagt hab, wenn du möchtest. Alles gut, alles gut. Komm rein, erst mal. Welche? So. Schön sieht die Wohnung aus, ne? Ich weiß, es ist ein bisschen ungewohnt, aber... Naja, die ist ein bisschen kleiner, ne? Aber ich glaub, dass wir tun... Ja, wird schon. Die Couch ist jetzt nicht so meins, aber... Nee, die andere war viel besser. Na gut. Hm. Ähm, genau, deine Sachen sind, äh, komm mal mit. Scheiße, ich hätte mir das Urteil ja gar nicht nochmal kaufen sollen. Ich konnte es grad nicht aushalten. Äh, genau, hier sind deine Sachen drin. Oh, schön. Ich hab sogar ein bisschen ordentlich gemacht. Mehr oder weniger. Wirklich ordentlich. Mhm. Und, äh, dein Weihnachtsmann ist im Kühlschrank. Eddie? Kannst du dich einmal kurz umdrehen? Das ist mir ganz super wichtig. Na klein. Ich bin sofort fertig. Na klein. Oh, warte. Oh, Gott sei Dank. Eine Sekunde noch. Na klein. Okay, fertig. Oh, viel, viel besser. Ähm. Siehst du, das war nur die Hose. Ich hab gar nicht so'n fetten Arsch. Gut. Nee, du hast... Du hast ziemlich... Hast du abgenommen, oder? Ach ja, jetzt, wo du's sagst. Ja, ich hab ein bisschen auf meine Linie, weißt du. Äh, äh, willst du wirklich dich noch was anderes anziehen? Willst du da noch was anderes anziehen? Äh... Äh... Äh, nee, also... Ich weiß nicht, also... Irgendwie... Äh, dein Oberteil, ein bisschen, weißt du... Okay, Eddie. Red dich doch... Alles gut, red dich doch mal um. Okay. Okay, besser. Oh, ja. Okay, pass auf. Ich sag dir jetzt was. Und zwar, ähm, nur hinten, äh, das hier hatte ich, und das hier. Ja, aber die Kappe ist die neu? Ja, richtig. Was hattest du denn vorher für eine Kappe... Du hattest eine Mütze, glaub ich, vorher auch, oder? Genau, so eine schwarze. Ja. Richtig. Okay. Und so erkennt man mich nicht, oder? Ne, ne, so... Naja, sag ich mal, dein Kleidungsbild ist ja besonders, aber... Ne, ich glaube nicht, dass du nicht so die Hose suchst. Ja, richtig. Ja. Guck mal, die Hose, äh, den. Guck mal. Hier sieht man meine Unterhosen. Eddie, ich muss dir wirklich mal den Rücken irgendwann wachsen, wechseln. Äh... Okay. Ja, die Hose ist hoch, das ist cool. Ja, sind... Ja, das ist besonders, das ist ja... Da muss man lachen, wenn man schlecht die Laute hat. Das ist Kunst. Ja, das ist gut. Okay. Eddie, können wir trotzdem nochmal ganz kurz... Klein, aber warte, ich... Das ist natürlich heute... Immerhin die Brille, ja. Ja, warte. Kommst du? Klein! Okay, was ist denn jetzt dein Plan? Denkst du, du bist immer noch in Gefahr? Äh, ja. Äh, mein Plan ist aber... Ähm... Mein Plan ist, dass du... Wäre gut, wenn du dich ein bisschen an der Kabine verhebst. Wäre cool, wenn du die ganze Zeit mit irgendeinem... Also... Das Problem ist, Moskito... Äh, Moskito hat mir übrigens gesagt, wir müssen alleine klarkommen mittlerweile. Hat der tatsächlich, hat er mir gesagt. Äh, du warst ja schon alleine unterwegs. Ja... Ich auch. Du auch, ey! Ja, Mann! Ja! Sehr gut. Alles gut, es ist nicht schlimm. Ja, ist halt so. Weißt du, wir sind Menschen. Richtig. Ähm... Ja, wir müssen auf jeden Fall alleine klarkommen. Das heißt, wir müssen ein bisschen mehr undercover. So wie ich zum Beispiel. Guck mal. Erkennt mich keine. Überhaupt nicht. Aber ich frag mich, ob es auch ein schöneres Undercover-Outfit für mich gibt, als die... Pfandflaschen. Natürlich gibt's ihnen. Eine kleine. Den hab ich viel zu lange schon getragen, weißt du, damals und so. Damals? Wie? Ich hab doch zuerst Pfandflaschen gesammelt. Aber ich mag die Hose nicht, äh, ich bin jetzt echt cool. Und ich mag die aber auch richtig. Ja, ähm... Aber... Warte, ich war noch was, die... Ich möchte unbedingt eine Sonnenbrille haben, die, äh, blickdicht ist. Warte mal, stimmt. Wir hatten... Hier waren noch irgendwelche Sachen drin. Hatte der Vormieter noch da gelassen. Komm, und geht. Ich weiß nicht, ob das auch was für dich war. Wie, der Vorm... Warte mal, kannst du mir das kurz erklären? Äh, der Vormieter hat... Hatte die nicht mitgenommen? Nee, hat die nicht mitgenommen. Warte, verschwindet ich hier. Ähm... Ja, guck mal, was die Vormieter hier gelassen hat. Guck mal. Joints. Oh! Das ist ganz, glaube ich, dass diese Illegalen. Was ist, wenn die hier mal zieht, dann denkt ihr, die sind von unten? Ja, das ist nicht so gut, das ist zurecht. Ähm, nee, hier ganz unten. Warte mal gucken, ob der was für dich war. Ist ein... Drenchfolie. Was hat der hier gemacht? Das will ich auch nicht. Und diese Zipp-Longs. Ja. Nee, ist, glaube ich, alles für Männer ausgecheckt. Oh, wie schade. Ja, das tut mir leid. Chill, die gehen. Aber wir können noch was für dich kaufen. Da warte ich. Schließlich auch. Ich habe ja schon die Tür abgeschlossen. Warum hast du ein neues Auto? Das ist gar kein neues Auto. Hattest du das schon immer? Das hätte ich schon immer. Das war aber in der Rappel. So immer. Ach so. Damit sind wir doch auch an dem einen Tag rumgefahren, weißt du nicht mehr, als wir nach oben zu Mangold gefahren sind und die Wagen getauscht haben. Ja, stimmt. Entschuldigung. Ich dachte, du wärst mir dann irgendwie vor die Wand gefahren und dir dann noch in einer draufgefahren. Das sieht so aus. Nein, nein, nein. Ähm. Aber. Was ist mit Erste-Hilfe-Kurs? Führerschein? Ja, ich bin am Überlegen. Ja, ach so, ja. Erste-Hilfe-Kurs ist immer. Ich hab's noch nicht gemacht. Ja, klar, ist gut. Erste-Hilfe-Kurs ist immer Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Dienstag, Sonntag und Sonntag. Morgen ist Sonntag, aber ich glaube, dass wir nicht so um 19 Uhr, dass wir nicht so stark, weil morgen ist die Hochzeit. Ja, okay. Deine Fahrschule ist immer unterschiedlich. Da habe ich gerade volles Publikum, aber naja. Ich glaube, ich bin ganz froh mit der Kurs vorbei. Warum? Weil sowas immer peinlich ist, Eddie. Ist er Hilfe kurz? Ja. Ja, mehr oder weniger. Aber das war eigentlich ganz lustig, wenn ich ehrlich bin. Okay. Da musste man am Anfang so Rollenspiel machen. Ich hasse Rollenspiel eigentlich. Was? Ich weiß das wie die Pest, aber am Anfang... So was kann ich überhaupt gar nicht. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, ich auch wirklich gar nicht. Aber da musste man so tun, als würde man die Leitstelle vom MD anrufen und sowas. Das war ganz lustig. Ja, ich habe ja gesagt, ich hatte schon mal einen gemacht. Das ist so unangenehm. Dann steht man da vorne und muss sagen, Hilfe, Hilfe. Ich muss jemanden anrufen, er ist immer verletzt. Das ist so peinlich. Ja, richtig. Das ist echt peinlich. Ja. Ja, aber bist du mir sauer? Ein bisschen schon, aber einfach nur aus den zwei Gründen. Du hast mir nicht Bescheid gesagt. Ja. Und jeder wusste es, nur ich nicht. Weißt du, wie scheiße man sich dabei fühlt? Richtig, ich weiß, es tut mir richtig leid, aber das war ja eigentlich eine Idee, weil ich wollte dich doch schützen. Aber es wäre doch nicht schlimm gewesen, hättest du mir das auch gesagt. Was für einen Unterschied hätte das gemacht? Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Ja, und dann hast du halt nicht mit dem Polizeischutz, aber es hat sich ja gerade erledigt, wir reden nicht mehr drüber. Ja. Aber du solltest wirklich mit dem Flirten, bis ich... Ich meine... Ey, okay, ruf jetzt Kulinski an. Die war dabei, ruf jetzt Kulinski an. Nein, alles gut, ich bin nur gerade am überlegen. Okay. Du wirst gerade am überlegen, wofür du sein könntest, ne? Nein, ich... Ich hab... Guck mal, ich... Okay, ehrlich, hör zu. Ja. Wirklich nichts Schlimmes passiert. Ja, absolut nicht. Nein. Aber letztens hat mich... Herr Carsten und Herr Weiß... Die haben mich quasi entführt. Ja. Quasi haben die mich wirklich entführt. Dann haben die mich in den Norden gefahren. Und dann haben die mich bei Herr Skinner rausgeworfen. Ja, so, ja, hat er mir erzählt. Er hat mir erzählt, dass er da... Der hat mir erzählt, dass er rumgeknutscht hat. Was? Ist schon okay, Herr Renni. Nein, ich... Warte, ich hab nicht mit dem rumgeknutscht. Hat er mir aber so erzählt? Was? Ist schon okay, Herr Renni. Ich versteh das, wenn du mich nicht so doll merkst. Nein! Warte, ich... Ich hab nicht mit dem rumgeknutscht. Im Gegenteil... Ja, was denn dann? Wir sind... Er hat mir den Norden gezeigt. Und weißt du was? Ich hab dich relativ oft erwähnt. Ist das? Da meinte er auch. Ja, ich würd dir auch nichts machen. Okay, Herr Renni, guck mich an. Hat er das wirklich gesagt? Wann auch ruf ich den jetzt an? Nein, hat er nicht. Ich wollte nur gucken, ob du mir sägen würdest. Ja, das stimmt. Weil dann hätte ich nämlich... Boom, 200 IQ. Aber nee, okay, super. Freut mich. Sehr gut. Warte, gib mir eine Sekunde, ja? Das war nicht... Das war keine Lüge. Das war keine Lüge. Eine Sekunde. Das war keine Lüge. Okay, ich wollt nur... Okay, wir wären wieder bei 14. Oh, Mann. Okay, Eddie. Aber warte mal, was sind denn die anderen Lügen? Warum hab ich 14 Lügen nie im Leben? Ich hab Striche gemacht. Ich hab Striche gemacht. Ich kann mich nicht mehr erinnern, Eddie. Aber das kann doch gar nicht sein. Das ist ja ernsthaft. Glaub mir, bei dir kann das ganz gut sein. So, worüber reden wir jetzt? Also auf jeden Fall hab ich dich die ganze Zeit erwähnt. Und ich wollte sagen, falls du dir irgendwas erzählt, aber ja, das hat er dann... Nein, der hat mir nichts erzählt. Er hat mir halt erzählt, dass ihr zusammen was gemacht habt, aber... Ich bin zu einem Auto gefahren. Ich vertraue dir da auch, ganz ehrlich. Echt jetzt? Ja. Kannst du das? Nee. Ja, doch, kann ich, aber war ein bisschen peinlich. Was war das für ein Auto? War das automatisch, oder? Weißt du, das war ein Automatik-Auto. Ja, okay. Ja, dann ist ja einfach. Dann kann man ja echt nichts falsch machen, oder? Okay. Was denn? Was denn? Aber noch eine andere Frage. Herr Muschera geht's nicht so gut. Der hat die ganze Zeit heute wirklich schlechte Laune gehabt. Ähm, ja. Den würdest du auch wahrscheinlich den nächsten Teil, den ich gönnste, nicht gönnen. Ähm, weißer Wald ist nämlich ein Arschloch. Und der hasst mich über alles. Ich hab was Neues. Ne, ne, pass auf. Also, weißer Wald ist ja so, der ist ja ne Switch. Ne, kennst du Switch, Reload? Nicht so wichtig. Also, ne Switch ist der Typ. Und manchmal mag der mich und manchmal hasst er mich ab und tief. Und jetzt hat er wieder ne Phase, wo der mich ab und tief hasst. Von jetzt auf gleich. Weißt du, vor ein paar Tagen hat er mir gesagt, hey, Eddie, ich bin so stolz auf dich. Du bist wirklich mein Sohn für mich. Ich finanziere deine Hochzeit, dies, das. Und dann am nächsten Tag, äh, versucht er, die Verlogung zwischen uns wieder zu ruinieren. Indem der dir diese ganze Sache erzählt. Übrigens, Eddie, du hast das doch gesagt. Ja, richtig. Hab ich auch, richtig. Aber, weißer Wald, weiß ganz genau, wie ich das meinte. Ich hab den, danach sogar noch erzählt. Bulinski hat dem danach sogar noch erzählt, dass ich das nicht so meinte und dass das, dieser Plan war von mir. Also, weißt du, was hast du ihr gesagt? Ja, natürlich. Okay. Bulinski vertraue ich zu 100 Prozent, hab ich dir ja gesehen. Ja, ich vertraue ja auch. Ich schaue dir noch 400 Dollar. Ach, nee, du musst dir glaube ich nicht zurückgeben. So, auf jeden Fall, ähm, genau. Weißt du, er hat mich gerade auf den Kieker und deswegen hat er auch tatsächlich meine Freunde auf den Kieker. Und zwar, Bulinski zum Beispiel. Und jetzt auch Moskito anscheinend. Er hat Bulinski die ganze Zeit angerichtet gestern und, äh, die haben gerade auch jetzt müssen. Die haben sich angeschrien und jede Konüste. Bist du? Ja, nur wegen mir, weil... Weil Bulinski vertraut mir halt und Weißer Wald denkt, ich wäre ein Arschloch oder so. Ich wäre auf Narbis Seite oder so, denkt er wahrscheinlich. Das bist du doch gar nicht. Nein, natürlich nicht. Aber der kennt halt einfach nicht, der kennt mich einfach nicht so gut wie Bulinski oder du. Aber, ist auch egal. Deswegen ist nämlich das Problem, der hat wahrscheinlich auch Moskito auf den Kieker. Der hat mich gerade angerufen und gesagt, Weißer Wald, gefällt das nicht, dass ich die ganze Zeit, äh, mit dir unterwegs bin. Und der will die Tage mit mir reden. Der hat echt sich ein bisschen down gekümmelt. Ich glaube, ich habe echt Angst zu mir. Äh, wenn der, ich meine, wenn der jetzt irgendwas passiert wegen mir, würde mir echt leid tun, Mann. Ich glaube nicht, dass da irgendwas wegen dir passiert. Wer will mit dir reden? Herr Moskera oder Weißer Wald? Der weißer, Weißer Wald will mit Moskito reden. Und der hat sich echt nicht gut darüber angehört. Sollen wir den heute irgendwie aufmuntern? Das wäre eigentlich echt gut. Ach, nee, warte, du, nein, nein, warte, du wolltest schlafen gehen. Ich wollte tatsächlich schläfen, ja. Du solltest schlafen gehen, ja. Ja, ich habe mit dem Umzug und so. Ich habe tatsächlich das Gissen mitgenommen, übrigens von den letzten Monaten. Oh, ja. Weil das war so gemütlich. Ja, das ist aber schön. Und die Deckel, deswegen auch der Handabdruck. Ach, das hast du extra gemacht, damit man sich wieder wohlfühlt. Ja, das ist ja. Genau, richtig, richtig. Das ist nicht so schön wie das andere, aber geht schon. Aber kannst du mir was versprechen? Ja, in klein. Aber echt jetzt? Ja, wirklich. Wenn irgendwas ist, dann weine mich bitte in den Plan ein, weil das echt blöd ist, wenn ich das nicht weiß. Guck mal, das Ding ist, wer wirklich ist, wirklich 100%. Ich habe jetzt auch mit Golinski, ich habe mit den Monkeys, hatte ich wieder einen Eminem. Da haben wir über dich gesprochen. Und, ähm, weil das Ding ist, die haben ja auch gesägt, die glauben, ich wollte dich zu sehr schützen. Ja, da ist ja nichts verkehrt, aber... Doch, schon ein bisschen, weil ich habe, gestern, das wird Overn Protektor, ne? Ja. Das war ich, haben die gesägt. Ja, aber guck mal, mir geht es doch gut, ich suche mir doch gar keiner was. Ich glaube, immer noch, dass ich... Keine Sorge, wie ich fährt an der Kammer gehen. Ich suche mir gleich Klamotten. Okay, das wäre cool. Ich suche mir gleich eine schöne Brille, eine Kappe und dann sollte das eigentlich gehen. Was ist denn? Äh, eine Sache, die noch sägen sollte. Äh, also sie hat hier geschläfen. Ähm, komm mal kurz. Stimmt, voll vergessen zu sägen. Äh, sie schläft da. Wir sollten leise sein. Verdammt, haben wir den vielleicht aufgeweckt. Scheiße. Aber wir haben ihn bestimmt nicht aufgeweckt. Nee, ich glaube nicht. Ja, m-m. Na gut, ähm. Das fängt ja gut an mit dem Alles-Sagen, aber das ist ja okay. Ich habe das vergessen, tschuldigen wirklich. Soll ich mir nicht lieber eine Wohnung... Weil der hat auch bei der Dings gehelfen. Bei der... Beim Umzug, ach so. Beim Umzug, richtig. Ach so, ja, dann ist ja alles gut. Ja. Ja. Ja, sollte ich mir nicht auch nur Wohnung sicher lassen, gepflegt, ne? Ja, ich bin am überlegen. Ich meine, Hotel ist ja ganz schön, aber da ist keine Küche drin. Ja, wäre eigentlich echt gut, wenn... Also, das ist voll scheiße. Ich meine, das wäre voll cool, wenn wir zusammen... Also, wenn ich der... Wenn wir zwei Schlüssel hätten. Ja, das wäre ganz cool. Schade. Ja, schade. Der wollte mir nur einen geben. Hier in der Nähe ist nichts frei und wahrscheinlich kann ich mir das nicht leisten, oder? Ne, ich glaube nicht. Wenn, dann müsstest du in das Haus. Da, wo ich gewohnt habe. Aber mir haben Leute gesagt, ich soll da nicht hingehen. Das wurde relativ oft gesagt, ich soll da nicht hingehen. Ja, ist auch richtig so. Aber es gibt da so ein Gebiet, da geht es doch klar. Das ist nämlich da in Strawberry. Da, wo dieser eine Typ gesagt hat, Hey, das ist mein Königreich. Das ist ja komisch, weiß noch, dass er mir dir war. Ich war mit Melody da, da tanzen Frauen nackt. Genau, richtig, genau. Ich hätte da sonst gearbeitet, aber ich bin nicht mehr so. Ja, ich habe das auch mal gemacht damals. Das war nur damals für einen Mann lange Geschichte. Lange Geschichte war eine Wette, alles gut. Ja, ich habe Zeit. Ich habe sehr gut. Nein, alles gut. Du kannst mir gerne erzählen, die Geschichte. Na ja, wir sind in den Club gegangen. Dann hat er mir halt gesagt, okay, du traust dich bestimmt nicht, das zu machen. Dann gab es eine Wette und ich war besoffen, so wie immer. Ja. Ich wollte eigentlich gar nichts machen. Dann war ich plötzlich nackig, ja? Ganz nackig. Jedenfalls, apropos besoffen. Irgendeine Freunde haben mir erzählt, weil ich weiß ja was, Geburtstagspartien. Ja, mir hat Melody da was erzählt. Die haben mir erzählt, wir haben es ja umarmend. Ja. Das ist ja nicht schlimm. Ich bin mir nicht daran erinnert. Ich habe, hör mal, ich habe auch ein bisschen rumgefragt und ich habe, also bei Hiskina war das ein bisschen komisch. Ich habe gefragt, Entschuldigung, weil ich das an den Tag gemacht habe. Aber habe ich sie vielleicht angeflirtet, wenn er sie getrunken war? Dann meinte er, nein. Ich denke mal, er sagt ja die Wahrheit und dann habe ich noch, dann habe ich sie noch gefragt. Ich bin auch, tschüss, Entschuldigung. Warte, warte kurz. Ja. Ja, super, kann ich gleich wieder reingehen? Ich muss kurz die Luft abnehmen. Ja, ja, eine kleine. Oh, das ist schlau. Ja. Ja, zumindest habe ich außer Herbus Kera keinen angeflirtet, aber das war wohl auch eher so spannend. Okay, ja, ist kein Problem. Du wirst mitreden, alles cool. Ja, dann macht man halt Sachen. Ja, ruhig, ruhig. Ja. Wenn ich. Ja. Wissen? Nicht, ja. Willst du mich nachmachen? Ich habe es versucht. Na gut. Hey, Assi, guten Morgen. Hallo. Alles gut bei dir? Ja, ja, super, super. Okay. Ich bin mir leid, ich wollte dich heute im Richtigste machen. Nee, nee, alles gut. Wir waren schon fertig. Alles gut bei dir? Hast du gut geschläfen? Ich habe gut geschläfen, ja. Und selber habt ihr gut geschläfen? Ja, an sich ja. Ich bin aber immer noch ein bisschen müde. Wir haben den, äh, wir haben den Dings gemacht heute. Ich habe schon gesehen. Ich habe schon gesehen. Ich habe deine Sache wieder reingekriegt. Ja, danke. Und dann, hey, Rudi und so. Äh, Rahim kommt gleich ab. Kommt gleich und holt mich ab. Ah, okay, korrekt. Ähm. Ja, das ist ja lieb. Dingens. Ja. Eigentlich wollte ich mit euch irgendwas machen, so greiten-spielen-mäßig oder so. Hättest du, äh, hättest du los? Eigentlich schon, ja. Ah, jetzt ist schwer, ich bin gerade ins Fach geworden. Ja, also willst du, okay, alles gut. Also lass mich möglichst kurz im Dienst gehen, eine Stunde oder so. Und danach kann ich nicht mehr. Alles klar, okay. Ja. Deswegen, ich wollte mich da mal blicken lassen, da habe ich noch was zu tun. Okay. Deswegen. Und diese irgendwelche anderen Videos, wie du das bist. Können wir machen, können wir alles machen. Können wir alles gucken. Okay, alles klein. Und, äh, Arane, wie geht's dich? Ja, mir geht's ganz gut. Wolltest du gleich ein bisschen einkaufen gehen? Äh, äh, hier, mach mal Mama, du. Wie, mach also, ich mach mal, du? Hier, ich gehst du schon mal, du? Nein. Hier, Mama, du. Ja, das ist mein Name, mein Name ist Mama, du. Wie geht's dir? Super. Ja, aber wenn du sagst, hier, mach mal Mama, du, dann ist nicht so lustig. Ja, ich weiß. Er hört sich ja fast so an wie der Ägypter jetzt. Was? Äh? Äh? Was machst du denn so? Äh? Äh? Nein, nicht wie der Ägypter. Ähm, ja, warte, mach mal, ähm, Dunnen. Äh. Ja, shit, Mann. Ja, warte, du, was Klitoris. Äh, nein, nicht Klitoris. Das weißt du, wer auch richtig gehört war. Glitis. Glitis, ja, richtig. Richtig. Ja, shit, Mann. Wie Klitoris war wer anders? Boah, die Motorräder da draußen. Seid, mal löse. Äh, das, äh, weißt du, äh, weiß der, will ich das Biker pugen? Vielleicht ist er das gerade. Äh. Äh. Entschuldigung, ich bin heute noch ein bisschen da durch. Äh, ja, auf jeden Fall nicht. ich gehe jetzt mal im dienst und danach mit welchem wegen kommt er ich frage mal kurz dann könnten die die stellen fähren mit dem balken ja 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 gut ich würde mir jetzt noch irgendwas machen ich mache mir jetzt ein ich kann jürgens maxi jürgens oder takos ich kann richtig viel gerne gerne oder ich mache lieber ein verformes das geht um schießen da sind diese insten ich habe nicht genug öl für den backofen ist schon überlegen okay da war ich einfach ich habe übrigens jemanden kennengelernt der heißt ihm ist mir richtig cool ich habe heute auch jemanden kennengelernt und zwar hatte die grippe oder wie also melodie schreibt das hat die gerade am flirten ist mit anderen frauen da habe ich jetzt geschrieben irgendwie der ist am flirten wer santi mit anderen frauen habe ich geschrieben was soll ich gleich das ist echt blöd dass ich hier kann dass ich mein fahrrad jetzt nicht habe ich bin schön du bist du dein eigener mann oder deine eigene frau weißt du die melodie hat gerade ein problem und zwar ist die ganze zeit mit ähm muskera unterwegs echt ist die sind beide auch ganz schön mögen die sich scheint so sie mag ihn auf jeden fall glaube ich und jetzt ist er die ganze zeit gerade mit anderen frauen am flirten ja ich fühle mich ich habe es auch noch nicht so ganz darauf schuldigen was macht er doch eigentlich nicht oder mosquito ja also hat heute sehr viel getrunken und er wollte weiter trinken das macht er tatsächlich öfter schuldigen ich habe gesagt wenn ihr was tun kann sagt bescheid ich habe kein meter ich habe mit er eine gespräch bitte vergiss nicht dass es arane das ist paan bitte vergiss das einfach nicht ja ja arane sicher bitte was sicher dass alles cool ist bei mir oder bei zwischen uns zwischen uns ja ja hat ja gesagt wir sitzen nicht gut hier aber arane traut jetzt nicht sofort in nanny glaube ich wenn du irgendwas die hüge mit dem Gapier hat mich angefangen letztens ich würd so wahnsinnig lehrt ich würd so wahnsinnig lehrt schau doch ich bin für dich da sagt ihr einfach danke für alles okay okay pass auf dich auf ja okay hab dich lieb schon der klang gar nicht gut ja der klingt den ganzen Tag nicht gut ich glaub der hat echt Angst wegen Dingens wegen weißer Wald der muss doch keine Angst haben vor dem weißen Wald ich zeige das auch schon euer weiß ich verstehe sie doch ganz gut ich weiß nicht ja aber weißt du was das Ding ist wenn weißer Wald mich nicht mag dann mag der auch nicht meine Freunde hab ich ja gesehen an Golinski hast du mal mit Herrn Weiss geredet ach du scheiße ähm äh nee hab ich nicht der soll sich erstmal bei mir entschuldigen äh scheiße auch schon er sollte wirklich reden glaub ich warum hast du scheiße gesagt äh weil ich jemandem die Vorfahrt genommen hab ich muss ja gleich noch deinen ähm ist das hier nee äh eddy du bist eins zu weit ne ich weiß das aber nur Einmannssträße man darf deine Spür eddy du hast ja wirklich ne Führerschein bei etwas ja klar was hast du denn gelehrt bei mir aus der Hilfe Kurs ähm wie mein mit wem mit Moskito oder wäre ich gern dabei gewesen ich muss dir noch was geben was denn warte 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 hab ich's denn noch mal wo hab ich's denn noch mal ach ja da ist es ja mhm dein Fahrrad steht da vorne äh das grüne ist von mir das grüne das grüne ja ach hat Golinski dir das gegeben genau genau die hat mir gesägt die hat eins für dich geschwischt ja hab mich voll gefreut das ist echt schön okay okay alles klar super dann ähm geh schlafen oder Kartenspielen oder Kartenspielen genau ähm ja das ist übrigens voll cool dieses Kartenspielen wenn du mal Lust hast sag mal Bescheid ich bring mir das bei ich weiß nicht wenn du ist richtig kompliziert ja sag Bescheid wenn du gleich noch wach bist und noch irgendwas machen möchtest nur falls okay ja ja ansonsten schlafen äh warte wie machen wir das eigentlich jetzt schläfst du im Hotel heute ja ich glaub ich schlafe im Hotel ist das okay für dich wenn du sicher bist ich will dich einfach nicht wecken ich weiß nicht wie lange ich jetzt noch hier rumlaufe oder rumfahre ja ja klar ne ne ist okay ähm du musst sicher sein okay ja auch Eddie ich glaub nicht dass mir was passiert ich bin nur die ganze dann hin und her überlegen ob ich den Ägypten anrufen soll oder nicht äh äh er wollte mir das irgendwie alles erklären und am Telefon steht er ja nicht direkt vor mir weißt du das Ding ist ja kannst du machen aber sag nie wo du bist und sag nicht wieder aussiehst du oder sowas keine Ahnung okay okay und äh ruf Rulins gerne okay okay mach ich und erklär dir alles mit Jaffa und so okay mach ich sollst du vielleicht sonst noch irgendwas fragen war da nicht grad noch irgendwas äh ja mit dem Flirt das kannst du auch kriegen ach Eddie es geht mir es geht mir eigentlich auch um das Flirten weißt du aber um das alleine rausgehen das hat sie hier geklärt weil ja scheiße ich war ja auch alleine draußen es tut mir leid okay ab jetzt wird wirklich alles anders wenn du aber wirklich irgendeine andere Frau findest Eddie dann sag mir bitte rechtzeitig Bescheid weil sonst gibt's Ärger ich find keine andere Frau ich brauch auch ganz lange Zeit weil ich werd ja da oben die ganze Zeit bei ihnen weißt du nein das werd ich nicht zulassen okay alles okay ich bin das doch gewohnt weißt du seitdem ich hier bin bin ich nur am heulen nein was Entschuldigung ich bin einfach noch ein bisschen bisschen deprimiert wegen meinem Bruder und wegen ach ich muss echt zum Psychiater hier pass auf ruf Rulinski ein ihr holt euch ein wunderschönes Outfit für morgen für die Hochzeit ja und dann werden wir morgen auf die Hochzeit richtig gespeist haben okay Hochzeit war um 19.30 Uhr ja irgendwie so keine Ahnung ich hatte mir das ich hatte mir das ich hatte mir das irgendwo aufgeschrieben naja ich kann ja gleich einfach mal gucken okay ähm tut mir echt leid für alles okay ja mir auch glaube ich ich hab gar nichts gemacht du hast nichts gemacht nein okay dann ich werd nichts mehr tun ab jetzt besprochen ja und wenn dann wenn dann werd ich dir das lass es mich einfach wissen Eddie ja ich werd nicht die einzige umwissen sein es echt scheiße ja weißt du ich hab er weiß eigentlich erstmal gar nicht geglaubt dann hat er aber das mit dem Eid gesagt und was für ein Eid er hat gesagt er würde ein Eid drauf schwören und Frau Collins war dabei und sie hat gesagt ja der Schief lügt eigentlich nicht äh äh ja der Schiff lügt eigentlich äh ich glaub sie musste das wahrscheinlich sagen weil er ihr Chef ist ja ja das ist ja auch das Ding bei Groninski manchmal ist die zu schlichtig also ich vertraue ihr eigentlich aber manchmal ist es ein bisschen komisch was den Schief angeht aber aber muss ich dir sagen Eddie dass ich wirklich ein Vertrauensdefizit mit meiner Einfassung gegenüber hab äh ja das kann ich voll verstehen auch bei mir ein bisschen ja kann ich auch verstehen das ja ich weiß das ist meine eigene Schuld tut mir leid aber ich werd dir zeigen ab jetzt nicht mehr ok ab jetzt ich sag alles alles gut Eddie geh ins Bett mach ich du siehst richtig müde aus ja okay dann schuldig ja hab viel Spaß ok alles gut viel Spaß beim Würfeln falls du wirklich würfelst oder wenn du wenn du schläfst Kartenspiel haben wir eigentlich gesägt aber ja ich kann dir ja Entschuldigung warte mal alles gut oh mein Gott ok ich glaub ich muss wirklich nach Addys Pub gut ok alles klar dann viel Spaß dir auch und schlaf schön bis morgen bis morgen ich werde jetzt mal ganz genau ach der Arme ey ich hasse so Verabschiedungen die sind immer so unangenehm Das ist so unangenehm. So, warte, warte. Ich werde ihn gleich sofort zurückschreiben. Jetzt müsste er die Ariane hochfahren. Das wäre so lustig, ey. Das wäre so lustig. Ein Knutschi? Nein. Ariane beim Stehen. So, warte. Ich habe geschrieben, er flirtet jetzt mit Mary, der Besitzerin vom Pub. Ich habe geschrieben, ich komme vorbei. Ich komme vorbei. Bin auf dem Weg. Ernsthaft? Das Ziel geschrieben, nee, alles gut. Ernsthaft? Willst du das alles alleine durchstehen? Sowas tut doch weh. Ist da die Action-Melodie? Ist gerade die Action-Melodie. Leute, egal was ihr wohl im Streams sieht, sagt es mir doch bitte nicht. Und hatet auf keinen Fall die Spieler, Mann. Hatet auf keinen Fall die Spieler. Denkt euch einfach, ich gehe einfach weg. Durchstehen sie die zusammen oder was? Ja, nein. Aber, mein Gott, als Freundin, als Freundin, ich muss mich auch gar nicht rechtfertigen. Wenn Melissa, meine beste Freundin, wenn die irgendwie sowas hätte und wäre so ein bisschen am Anbandeln mit denen. Ariane hat ja gesehen, dass die so ein bisschen mal anbandeln sind und Nummern austauschen und so. Und wäre das einfach dann so ein Arschloch, der, also jetzt Melissa sehe ich, wäre das einfach so ein Arschloch, der dann aber mit anderen da rumflirte. Wenn er dann aber mit ihr da ist, also ich bitte euch, natürlich würde ich dann als Freundin irgendwie sagen, ey, was? Ja. Der Chat hat noch viel über RP zu lernen. Ja, genauso wie ich. Genauso wie ich. So. Deswegen, als Freundin, wenn das Melissa wäre, so stelle ich mir das zum Beispiel manchmal vor, um hier eben so realistisch wie möglich zu reagieren. Wenn das Melissa wäre, würde ich jetzt tatsächlich trotzdem zur Bar fahren. So, ich schreibe jetzt, okay, mach dir, sie hat geschrieben, ich gehe jetzt einfach weg, mach dir keinen Kopf, der ist einfach nur betrunken und hat zurzeit wohl keine gute Zeit. Liegt sicher nicht an dir. Ah. Das Melissa, meine allerbeste Freundin, meine beste, beste Freundin, wenn zum Beispiel jemand Ariane irgendwas Böses will, ne? Was es sicherlich gibt. Ähm, also wenn der Streamer jetzt zum Beispiel mich lästert, ist er sehr scheiße, aber wenn der Charakter irgendwas Böses mir will, dann ist das Meta, wenn er mir das im Chat schreibt und das ist einfach ein Rollenspiel. Natürlich passiert sowas, das soll auch passieren. Genauso wie ich manchmal hoffe, dass ich doch entführt werde, ey. Wisst ihr? So. Und ich muss zugeben, wenn Melody sogar so eine kleine Troublemakerin wäre, wäre es auch super interessant. Super interessant, weil sie hat Arianes Vertrauen, äh, sie hat Arianes Vertrauen total gewonnen. Ariane vertraut ihr, äh, weil die halt, sie verstehen sich einfach, es hat halt einfach gefunkt. Sie hat, äh, Ariane nicht angesprochen, sondern Ariane hat sie angesprochen, deswegen kann ich, oder kann sich Ariane auch sicher sein, dass es jetzt keiner irgendwie von der Mafia oder sowas ist. Das wird, äh, wäre schon ein sehr, sehr großer Zufall. Bin ich auch nicht, ich bin jetzt, glaube ich, richtig beim Piddy, ne? Ich musste hier hinfahren. Ja. Pami, würdest du deine Tochter oder deinen Sohn nennen? Kind. Ich würde es privat, äh, privat nennen. Nicht böse sein. So. Was denn, ist da? Ich sehe keinen Dennis. Hat er was gesagt? Achso, ihr meint hier, warte, meint ihr jetzt den Namen, Dennis? Ich bin scheue, dann habe ich nicht Dennis. Oh Mann, das ist jetzt eigentlich, äh, das ist halt echt blöd, dass, äh, das sind selber nicht streamt, deswegen, das wäre halt, das wäre halt blöd, wenn jetzt irgendwas krasses, dramatisches, so in Trennung und so, das wäre super blöd. Warte mal. Ach, guck mal, gute Nacht, Arane, pass auf dich auf. Warte, wir arbeiten an einem Lügenproblem, klingt so wie ne, wie so ne, wie so ne, ähm, wie so ne, ähm, wie so ne Pädagogin. Ich heiße Dennis, nein, Drussi, es tut mir so lange, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Ich meine nur, wie kann man nur Dennis Wert heißen? Jetzt, ich heiße Dennis Wert. Äh. Dies macht dir keinen Kopf, schreibe ich jetzt auch hier. Ich heiße Dennis Wert. Also, ich habe geschrieben, du auch auf dich, Eddie, mach dir keinen Kopf, nur sag mir, falls du irgendwelche Pläne hast oder sonst was, ich will sowas nicht nochmal über andere erfahren, vor allem, wenn ich diese noch gar nicht so lange kenne wie dich. Aber ja, Ariane hat definitiv jetzt mit allen, bei allen Vertrauensdefizit. Und ich würde jetzt, ich kann nochmal gucken, zum PD fahren und da in diese Einkaufsstraße. Hallo. In diese Einkaufsstraße und wirklich gucken wegen so einer Sonnenbrille. Jetzt kann man Ariane einfach wegschnappen. Nein, warte. Nein. Nein, äh, musst du nicht mir echt leid schildigen. So, alles, alles gut, Eddie. Warte mal, nein, du willst, äh, wie hast du, 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 ich, oh komm, wie kann man nur so schreiben? Ähm, äh, alles, hier, Gamestar-Kommentare, nein. Ähm, alles gut, Eddie, ähm, äh, 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 äh. Echt, mach dir keine Sorgen, aber kümmere dich morgen nochmal um, ich weiß immer nicht, wie man Muskehra schreibt. Santi. Hahaha. Könnte ich doch. Morgen um Santi. Echt doof alles. Schlaf schön. Ich liebe es, dass ich ein kleines Navi jetzt habe, wenigstens, ach, guck mal, ich fahre immer hier bei den koreanischen Schriftzeichen vorbei. Ich würde eigentlich im Hotel wohnen bleiben oder irgendwo da in der Nähe, ich finde das cool. Da ist das Gebäude, Dream Tower. Wenn ich am Dream Tower vorbeifahre, links, komme ich zur, äh, Tankstelle, ist schon mal ganz gut zu wissen. Modernes Fahrrad, hä, voll das schöne Fahrrad, guck mal. Hammer. So, ATM. Ach, Frau Connick soll hier noch anrufen, stimmt. Danke, danke, Donut, so voll das schlechte Gewissen, voll, der macht voll das schlechte Gewissen, ey. Ich stehe gut. Umfassbar, kann man nur so schreiben. Ja. Ich weiß halt, ich muss ganz ehrlich sagen, dass es immer noch nicht auf einer Hochzeit stattfinden wird. Ah ja, der hat ja immer noch diesen kleinen, ähm, hier die Winkelkatze. Da, oh, warte mal, ich muss ganz kurz, zack. Ich will einen Führerschein haben. Seht ihr noch diese kleine, oh, guck mal, ich brauche gar nichts zu verdingen. Ähm, warte mal, aber ganz kurz, ich muss Geld abholen. Ich muss wirklich Geld abholen. Dann schließe ich da runter. Dann schließe ich halt halber ab, weil ich so paranoid bin. Dann gehe ich zum Automaten. Aber komm, ich dachte wirklich, es ist so. Oh, peinlich, ey. Mann. Dann gehe ich zum Automaten. Dann hole ich mal Geld ab. Und zwar so. 300. So. Weg damit. Es ist so peinlich einfach, ey. Die ganzen Sachen, von denen ich denke, dass sie so super kompliziert sind. Und das war voll scheiße, was man es gerade angesprochen hat. Das ist so peinlich immer noch, ey. Und ich dachte, oh, das ist genauso wie beim echten Auto. Boah, das hat die aber cool gemacht, ne? Wie geht das? Scheiße. Mega peinlich. In Köln schneit es gerade. Ja. Wir haben gerade rausgeguckt. Er meinte, Erik, wir haben ein Zentimeter Schnee. Wir haben ein Zentimeter Schnee oder so. Und da habe ich gesagt, ja, cool. Gehen wir den Schnee mal abbauen, ey. Ne, der freut sich immer über Schnee. Aber ja, es könnte sein, dass es vielleicht gleich ein bisschen zugeschneit ist. Das würde mich freuen. So, beim PD irgendwo ein Fußweg rein. Ich kann aber auch da nur mal fragen, ne? Bei uns ist momentan ein Meter. Bibianca, vielen, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Dankeschön. Ich will wieder zum Pier. Ich will immer zum Pier. Da fährt ein Bus. Oh, ich würde gerne noch mal fahren. Ja, Melody will Ariane heute irgendwie nicht da haben. Ist ganz komisch. Melody, was ist da los? Du seltsame Frau. Wirkt auch die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen traurig. Oder enttäuscht irgendwie. Ich frage mich, was dahinter steckt. So, hier ist das PD. So. Und beim PD irgendwo ein kleiner Fuß. Ach, die meinen, das ist Poison-Dings da, ne? Das ist Poison-Beiß-Poison. Das wäre ja hier recht. Ich wollte mal wieder GTA Online spielen. Ich muss vorher noch den Shader ausmachen. Nämlich, wie ich das ein bisschen mehr auskennen wieder. Ich will auch Schnee. Schnee ist immer toll, wenn man drin bleiben kann. Schnee findet mein Hund toll. Boah, die Iffi, die hat Schnee so geliebt. Ich habe die einmal bei uns, ähm, in Altenessen. Warte, hier. Im Altenessen am Kaiserpark. Nee, das ist ja nie das andere. Ist da noch eins? Ich will trotzdem mal hier reingehen und einmal gucken. Frau Collins, du würdest ihn noch anrufen? Oh Gott. Oh, ich habe nicht anruflich. Geh auf deine Kontakte. Frau Collins. Ich glaube, Frau Collins ist nicht mehr online. Ich glaube, Frau Collins ist nicht mehr online. Scheiße. Oh Gott, da muss ich morgen wirklich auch hier sein können. Da muss ich morgen wirklich früher spielen. Ich kriege bestimmt irgendwas Schickes zusammen. Irgendwas, was hoffentlich dann auch passt. Also. Ich finde, man erkennt Ariane überhaupt gar nicht mehr. Ja. Das ist es auf jeden Fall schon mal nicht. Ich brauche immer noch keine Brülle am PC. Als erstes sind wir da. Dankeschön, dass du das angesprochen hast mit dem, ähm, mit dem, ja, mit dem Automatikfahren. Arschloch. Das ist so peinlich gewesen. Das ist so verdammt peinlich gewesen. Ohne Scheiß. Ich dachte halt wirklich. Ich dachte wirklich, dass das einfach so, das war so kompliziert gemacht. So realistisch einfach. Das hat mich schon gefreut. So, ah, jetzt sind wir auf neutral. Jaja, das kenne ich ja. Super peinlich, ey. Gibt es in den Laden, wo du jetzt keine Kleider hast? Ich suche eigentlich nur eine Sonnenbrille. Eine Sonnenbrille und vielleicht eine schöne Kopfbedeckung. Also ich weiß, dass in GTA Online, glaube ich, hier auch noch so ein Päusen weiß. So, ich kann das eben wieder mal zurückfahren und da eben nachfragen. Äh, ich finde es halt immer noch, ich fahre mich die ganze Zeit echt, was mit Melody das ist. Strange. Ich kann mir da noch keinen Reim drauf machen. Jetzt bin ich gemütet, ja. Ja, jetzt bin ich, ja, ja, Entschuldigung, hier ist keiner, alles gut. Alles gut. Also heute ist mir das nur einmal ganz kurz passiert und jetzt schon wieder peinlich. Super. Ich kann nichts. Melody ist bestimmt sauer, weil du an ihrem Geburtstag alleine gelassen hast? Nein. Erstmal, ganz kurz, erst mal hatte Melody noch nicht Geburtstag, als sie gegangen ist. Und Dennis, also, weiß, hat mich ja dann aufgehalten. Ähm, dann habe ich ihr ja auch noch später geschrieben. Sie ist aber, glaube ich, auch schlafen gegangen vor ihrem Geburtstag. Und sie hat mich ja heute selber angerufen. Das macht halt keinen Sinn. Nö, das macht wirklich keinen Sinn. Oh, bitte. Au. Das war an so einer, an so einer Hauptstraße, war das. Ersin, Eddie. Ich habe Frau Collins angerufen, indem keiner abstoppte. Ich glaube, die ist nicht mehr online. Ich muss das morgen auch gut Glück machen. Oder sie ist einfach mal nicht gut drauf. Ja, das kann sein. Das kann sein. Wohnt, ist sie nicht hier irgendwo? Ja. I don't know. Ja. Ja. Bisschen zu lang. Obwohl, ich habe ja, ich habe danach nur noch meine Nachrichten langgeschrieben mit Melody und das war's. Ich kann aber natürlich trotzdem zur Bar gehen, ne? Das heißt ja nicht, dass ich da nicht hingehen kann. Also, Clark kennt man auch nicht mehr. Nee. Ich kann jetzt nicht einfach nur eine Brille holen. Das war's. Die sind aber auf der Karte markiert. Warte. Bleib stehen. Ariane. Ariane, bleib stehen. Stehen jetzt. Stehen. So, das ist das, wo wir gerade waren. Oh mein Gott. Nehmen wir das hier. Wolltet ihr nicht an den Strand? Äh. Ich kann's jetzt nochmal an. Ich, ähm, oh, liebe Motz, äh, krieg ich schon Haul? Nein? Ähm, ich könnte sie ja anschreiben, oder? Das klang mir jetzt so, als würde sie Ariane erstmal nicht da haben wollen. Deswegen lass ich sie dann auch erstmal. Ansonsten, wenn ich sie wäre, hätte ich das erst vorgeschlagen. Keine Ahnung. Also, ich hab nichts Böses gemacht. So, dass ich nichts, woran ich mich erinnern würde. Der hat mit Skinner, ne? Äh, fuckt es mich an. Das fuckt mich so sehr. Er hat meine Turmorden angeboten. Aha. Gut. Ich hab wieder was Besonderes. So. Dann müssen wir auch noch auf die SMS antworten. Kommt da was rein? Skinner war Mr. Haudi, ja. Der erste muss gleich auch mal weggehen, ne? Wenn ich da die SMS zurückschreibe, ist, äh, hier mega Spoiler. Kettenhanno, vielen, vielen Dank für 32 Monate. Ich kriege richtig Angst, wenn sie so auf der Straße fährt. Hä? Alles cool. Alles cool, glaube ich. Ich weiß nicht, hier sind, das hier ist, glaube ich, auch nur einfach so ein Sound, so ein Soundkulisse, ne? Hier steht nicht wirklich so. Oh, es ist aber schön, dass ich jetzt endlich mal hier rumfahren kann. Wenigstens mit dem Fahrrad. Ich seh's nie. Was haben wir geschrieben? Ich seh's einfach nie. Entschuldigung, ich bin so blind. Ich bin echt gespannt wegen morgen, falls du das noch siehst. Warte. Ariane! Stopp jetzt. Dreh. Ich frag mich echt, wie das hat sie verabschiedet. Ah, okay. Dann tschüss. Und ich freu mich echt auf morgen, weil ich, äh, kann mir nicht vorstellen, wie eine Hochzeit hier wohl aussieht. Hier wird diese Atmosphäre gerade immer, wenn nichts los ist, habe ich das Gefühl, seid ihr am glücklichsten. So, da vorne jetzt also. Ich mein, ich bräuchte... Eigentlich müsste ich mich komplett anders anziehen. Rein theoretisch. Und eigentlich sollte ich vielleicht... Ich auch, wird bestimmt unangenehm. Das habe ich jetzt aber gelesen. Oh ja. Oh Gott. Furchtbar. Na, ist bestimmt mega romantisch. Bestimmt singt dann auch einer ganz schön. Brillen. Brillen. Ketten. Brillen. Okay, Entschuldigung, hier muss ich jetzt aber auch erstmal ein bisschen rumgucken. Weil Hose... Das sind Oberteile und hier sind jetzt Hosen. Weißt du, deswegen... Ich weiß nicht genau, wo hier Brillen sind oder ob hier Brillen sind. Aber war ich nicht schon mal hier? War ich nicht schon mal hier? Und die haben wir... Oder war das nicht so, dass wir keine Brillen gefunden haben? Hast du endlich Zeit zum Shoppen? Ja. Stimmt, ich brauche echt ewig. Ich halte da wirklich auch mal Leute mit auf. So ein ruhiges Rp ist manchmal echt ein Segen. Vor allem nach einem actionreichen Stream. Ja, heute haben wir ja nicht so viel Action gehabt. Heute haben wir nicht so viel Action gehabt. Schuhe. Hey, Paar, mein Hälfte ist angekommen. Nie wieder ein anderes. Nochmal lieb und herzlichen Dank. Ja! Ich liebe das auch, ey. Ich will mal überlegen, ob ich die Dinger hier austausche und diese Weichhavung nochmal dran mache. Weil die hier halt viel besser sitzen. Vor allem, wenn ich dann irgendwie eine Perücke aufhabe. Leute, hier ist irgendwie keine Sonnenbrülle. Gibt es da ein Hinterzimmer? Wir können da vorne gleich mal reingehen, aber ich glaube nicht, dass wir da Brillen haben. Unterhemden und Oberteile. Unterhemden und Oberteile. Was sind das für ein Oberteil? Mal kurz gucken. Ach, dass das Melodie auch anhatte, ne? Oh, guck mal, das finde ich ganz gut. Oh, warte mal. Hat das einen Pan... Das hat einen Pan-Kragen, ne? Ne, das hat nur noch meinen Kragen, aber trotzdem... Oh, das ist ja... Oh, Mann. So ist das finde ich voll schön. Wird es hier noch eine Sonnenbrille? Ja, wahrscheinlich auch Klamotten. Ah, jetzt hier aber. Guck mal, was zum Zug war. Das sieht doch... Ey, nee, komm, da sind doch auch Brillen. Gibt es trotzdem mal... Ein Pan-Kragen. Ja, also ich trage ja manchmal diese Kragenkleider. Und das ist halt Zufall. Lustigerweise heißen die Dinger... Äh, diese Kragen dabei heißen Pan-Kragen. War das gut? Nein, auch eine Hüte. Das ist ein kacke Outfit von mir. Oh, nein. So habe ich das andere Outfit schon wieder bei in der Wohnung gekriegt. Oh, kuck mal. Aber ich musste es auch machen, sonst... Ich musste ja irgendwie, äh... Sonst hätte ich... Ich war, glaube ich, voll. Naja. Was? Ist es schon wieder am knacksen? Keine Ahnung. Pan dein Mike? Was? Was? Ari shoppen, aber nicht arbeiten gehen. Ja, was denn? Was denn? Ari. Oh Gott. Nein, alles gut. Okay. Ich weiß übrigens immer noch nicht, warum das jetzt so war, ne? Keine Ahnung. Lala. Ne, ich weiß nicht. Ich kriege hier keine Sonnenbrennen. Oder ich bin wirklich zu blöd gerade dafür, dass es ein Spiegel ist. Pano, bist du wieder zu lause? Ich bin halt immer zu laut. Deswegen mache ich mir das Mikrofon ein bisschen weg. Sound ist gut. Okay. Also, ja, guck mal, ich müsste eigentlich wirklich... Ich habe eine andere Hose. Ich habe eine andere Hose im Hotel. Wenn ich jetzt noch eben was Weißes haben würde... Ist auch wieder eine Hose. Wenn ich jetzt noch eben was Weißes haben würde, dann, äh... Ja. Könnte man vielleicht... Was hier ist? Ich habe hier schon... Ich habe hier schon alles. Das war Schuhe. Perfekt für die Hochzeit. Die weiße Lederhose. Ja, ich weiß ja keine Ahnung. Ich muss da wegen diesem Dresscode auch nochmal... Oh Mann, das wird ja alles voll blöd machen. Ich mache das morgen alles ganz schnell. Ich kriege das schon irgendwie hin. Oh, das wird zu blöd gerade. Läuft gegen den Spiegel. Oh, oh, Entschuldigung. Lass mich in Ruhe. Ich bin ein bisschen verpeilt. Das ist ja tatsächlich... Das bin tatsächlich ich. Das ist nicht Ariane. So. Okay. Ja, unter den Oberteilen. Keine Ahnung. Ist doch ein anderer Laden. Wenn ich Pan schaue, habe ich immer die Hand an der Lautstärke. Besonders bei Horror. Ja, das ist ja mein Problem immer. Da übersteuere ich halt immer hart. Oder wenn ich halt die Ariane-Stimmung mache. Da übersteuere ich auch hart. Ariane will shoppen. Ich glaube, so heißt es tatsächlich eine Ariane-Folge bei mir. Ariane muss kacken. Ariane muss kotzen. Ariane will shoppen. So. Das hier ist ein... Das ist wieder sowas da. Alter. Guck mal, das ist ja die gleiche Marke. Ich frage mich trotzdem, ob es hier verschiedene Klamotten auch gibt. Das ist alles ziemlich weit draußen. Da waren wir gerade. Das ist das bei mir. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Das ist billig, Ding. I don't know. Let's get an, antworte ich gleich. Das ist aber, glaube ich, auch nicht mehr online. Ich habe jetzt mein Twitch liegen hier nicht offen. Online-Shoppen wäre mega sinnvoll. Okay, das war ja stimmt. Oh Gott. Oh, dann ist es schon wieder. Oh mein Gott, nicht schon wieder. Ja, let's go, ey. Das ist ja gruselig. Oh Gott. Das wird so unangenehm wieder werden. Oh Gott. Okay. Also, hallo, Herr Erstkinder. Das, warte mal, das trifft sich gut. Warte, das trifft sich gut. Ich bräuchte einige... Ich bräuchte eine Sonnen... Warte mal, ich bräuchte Kleidung. Ich bräuchte eventuell neue Kleidung. Und fahre deswegen gerade ein wenig rum. Vielleicht finde ich da im Norden ja mehr. Mehr. So. Prepare for the cringe. Prepare. Ariane ohne Schlipper, was? Ich finde aber, jetzt sieht sie eigentlich voll unauffällig aus. Wie gesagt, ich hätte eigentlich nur eine Mütze geholt und eine Sonnenbrille. Ist es genau schon ein Genial? Oh je. Nein, Ariane ist toll. Ich weiß nicht, wie das im Norden ist, aber es kommt wirklich rüber, als wäre man da ein bisschen alleine, weil alle hier in der Stadt sind. Hast du einen Kompressor auf deine Stimme? Könnte das Problem bei der... Könnte bei dem Problem auf der... Ähm, nee. Mir wurde auch mal empfohlen, ähm... Wie heißt das? Ein Limiter. Irgendwie auf mich selbst anzuwenden. Aber, ähm, da ist es eben wie so, die können, die können halt, ähm... Ich habe einen Donut gekriegt, zwei ACE-Drinks. Ähm, Limit-Attacke. Ja, 777. Ähm, Limiter, das heißt, wenn ich zu laut werde, dann checkt ihr das und sagst so, okay, ah, die ist hier fast noch mal übersteuern. Wir schalten die jetzt mal ein bisschen leiser. Ähm, aber du kannst so bei so einem Limiter, ähm, die haben manchmal Probleme, wenn man anfängt zu flüstern, dann hört man das Flüstern nicht mehr. Ja. Fahrrad um Hotel parken. Warte, ich fahr da noch viel mit dem Fahrrad hin, alles gut. Sollte wirklich mal Fahrrad um Hotel parken, aber mal gucken. Mal gucken. Kommt Eddie und sagt, wo ist denn dein Fahrrad? Im Norden. Ups. Lass mich trotzdem mal Richtung Hotel fahren. Dönk! Dönk, vielen, vielen Dank. Dankeschön für die Subgames, vielen, vielen Dank. Die Frau muss durchtrainierte Beine haben. Boah, ich sag euch, ich hab im Moment, also ich hab nicht super durchtrainierte Beine, ne, aber durch Beat Saber. Holy Shit, ey. Ich merk schon, wie langsam, ne, in den Oberschenkeln sich was tut. Und. Oh, nur ne Sound, ne? Äh, ich merk, wie sich langsam im Oberschenkel was tut. Also der, der brennt richtig, wenn ich das mach. Äh, ich habe gestern, und ich möchte das stolz verkünden, ich habe gestern, äh, das erste Mal, also ich hab ein paar Probleme mit dem Lied gehabt, aber es ist eigentlich machbar. Äh, Chapsui, äh, System of the Down, oder Off the Down, ich weiß es gar nicht. Ähm, die, äh, sag mal so, ich hab so grob 15 nicht getroffen von den Klöttern, auf hart. 15 hab ich nicht getroffen. Das letzte hab ich getroffen und ich war verdammt stolz auf mich. Und ich bin hier, äh, richtig abgegangen, da war ich so, da, 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 da. Da, 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 da. War sehr schön. Und danach waren meine Augen, äh, meine Augen, meine, äh, Arme aber auch Matsche. Aber, ich hab mich danach hingesetzt, hab eine kurze Pause gemacht, hab es nochmal gemacht. Ich bin hier stolz. Danach hab ich nochmal Fitbeat gemacht. Dann hab ich Beatit gemacht, diesmal auf Expert, das ist zu schaffen, tatsächlich. Ähm, KDA hab ich noch gemacht. Sehr schön. Und Psy, Daddy, macht auch so viel Spaß. Also, wenn ihr, äh, wow, okay, was, wie, wo, ach so, FF. Ähm, wenn ihr, geile Song, geile Band. Ich mag so eine Art Musik gar nicht, aber ich liebe dieses Lied. Ich liebe das. Mach schon mal das mit dem Bein probiert. Fitbeat meinst du, ne? Oder? Ne, Fitbit. Fitbit. Ah. Was für KDA? Popstars? Ja, Popstars. Ich hab's hier lobt, ganz stolz auf dich sein. Ich werd nie ne Expert Plus oder Expert Frau sein, aber ja, das ist schon ganz cool eigentlich. Das macht sehr viel Spaß und ich hab hier keinen Platz. Ich will immer 360 Grad machen, ne? Und da ist immer diese Scheißleiter. Und mein ganzer Arm tut mir schon so. Ich bin so oft gegen der Erik. Der kommt immer hier gegen den Balken. Und ich komm immer gegen die Scheißleiter, ey. Du weißt, ob ich so drehen so. Bäh, näh, näh, bäh. Scheiße. Hat er Dennis wieder geschrieben? Was hat er geschrieben? Lieber Motz, ich würde das in den Motzsched einmal posten. Es rauschte geradezu. Aber der hat wieder irgendwas geschrieben über mein Gewicht oder sonst was. Bin mal gespannt. Dennis, du Idiot. Ich bin gespannt. Ob Ariane fährt in ein Schlagloch. Okay, nix mit meinem Gewicht. Dennis, du bist dem Pickelwitzen gerade entgangen. Alles gut. Der Expert Plus schafft, der ist auch krank. Es würde mir keinen Spaß machen. Das Expert Plus macht mir wirklich... Bin ich jetzt beschockt? Hä? Dennis, Nachricht wurde gelöscht. Oh, wegen dem Bot, was? Ach, Fickbeat. Tja, Dennis, da hat aber jemand eine richtig gute Blacklist, ne? So, Moment. So. Okay, wo soll ich sie... Auf... Aufgaben? Dennis, geh. Jetzt wird es ganz unangenehm werden wieder. Ich bin gerade mit dem Rad zum Hotel aufgabeln. Hotel gefahren. Ach, ja. Gabel mich auf. Was? Gabel mich auf. Genau. Oh mein Gott. Nikolos, was ist denn da los? Ähm, ich bin Rad zum Hotel gefahren. Brauche ich mal zu pinkeln. Ich glaube, ich gehe da nicht mal ganz kurz. Zum Hotel gefahren. Sollte noch kurz hoch auf die Toilette. Und wäre es dann ready. Yes, genau. Mit deinem Mistgabel mit. Oh man. Das war das Ding, alles. Dennis, wo du... Dennis, der Penner. Wie geht's mit meinem Auto? Das ist doch so gut. Ich freue mich voll, dass die Alexgasse glücklich ist damit. Gut. Leute, ich gehe ganz kurz pinkeln in Real Life. Ich hole mir noch was zu trinken. Kaffee zieht nicht mehr so gut. Ich hole mir was zu trinken und dann bin ich gleich wieder da. Okay, bis dahin. Ich möchte aber meinen tollen Pausenbildschirm natürlich. Ich muss den einfach machen. Ich mache euch auch ein bisschen Musik an. So. Ich mache euch euer Lieblingslied an. Wo ist es? Das mögt er ja voll. Aber ich habe eine Frage. Dennis, ich muss pinkeln. Was denn? Dennis, ich muss hier gleich im Norden nochmal was gucken. Was ist los? Was für eine Frage ist das, Dennis? Wir alle warten. Dennis, ich muss pinkeln. Wirklich. Drei Mieten im Rückstand. Ne, ich habe jetzt mein Konto... Ich habe da jetzt das auch mit der Miete angeklickt. So macht man das nämlich, glaube ich. Ja. Also ich habe die Frage bei dem Auto. Hast du das Auto tiefer gelegt oder war das so? Bist du ja oft damit gefahren? Okay, jetzt bin ich mir beinahe... Der ist mir gerade beinahe ein richtig böses Wort rausgerutscht. Ich schreibe es dir. Warte. Warte einen Moment. Warte einen Moment. Warte, Dennis. So, Dennis. Ich bin da mal ganz kurz weg. Ich habe noch eine SMS gekriegt. Oh Gott. Ich bin mal ganz kurz weg. Ich gehe in die Werbebildschirme. Das ist der hier. Da ist eine kleine Neuerung. Ich animiere das alles irgendwann noch. Und das hat die liebe Risto gemeint. Und ich liebe es einfach so sehr. Und ich gehe ganz kurz pinkeln. Warte. Warte mal. Ich liebe mein Mod-Chat auch gerade. Ich liebe euch alle. So, bis gleich. Also. Okay, ich muss die Kleidung durch die Fahrzeuge wechseln. Machen wir mich dann sofort auf den Le... Der macht es auch echt richtig gut. Ne, Lady. Okay. Okay. Warte mal. Okay, Komma. Ja, Skinner. So sehr alte Schule einfach. Ach ja. Ich denke an das Bild. Habe ich doch gemacht. Hi. Hi. Ich finde es schön, dass hier gerade alles weiß wird. Ja. Ich meine, ich glaube, wir waren die Letzten. Ich habe aber gerade vorgelesen, was er geschrieben hat, oder? Es ist wieder schwierig. Ich darf jetzt nicht übertreiben. Ich muss die Kleidung so wie Fahrzeug wechseln und mache mich sofort auf den Weg, Lady. Ähm, okay, Herr Skinner, ähm, okay, ich stehe gerade in der Umkleidekabine, punkt, 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 bekleidet und fahre jetzt los. Okay. Oh, ich dachte schon. Und dann so ein Rot-Wert-Smiley. Okay, Herr Skinner, bis gleich. Ich fand, ich fand, ich fand, ich fand, ich fand das, äh, von Eddie sehr süß, dass er dann nochmal gesagt hat, äh, unsere Wohnung. Einfach so, oh, oh. Ja, mal gucken, ne? Ich mache mir da auch ein bisschen Sorgen rum, wenn ich ehrlich bin. Schneid in Bonn. Juhu. Nee, das, also, Ariane hat, das ist tatsächlich wahr, ne, Ariane hat, äh, den Eddie oft erwähnt beim Skinner. Ich kann nicht, ich bin verloben und sowas alles. Naja. Also, Ariane ist keine Fremdgiererin, hast du gehört? Ja, was, ich guck weg. Nee, Ariane echt nicht. Ich muss das essen. Oh, so ein Spiegelei kriege ich von Eddie. Dann esse ich jetzt ein Spiegelei, äh, einfach so auf der Hand. Ja, das, ich hab aber ein bisschen nachgedacht, ich würd schon eigentlich gerne im Hotel bleiben, weil hier kennt man sich jetzt auch ein bisschen aus. Ich weiß nicht, ich hab jahrelang GTA Online gespielt. Ähm, aber hier hast du halt keine Küche, deswegen, das ist, ja, ein bisschen blöd. Ich würd mir auch gerne dieses Kochen hier beibringen, da, die ganzen Rezepte und sowas. Spiegelei Gönjamin. Das stand, das stand jetzt aber nicht da, ne? Ähm, im Ruhrpott ist auch Schnee. Boah, wir hatten, ich, es gab Kinderfotos von mir, die gibt's da ja nicht mehr. Ja, wir hatten damals irgendwie, äh, da bist du rausgegangen und, äh, die Treppen waren frei und die Treppen waren so freigefegt, ne? Und der Schnee, also der Schnee war so hoch wie ich als 6- oder 7-Jährige. Da gab's Fotos, das ist so, oh, das kam gestern runter, aber es hat überall geschneit. Am schönsten wär's, wenn Eddie und Arane im selben Komplex eine Wohnung hätten. Ja, ich find das auch voll süß, aber ich weiß nicht. Hat der gesagt da in der, ich, ich kann mir das da wahrscheinlich nicht leisten, ich weiß nicht, wie teuer das da ist. Warum zieht Arane zu Ende? Ja, es gibt nur einen Schlüssel. Ich wusste das alles übrigens überhaupt gar nicht, ne? Deswegen konnte ich da jetzt auch nicht mitspielen oder so. Ich hab mich gefragt, hey, warum krieg ich denn nicht auch einen Schlüssel? Ja. In Berlin schneidet es nicht. Ja, wartet ab. Wartet ab. Vielleicht kommt da noch was. Irgendwas anderes anziehen. Mein Kleiderschrank hat die weiße Lederhose. Ja. Oberteil ist jetzt nicht so gut, ne? Scheiße. Warte. Okay, Arane. Ich muss echt die ganze Zeit den Pulli jetzt hier tragen. Ist doch kacke. Wir gucken mal, wie das damit aussieht. Also, die Lederhose ist echt cool, ne? Aber, was? Warte. Aber, die passt irgendwie. Was ist das? Der Reißdurchschuss. Die sind ausschließlich da einfach so voll den mega offenen Schlitz. Also, eben schon. Ja. Der Pulli ist doch schön. Ja. Die anderen haben alle so, weißt du, ich war, halt immer in, ähm, also GTA Online-Paaren, war immer nackig. Also, ich hatte immer Strapse an und einen langen Mantel. Und ich fand's voll schön. Ähm, so ein bisschen Vintage. Ich hatte ja auch diese weiße Maske da, diese Frisur mit der Feder. Ich fand das voll schön. Ähm, sorry, aber was war hier mit den Ägyptern? Alles cool zwischen ihm und Ariane? Ich weiß es noch nicht. Die Sache ist, ich mag den Streamer halt, aber ich kann jetzt auch nicht auf einmal irgendwie sowieso entscheiden. Ähm, aber, ja, da hat er mich dann erkannt. Natürlich war ich jetzt auch nicht so mega vorsichtig, aber... Ja, das ist halt schon... Ja. Ich würde es sagen, Ariane kann gar keinem trauen. Und jetzt ist das Vertrauen zu Eddie halt auf jeden Fall auch angeknackst. Ja. Ach, das ist sexy Kleidung. Nein. Also, ja, wollte ich gerade. Aber nein, geht nicht. Also, nicht sexy Kleidung, aber es ist ein schöner Anziehen halt, weil es echt blöd aussieht, was ich an habe. Ich hab jetzt auch keine Zeit. Wir sind hier. Was ist denn? Das ist aber ein bisschen, äh, ja. Sollte ich nicht eigentlich... Warte mal. Sollte ich hier nicht die Karte der Wohnung auch angezeigt bekommen? Hier ist ein bisschen buggy. Das ist... Ja, das ist das... Also, das hier ist alles so gemoddet, dass man... Hä, Ariane, guck mich so grimmig. Das hier ist alles so gemoddet, dass man, äh, halt so RP hier drauf spielen kann. Also, es ist keine reguläre GTA Online Lobby. Ich denke, es ist noch was für die Hochzeit vorbereitet. Ich brauche halt morgen, ich hab kein Kleid. Ähm. Und wenn du dir jetzt eifersüchtig bist, weil Ariane jetzt zum zweiten Mal mit... Ich werde das doch ansprechen müssen, ey. Sowieso. Ich überlege die ganze Zeit, wie ich das am besten mache. Wie ist es jetzt eigentlich mit der Miete? Das sollte jetzt kein Problem mehr sein, glaube ich. Lernt aus meinen Fehlern. Lernt aus meinen Fehlern. Ja, der Schnee ist auch bei mir angekommen. Oh, schön. Warte, Hochzeit, was für eine Hochzeit? Ähm, morgen ist eine Hochzeit. Äh, nicht von mir. Ja. Ähm. Sondern wir gehen auf eine Hochzeit. Und ich stelle mir da... Da könnten ganz lustige Sachen eigentlich passieren. Da könnten lustige Sachen passieren. Und ich würde es allgemein interessieren, wie die das hier auf dem Server machen. Thomas, trinkst du da... Äh, Cola. Kein Rotwein. Ein Cola. Zero. Ist es schwer bei Lucky Five angenommen zu werden? Ja, einige haben sich halt schon beschwert, dass es so schwer ist. Aber die wollen natürlich auch nur Spieler, die halt Rollen... Ja, Rollenplay. Rollplay verstanden haben und so weiter und so fort. Es ist ein Hardcore-Server. Und bei dem Test... Ja. In zwei Minuten da. Okay. Ich werde dann schon mal runtergehen und warten. So. Oh mein Gott. Ha. Howdy. Das spielt jetzt so gut einfach, ey. Ist halt wirklich... Ja, das geht auch aus dem Norden. So, habe ich ganz kurz... Warte mal, warte mal, warte mal. An den... Wow. Ja, super. Das ist natürlich einfacher. Ich wollte eigentlich den hier machen. Geht das? So, nach hinten. Vier. Schlippi fliegt halt hart bei Skinner. Entscheidet euch mal. Ich war so verstört, als Leute... Ich weiß nicht, ob du noch da bist, als Leute wirklich meinten, ähm, es ist hier, es gibt so eine... Ja, so fast schon so ein Walter Weiss-Fanclub und ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Das ist eine neue Muskera. Team Narp... Narpi... Ist es Napier oder Napier ausgesprochen? Ich... Ich kenne halt nur Ed... Die ganzen Namen vom Eddy. Ich weiß nicht, wie man die richtig ausspricht. Team Eddy haben wir. Eine. 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 Doch, da, Team Eddy. Simphosanti. Team... Doch, Team Walter und, äh... Napier, Napier. Ja, okay, da haben wir. Team Eddy. Team Ariane! Juhu! Ähm... Hm. Da haben wir Collins. Okay, es gibt viele Team Eddys. Und da auch Team Ariane. Aber was heißt das? Ariane ist mit sich selbst zusammen? Ich hatte gerade Team Jafar! What? Nein! Gott. Um Gottes Willen. Team weiter, Team weiter, Team weiter. Oh! Ach, Pazzi. Ja, nee, Ariane und Vampir ist, glaube ich, äh, nicht so, äh, ja. Ich, ich glaube, schlimmer, schlimmer geht's tatsächlich nicht mehr. Mich darf sehr wundern. Von Ariane bestimmt eine gute Hardikin abgeben würde, ja. Das ist so lustig werden, ich lache einfach jetzt schon, ey. Ich muss jetzt schon so lachen. Oh Gott. Mary ist auch cool. Die sind alle cool. Die sind alle richtig, richtig cool. Und, äh, vor allem sehr begabt, was das RP-Ding hier angeht, ey. Ich dachte jetzt schon, hä? Ach, da ist er ja. Hallo, Herr Skinner! Howdy, Ari. Hallo. Wie geht es Ihnen? Ja, eigentlich ganz gut. Heute ein seltsamer Tag, aber ansonsten geht's mir gut um Ihnen. Okay, ein seltsamer Tag, sagen Sie, ja. Auch bei mir geht's. Ich hab jetzt einfach mal den Dienst quittiert, damit ich, ähm, ja, hier sein kann. Und was ist, wenn jetzt jemand ein Verbrechen begeht? Dann haben wir noch Kollegen hier, die sich drum kümmern. Ja, das ist doch gut. Okay. Dann kann da nichts passieren. Ari, ich hab gelesen, Sie wollten shoppen gehen. Ja, ich müsste mir tatsächlich eine Sonnenbrille, am besten eine Blickdichte und einen Hut holen. Klingt jetzt ganz komisch, hat aber Sinn. Das ist, äh, richtig. Ja. Sie wollen sich ein bisschen verstecken? Ja, ein bisschen. Okay, schade. Warum? Na ja, wenn Sie alles verdecken, kann man es nicht sehen. Oh, meine Beine sind ja noch frei. Na, naja, gut. Die Beine machen ja nicht alles ausrichtig. Ja, das stimmt schon. Ich bin sehr gespannt, was Sie mir heute wieder zeigen. Da bin ich selbst gespannt. Wissen Sie, ich hab heute mit meiner Freundin Melody geredet. Ja. Sie hat sich ja auch kennengelernt. Sie meinte, Sie haben ihr auch angeboten, äh, naja, den Norden ein bisschen zu zeigen. Da war ich ja fast ein bisschen traurig. Das habe ich getan, ähm, als sie mir sagte, dass sie auch erst dann nur seit ein paar Tagen da ist. Und, äh, dann dachte ich, dass ich sie vielleicht den einen oder anderen dort mal vorstellen könnte. Ach so, okay. Also nicht, dass ich jetzt so eifersüchtig wäre oder sowas, so ist das natürlich gar nicht. Sie sind ja gut vergeben, also ich, äh, das würde mich erstarrt, das würde mich stark wundern. Ist so ein guter. Und wie ist es denn sonst die Tage ergangen? Naja, ich hab viel geschlafen und ansonsten viel gedöst und jetzt bin ich wieder wach. Ich hab jetzt so Tabletten rüsten, die heißen Hallo Wach, die regeln das so ein bisschen. Wenn ich gegen ihn, dann stehe ich auch auf. Aber Hallo. Wach, ja. Was ist denn eigentlich mit Eddie? Geht's ihm wieder besser? Ist er wieder gesund? Ja, als ich heute Morgen aufgewacht bin, war er nicht da. Okay. Wir konnten uns gerade kurz sehen. Leider nicht so lange. Ja. Ansonsten ist alles ganz gut. Es hat sich auch nichts verändert oder so. Alles super. Das ist ja gut. Haben Sie ihn erzählt von unserem Treffen? Hab ich, ja. Aber ich auch. Sie sind mir ja gerade sagen, Sie sind mir da zuvor gekommen. Ja. Richtig. Aber das war ja hoffentlich nichts Schlimmes. Ich hab ja auch, äh, das ist ja, das war ja nur ein Treffen. Und ich hab ihn ja ein bisschen in den Leuten gezeigt, richtig? Ja, genau so hab ich das ja auch erzählt. Ja. Ich meine, ich habe Eddie ja auch oft genug erwähnt. Eben. Ja. Und ich auch. Ja. Ist doch alles in Ordnung, Herr Skinner. Ja, finde ich auch. Und jetzt geht sie mit mir shoppen. Ja, ich meine, zumindest passe ich auf sie auf, damit sie ungestört shoppen können. Versteht? Oder ist so lieb von Ihnen, Herr Skinner. Dankeschön. Na, die Zeit nehme ich mir gern. Ich hab mir erst überlegt, ob ich irgendwann mal mit dem Fahrrad hier hochfahre, aber ich glaub, da muss ich noch ein bisschen radeln üben. Also die warten, hätte ich dann gern gesehen, wenn sie hier angekommen wären. Sie hätten wahrscheinlich Ballons an den Füßen. Wahrscheinlich. Oder sie hätten gebrannt. Oder das. Wie war denn den Tag heute so? Wow. Gut. Und der radelt auch. Ja, ein bisschen gefährlich, meinen Sie nicht? Okay, der hat so rot an, den hat man nicht gesehen. Ja. So, hier sind wir natürlich wieder so ein bisschen außerhalb. Das ist der ein oder andere Trailer. Hier leben die Leute sehr in einfachen Verhältnissen. Aber sind meistens zufrieden mit allem. Ja. Und es ist ein bisschen ruhiger. Das stimmt, Lady. Nicht so stressig wie in der Stadt. So. Ihr könnt durchaus noch... Ich hoffe, ich bedanke. Ah. Geschäfte entstehen, wenn es dann mal soweit sein sollte. Ja, ich sehe gerade auch. Pillen. Ja, Pillen sind super. Die brauche ich ja gerade leider ganz viel. Ja. Oh je. So schlimm? Ja, leider. Ich hoffe, das legt sich irgendwann. Okay. Verzeihen Sie, das war sehr hoppig gerade beim Fahren. So. Ach was. Jeder Huckel tut gut. Einen Moment. Okay, jetzt wird sie noch nicht gecheckt. Ich wollte Ihnen gerade die Tür aufmachen, Lady. Ach, das bin ich ja gar nicht gewohnt. Ich meine, er macht das auch immer, aber ich muss mich wirklich immer dran gewöhnen. Dann mache ich Ihnen die Tür hier auf. Oh, vielen Dank. Dankeschön. So. Dann gucken wir mal hier vorne über den Sonnenbilden, ob das dabei ist. Aber der gleichen Kette hatte ich gerade auch schon geguckt. Ich bin mal gespannt. Ja. Der hat ja gar keine mehr im Bestand, so wie es aussieht. Oh ja. Verdammt. Ich meine, Herr Muschera hat immer eine an. Die muss es also irgendwo hier geben. Ich meine, ich habe auch welche. Ich habe ja zwei Stück. Die hat dann so einen Rotton noch dabei gehabt. Ja, aber die brauchen Sie doch bestimmt selbst. Ich habe zwei. Wenn Ihnen das gefällt, Sie können die anprobieren. Okay. Dann müssen wir aber ganz kurz nochmal zum Sheriff Department. Okay. Ich würde vielleicht noch nach der Mütze schauen, wenn ich schon mal hier bin. Ja, das können wir. Wir haben noch ein paar Geschäfte, so ist es nicht. Was für Geschäfte haben Sie denn noch? Vielleicht irgendetwas Feineres? Einfach nur um, ja, einfach nur wegen der Brille. Nein, also dieser Porn ist ein Biest, der diesen ganzen feinen Zwirn verkauft. Der hat keine Sonnenbrillen, da hatte ich letztes Mal selbst schon Pech. Ach so, schade. Ja, finde ich auch. Aber der Laden hier, der sieht nicht so gut bestückt aus. Ja, allerdings. Nee, ich glaube, hier finden wir nichts. Nee. Na, dann fahren wir weiter. Fahren heute alle anständig im Norden? Bis jetzt ja. Das ist so eindeutig geil. Ach, es geht an Silse. Das ist... Ich kann einfach nicht aus meiner Haut. Machen Sie ruhig. Ich meine, ich mag es, wenn Frauen die Dinge in die Hand nehmen. Zieht ja schon wieder an Silse. Okay. Ja. Okay. Okay, ich prüfe Feiner. Ich muss mal auf die Karte gucken. Okay, gut. So scheuerlich. Oh Gott, es ist manchmal so unangenehm, aber es ist so lustig, ey. Ich weiß nicht, ich bin es immer ganz lustig, wenn ich mit ihm fahre, Herr Skinner. Ja, also ich finde auch, ähm, ich... Es ist einfach ein... Es ist einfach freudeerquickend, wenn ich so sagen darf. Ja, dann sagen Sie was. Ah, was ist hier? Da können wir nochmal gucken. Hier haben wir noch eine Bank. Oh. Oh, hier würde ich gerne nochmal rein. Kommen Sie. Also hier muss ich doch irgendwas finden. Ja, idealerweise schon. Ja, Brillen, Brillen. Die, das ist nur so ein... Und eine Umkleidekabine. Ja. So, ach, dann bin ich jetzt... Jetzt bin ich auch mal gespannt. Ja, darf ich gucken? Natürlich. Okay, sie soll quasi... Ja, das ist... Blickdicht sein. Genau, man sollte nicht mehr... Okay, Herr Skinner, das ist ein bisschen zu viel. Ja. Das wäre zu viel des Guten, glaube ich, ja. Ja, ich glaube auch. Wow. Ja, das ist aber auch, ähm... Ich... Nicht so wirklich schön. Ach, vielleicht die hier? Guck mal, vielleicht haben wir die... Na ja, gut. Man kann wenigstens Ihre... Schönen, rehbraunen Augen noch erkennen. Oh, Herr Skinner, danke schön. Das ist so... Verzeihen, ja. Es ist nun auffällig, verstehen Sie? Die stechen hervor. Können Sie vielleicht ein bisschen zur Seite treten? Ach, natürlich. Ach, vielen Dank. Na ja. Ist das so recht? Ja, so ist super, aber ich glaube, ich werde hier wirklich nichts finden. Die eine schwarze, die habe ich tatsächlich schon. Ähm, ich werde Ihnen mal... Ich zeige Ihnen mal die Brille, die ich im Sheriff Department habe. Aber trotzdem... Sie wollten noch nach etwas gucken. Genau. Ich wollte noch nach dem Hut gucken. Ich schaue mal. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ach, ach, ach. Ja, das ist jetzt nicht so... Ich drehe mich mal um, dann können Sie mir sagen, äh... Ich muss Ihnen ja nicht so zugucken. Ich kann Ihnen direkt sagen, von den Hüten gefällt mir keiner so wirklich. Ja. Eine... Hier. Eri. Ja? Probieren Sie den mal an. Natürlich kann es sein, dass es mit der... Jetzt sehe ich Ihnen nicht auf meine Haare. Aber passen Sie... Ach Gott, ja. Leider musste ich mir... Wissen Sie, passen Sie auf beim Aufsetzen. Der Hut hat einen Gummizug dran. Oh. Der zieht... Man zieht Ihnen die Haare ungemein, wenn Sie eine gewisse Haarlänge haben. Das kann bei Ihnen der Fall sein. Ich bin voll. Aber trotzdem... Ich bin voll. Ich bin voll, ich schaue mal. Deswegen habe ich mir die Haare so kurz geschnitten. Es zieht... Ja, nee. Es ist nicht so angenehm. Ja. Ich glaube außerdem auch, Ihnen schnitt er viel besser. Okay. Obwohl ohne Hut ist eigentlich auch ganz nett. Oh. Dankeschön für das Kompliment, Lady. Bitteschön. Ich konnte dich jetzt nicht an mich halten. Musste ich einfach mal loswerden. Sie hören mich so. Ich glaube, hier finden wir auch nichts. Wollen Sie sonst noch was mitnehmen? Naja, ich schaue mal. Wissen Sie, ich mag eigentlich die Hose, die ich anhabe. Das Nummerteil ist vielleicht ein anderes Nummerteil. Ja, wissen Sie was? Was? Sie dürfen sich einen Teil Ihrer Wahl aussuchen und ich werde es bezahlen. Sehen Sie es einfach darin. Ich möchte Ihnen eine Freude bereiten. Ist das ein Vorschlag? Ach, Herr Skinner, Sie haben mir doch schon so viel geschenkt. Ob Sie jetzt Schuhe, Hose, Pullover, T-Shirt oder Mütze, egal was Sie haben wollen, suchen Sie sich einen Teil aus und dann sollen Sie es haben. Aber das ist wirklich nicht nötig, Herr Skinner. Ich habe wirklich genug bei. Okay. Das ist sehr lieb von Ihnen, aber ich kriege da Geschöpf hin. Ich fühle mich dann so schuldig, wissen Sie. Ach, das müssen Sie nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das sind, äh... Mit Ihrer Gesellschaft wäre die Rechnung eh schon sehr hoch. Wissen Sie? Ach, Herr Skinner. Sie sind mir aber eine. So, ich gucke... Lady, ich gucke mir mal... Ich gucke mal nach den Schuhen hier. Okay. Herr Skinner, ach, Herr Skinner. Sie sind mir ja eine. Scheiße, wo sind die Oberteile? Hier. Hier sind die Oberteile. Da sind sie immer gewesen. Was sind die scheiß Oberteile? Was sind die Oberteile? Mein Gott. Na, schwierig, schwierig. So, vielleicht hier jetzt. Bitte. Unterhelpen, Oberteile. Super. Oh. Okay. Nein. Nein. Oh. Da sind es wieder die Arme. Ich sehe es gerade. Ariane, why? Why? Oh. Oh. Boah. Hammer. Gibt es eigentlich etwas, was Ihnen nicht steht? Herr Skinner, jetzt hören Sie mir aber auf. Das ist ja... Okay. Sie machen mir auch so viele Komplimente. Ich werde ja schon ganz rot. Okay. Tut mir leid, Lady. Ich wollte Sie nicht in Verlegenheit bringen. Nein, alles gut. Machen Sie ruhig weiter. Hupala. Ja, das ist das eine Oberteile. Ich hätte gerne das weiße Hände. Oh, oh. Herr Skinner? Ja, bitte? Was ist denn Ihre Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe? Ja. Eigentlich rot, Lady. Eigentlich rot, okay. Ich will hier mal so ungefähr... Aber nicht dieses Rot. Ach, schade. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Tatsächlich rot. Okay. Schade. Das sieht eigentlich ganz schön aus. Das ist ein schönes Rot. Ich glaube, das nimmt es nochmal mit. Im Kontrast zu Ihren Haaren. Ja, da hast du recht. Das ist sehr gut. Ich glaube, das passt wirklich ganz gut. Ich glaube, ich gehe mich mal ganz kurz umziehen, Herr Skinner. Okay. Bin sofort wieder da. Ja, ich gucke auch nicht. Nein, kein Schade. Kein Schade, Ariane. Das ist noch nicht. So. So. Okay. Melody hat geschrieben, Kein Plan, was man von allem halten soll. Müssen wir reden. Schreibe ich jetzt immer. Sag mir einfach Bescheid. Beziehungsweise schreibe mir und wir machen einen Mädelsabend. Abend. Lästern inklusive. Nochmal. Alkohol und Lästern inklusive. Okay. Fühlt sich schon viel besser an. Puh. Oh, hab ich dir erschrocken. Entschuldigung. Ach nein. Ich habe draußen etwas gesehen. Oh nein, was ist denn? Ist da ein Verbrecher? Nein. Was haben Sie denn gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Egal. Okay. Ja, dann wollen wir. Ist auch viel kühler. Das sieht gut. Ja, das stimmt. Es ist auch noch eine Wärme hier draußen. Okay, kommen Sie. Gut. Dann macht das Fahren noch mehr Spaß. Ach ja, stimmt. Jetzt wird es ja noch windig. Na ja. Dann muss ich mein Oberteil ein bisschen runterhalten, sonst... Verzeihen Sie. Alles gut. Alles gut. Gut, ich auch nämlich. Oh! Hass, ich bin nicht am flirten! Oh, danke schön. Oh, hast du auch welche? Wirklich? Oh, danke schön. Ich liebe dich. So. Und Hase, du bist jetzt Team Skinner. Warte. Warte, warte. Eine Sekunde noch. Bleiben Sie hier, ich fahre das Auto vor, Harry. Okay, danke schön, Herr Skinner. Oh, ich kenne dich doch von der Betrüger. Was? Äh, was? Hör auf, mach kein Meta. Was sollst du sein, sollte ich das gar nicht wissen. Dankeschön, Hase. Du bist der schönste Mann der Welt, Hase. Ja, das ist schon cool. Ich hab mich angerufen, ich hab gesagt, es ist gut. Hör auf, hau ab mir. Dein George Clooney. Vielen, vielen Dank, Hase. Ich muss das ganz kurz hier umsetzen. Vielen Dank. Gut, Hase, bis gleich. Tut mir leid, eine Freundin. Das macht doch nichts, Harry. Schön, dass Sie hier sind. Auf geht's. Ich glaube, ich hab gerade ein paar. Dürfte ich vielleicht doch mal ganz kurz aussteigen? Ich glaube, ich hab Sand im Schuh. Ach, natürlich, warten Sie bitte. Ich nehme Ihnen das. Das ist genau, da sehen Sie mal. Ich glaube, das wird langsam, ja weiß ich nicht, kleiner Insider. Halten Sie sich, ich halte Sie für. Fester, können Sie, jetzt können Sie Ihren Fuß hochnehmen. Ach, viel, viel besser jetzt. Gut, sehr gut. Dankeschön. Ja. Dann gehe ich mal wieder rein. Mhm. Oh, schön. Da fahren wir einfach los. Ach ja, das Zeug ist ja nicht mehr sicher. Dann fahren wir los, so. Jetzt ist das Sonnenbrillen-Problem noch da, richtig. Ja, leider. Ich meine, ich hab eine Sonnenbrille im Hotel. Die hatte ich gerade auch gesehen. Die wird ja auch gehen. Es muss ja nicht unbedingt Pechschwarze sein. Ja, das ist richtig. Ja, Sie können sie anprobieren. Und dann werden wir sehen, ob Ihnen die gefällt. Weil sie ist ja schließlich auch rot. Okay, jetzt muss ich sagen. Und dann, äh, sagen Sie mir, ob Sie die haben wollen, okay? Okay. Das ist wirklich richtig lieb von Ihnen. Ach, wissen Sie, wenn Sie, ich war irgendwie etwas, ähm, erstaunt und traurig zugleich. Sie sind ja schließlich schon einige Tage hier in Los Santos gewesen und haben dann gesagt, dass Sie noch nie hier so rumgekommen sind im Norden und haben noch gar nichts gesehen. Es gibt hier noch sehr schöne Ecken. Los Santos hat noch viel zu bieten. Das stimmt. Alle die Ecken, die Sie mir letztens gezeigt haben, waren ja auch wirklich richtig schön. Ja. Wenn Ihnen zu kalt sein sollte, jetzt mit dem Auto hier, sagen Sie mir Bescheid. Wir können das Auto wechseln auf einen Rhapsody. Da sind wir dann etwas abgeschotteter. Ja, so ein bisschen frisch ist es schon. Okay. Aber du willst keine Umstände machen. Dann machen wir das gleich. Sie sollen sich ja nicht mehr Kält umholen. Ja, das ist auch wieder sehr... Sie sind wirklich... Ja, Sie sind wirklich ein Traummann, kann man schon sagen. Naja. Sie kümmern sich immer richtig gut um Ihre Begleitung. Freundschaftlich. Respekt ist das eine, wissen Sie. Ehrlichkeit und Respekt ist der Grundpfeiler. Eines, egal, welcher Art von Beziehung. Oh, ja. Ja, das sind wir endlich da. Ja. Das ist ja Ihr Haus. Blaue Schrift, Lady. Ich sehe es jetzt auch. Gott sei Dank, ich dachte schon, ich bin farbenblind. Und ich dachte, ich müsste zu Ihrem Arzt. Mein Gedächtnis ist einfach nicht so gut, Herr Skinner. Ganz kurz, ich habe Eddie nicht wegen dem Flirten angemacht. So. Ganz kleinen Moment. Ähm. Dankeschön. Ja. Ja, jetzt fahre ich. Ich bin wirklich ein Scherz, Gix. Es tut mir so leid. Heute, ähm... Hey, Herr Skinner. So. Dürfte ich Sie nochmal was fragen? Mal schauen, ob jetzt endlich das Ding funktioniert. Herr Skinner, dürfte ich Sie nochmal was fragen? Gerne. Das T-Shirt ist ein bisschen hochgerutscht. Dürfte ich mir das nochmal richten, bitte? Natürlich. Ich, ähm... Ich drehe mich um. Ich drehe Sie mir, wenn Sie soweit sind. Okay, aber ich glaube, wissen Sie, Herr Skinner, ich glaube, ihr ist es auch ein bisschen hochgerutscht. Okay. Ähm... Jetzt geht's wieder. Sieht super aus. Wunderbar. Danke. Sie haben einen Blick fürs Detail. Das soll ich auch. Ich finde das schön. Sie haben den Blick fürs Detail. Dankeschön. Ja. Ja. Ich hab auch weggeguckt. Wie haben Sie das dann gesehen? Ja, Skinner. Wie bitte? Trainieren Sie eigentlich? Was? Alles gut. Ich hab so akustisch nicht verstanden. Wegen dem Sand. Durchdrehenden Reifen. Wie bitte? Ich hatte gesagt, trainieren Sie eigentlich. Ah. Ich trainiere... Ja, ich trainiere, richtig. Ich hab mal ganz schöne Bauchmuskeln. Ich konnte mir grad ein bisschen sehen, als das Umberteil zur Rutsch gefahren. Ähm... Dann bringe ich Ihnen die Brille. Ich bin grad ein bisschen verwirrt. Esso, wie krieg ich das mit dem Finger weg? Drücken Sie den Knopf nach unten, wenn hier irgendwelche zwielichen Gestalten kommen. Okay. Das macht er ja gar nicht mit dem Streifenwagen. Ich bin schon wieder verwirrt. Hm. Ich hab bohunger. Danke, Haro. Warte. Fuck. Willst du die Hände hochnehmen? Nein. Ich krieg's nicht weg. Ich krieg's einfach nicht weg. Versuch mal zu springen. Kann ich nicht springen. Wenn ich jetzt hier draußen rumspiele, dann ist das echt blöd. Ah. Ich spiele Mechanik, kein Spoiler. Nee, hat nicht geklappt. Ich kann's halt... Oh, fuck. Boah, das ist nervig. So. Okay, Lady. Okay, Hesky, ne? Gucken Sie mal. In dieser Farbe sieht alles gleich schon ganz anders aus. Da bin ich jetzt nochmal mal gespannt. Dürfte ich aussteigen, um mir das nochmal richtig anzuschauen? Aber natürlich, Sie können auch gerne im Spiegel gucken, aber so geht das auch. Ja, ich kann ja mein Handy dazu nehmen. Mhm. Na? Alles in Ordnung? Ach, nee. Ich glaube, ich mag nicht so richtig. Nee. Ja, ich verstehe. Ach, geben Sie doch nochmal her. Vielleicht kann ich die umtauschen nachher. Ach, alles gut. Ich verstehe. Wissen Sie, Hesky, ich hab doch zu Hause die Seine-Sonnenbrille. Ich kann die ja zur Not nochmal nehmen für ein paar Tage. Ich verstehe. Ach, das ärgert mich jetzt gerade. Alles gut, aber Ihnen steht sie wirklich gut. Ja, ich sag dir, ich hab zwei von denen und, ähm, naja, ein Rot, ja, macht die Welt freundlicher. Ja, da haben Sie mal recht. Die Welt soll ja allgemein ein bisschen wärmer sein, oder? Ja, das stimmt. Von der Farbe her. Wollen Sie die Brille gleich noch organisieren? Ach, das ist schon okay. Wollten Sie mir noch irgendwas zeigen? Glaubt, Sie hatten da was gesagt. Ja. Ach, erst mal wieder ein Rundes Prunk. Sie mögen das Getränk wirklich, oder? Ja. Gut, und zur Not habe ich auch noch was dabei. So, kommen Sie, dann fahren wir mal. So, ähm, jetzt hätte ich, ähm... So, jetzt passen Sie auf. Sie sehen ja das Navigationssystem, richtig? Ja. Ich würde sagen, Sie orientieren sich jetzt mal im Norden. Orientieren sich an Stellen, an denen Sie noch nicht waren. Und ich sage, 3, 2, 1. Und dann hören Sie auf, mit dem Finger über die Karte zu fahren. Und dort, wo Ihr Finger landet, fahren wir hier. Was halten Sie davon? Okay, das hört sich gut an. Okay. Also, bereit? Okay. 3, 2, 1. Und Stopp. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Oh ja, ich werde auch... Jetzt bin ich auch gespannt. Das ist quasi nicht sehr spannend. Ich gucke nicht auf die Karte. Ich finde das richtig gut. Ja, ich gucke auch nicht auf die Karte. Ich fahre es einfach mal dahin. Mal gucken. Okay. Ich wüsste, ich muss immer noch den Erste-Hilfe-Kurs machen. Aber ich habe jetzt viel weniger Angst vor dem Führerschein. Als aber privaten Fahrstunde letztens. Okay. Ja, gut. Aber jetzt, diesmal denken Sie daran, keine Oberteile mehr auszuziehen. Also, diese Kurse lassen Sie bitte. Ja, das... Ich sage ja, ich glaube, das war wohl kein richtiger Erste-Hilfe-Kurs. Ja, ich war etwas erschüttert, als Sie mir das erzählt haben. Und ich konnte mich noch nicht so in diese Thematik irgendwie reinfinden. Das hat mich ja noch etwas getroffen. Ach, alles gut. Ich habe es ja überlebt. Aber wissen Sie, es geht an mir, passiert sowas einfach viel zu oft. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu naiv. Naiv? Nein. Ich denke nur, dass einfach... Es gibt wahrscheinlich zu viele Menschen, die meinen, können das ausnutzen, dass sie einfach in den meisten Menschen das Bote sehen. Ja. So würde ich Sie einschätzen. Dann mache ich mir schon etwas weniger Sorgen. Mir wurde das nur ab und zu besagt. Du bist viel zu naiv. Glauben nicht immer allen. Und ich muss sagen, ich habe ein kleines Vertrauensdefizit tatsächlich aufgebaut seitdem. Und das wird auch das eine oder andere Mal immer mal wieder erschüttert. Oh, hier war ich schon mal. Hier waren Sie schon mal? Ja. Okay. Wir waren mit Frau Collins und Eddie. Ja, seht, da ist ja auch der Leuchtturm hier. Ja, mit dem Schild aus. Eine ganz schöne Hecke. Ich mag das hier. Das ist ein schönes Häuschen. Ja, das stimmt. Wer da wohnt, hat echt Glück. Ja, und hat am Platz. Ein bisschen abgeschrieben. Ich meine, das Einkaufen ist vielleicht nicht so schön, aber wer weiß, wenn man hier wohnt, dann kann man sich auch die Einkäufe liefern lassen. Ja, oder? Wie da schon zu sehen, beim eigenen Garten vielleicht anbauen. Na, obwohl man kann ja nicht alles anbauen. Ja. Wie, oh mein Gott, oh nein. Nein, ich hab gesagt, Ariane ist keine Fremdjägerung. Ganz schön gefährlich hier. Und ganz schöne Hucke schon wieder. Ja, das ist richtig, aber... So, oh, ja. Oh, oh Gott. Ich fahr mal nicht so schnell. Ja. Dann rappelt es nicht so schlimm. Ich stürze mich ein bisschen mit meinen Händen ab. Ich sollte gerade nicht auf dem Sitz sitzen. Okay. So, ja, so geht es schon. Besser. Na gut. Ein bisschen arm, Fränik. Was ist denn hier? Ach, wie schade. Ein einsames Motorrad. Ich hoffe, da ist keiner verletzt in der Nähe. Wollen Sie mal gucken? Wir können gerne mal gucken. Sicher ist sicher. Dann gucken wir mal. So. Wo? Denken Sie an das, was ich Ihnen beigebracht habe bezüglich der Kojoten. Ich soll mich aufbäumeln. Wiederholen Sie das mal. Was müssen Sie machen? Ich soll mich aufbäumeln. Okay. Machen Sie das mal. Ich soll das machen? Sind Sie sich sicher? Ja, da müssen Sie einfach Haltung annehmen. Oder Sie bewegen sich einfach entsprechend. Sie machen sich richtig schön breit. Oh, ich glaube, da habe ich was. Wie ging das nochmal? So. Ja, genau. Da geht jeder direkt weg. Aber wenn der Kojote da ist, dann müssen Sie dem... Aber da müssen Sie stehen bleiben. Und so stehen und eben so stehen. Okay, was müssen Sie dann machen? Sie sind aber... Sie bringen mir ja hier richtig was bei. Scheiß, wo ist das? Na, im Norden soll man ja auch was lernen. Ich soll eine Haltung. Ich soll eine Haltung annehmen. Ja. Und der Kojote ist jetzt da. Und er guckt Sie an. Was machen Sie? Er fletscht seine Zähne. Wissen Sie, Herr Skinner, ich glaube, ich wäre tot. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, so schnell kann ich gar nicht reagieren. Doch, können Sie bestimmt. Also, Sie stehen ganz... Sie stehen dann ganz breit da. Und was machen Sie dann? Ich gucke ihn an. Ja. Wie lange? Ich würde ihm lange in die Augen gucken. Und dann würde ich wahrscheinlich irgendwas mit meiner Stimme sagen. Und dann würde er ganz schnell wegrennen. Nein, Sie sagen nichts mit der Stimme. Auch nicht mit meiner Stimme? Nein. Ich habe gehört, die sollen Leute zum Wegrennen bringen. Okay. Sie sollen ihn einfach nur angucken. Und zwar so lange in die Augen gucken, bis der Kojote zuerst wegguckt. Sie dürfen nicht blinzeln. Sie dürfen nicht wegsehen. Das muss der Kojote zuerst machen. Okay. Wenn er das getan hat, dann ist er Ihr Freund. Herr Skinner, was ist denn, wenn das alles nicht so läuft, wie Sie sagen? Dann bin ich noch da. Was ist, wenn Sie nicht da sind und ich bin alleine? Dann versuchen Sie es nochmal mit Ihrer Stimme. Okay, gut. Ich glaube, es wird klappen. Okay. Ich glaube, hier ist gar keiner, oder? Ich glaube, hier hat einfach nur jemand sein Motorrad vielleicht vergessen und war betrunken. Wir lassen Sie doch mal gucken da hinten. Hinter dem Stein. Ach, Erin, nochmal. Ich tue Ihnen nichts. Keine Sorge. Nicht, dass Sie vielleicht manchmal doch Angst haben. Nein, vor Ihnen habe ich wirklich keine Angst. Das ist genau. Ich fühle mich gut aufgehoben. Gut. Nicht, dass Sie jetzt denken, wir gehen hinter den Steinen und dann würde ich irgendwas anstellen und würden Sie dann hier zurücklassen. Das würde ich natürlich nicht tun. Oh, sehen Sie hier. Also, dass wir die zurücklassen, habe ich wirklich nicht gedacht. Wow, was war das? Haben Sie das hier sehen? Nein, was denn? Da vorne. Bist du in Ihren Geist? Nein, nein, nein. Die Wellen schlagen gegen das Cliff oder gegen die Brandung oder ich weiß doch auch nicht, was das ist. Das ist dieses große Wasser. Macht mir mal Angst. Wissen Sie, ich habe damals Pools total gemocht. Ich bin letztens auch beinahe eingestorben. Das macht mir Wasser auch Angst. Ähm, okay. Sie sind fast in einem Pool gestorben. Ja, ich bin mit meinem Fuß an... Sie wissen ja, dieser Filter, der saugt ja das Wasser an. Ja. Da bin ich drin hängen geblieben. Der Eddie schwang oben und ich konnte nicht mehr reden und das wäre fast aus mit mir gewesen. Oh je, was ist dann passiert? Ich habe mich... Naja, wissen Sie, Herr Skinner, ich bin sehr gelenkig. Und ich habe mich gewunden. Und gewunden. Ja, und dann habe ich es halt geschafft. Gott sei Dank bin ich so gelenkig. Sie haben sich gewunden und gewunden. Ja, wie ein Fisch. Wow. Das kann ich ziemlich gut. Weil es aber auch ganz schön gefährlich hier, oder? Hm, naja, man muss natürlich schon aufpassen, wohin man tritt, aber... Man hat eine gute Aussicht hier, ja? Das ist wirklich sehr schön. Aber kommen Sie. Ich weiß nicht, ob Sie es auf Venture gesehen haben, aber Eddie hat da ein Bild gepostet. Echt hat er? Hm, da saßen wir. Oder beziehungsweise da lagen wir hier. Das ist wirklich schön. Ach so, okay. Ja. Nein, das ist eine schöne Sache. Dann kennen Sie diesen Ort ja bereits. Ja, ich glaube, das war der Ort, an dem wir wandern waren. Ich habe mir den nämlich nicht gemerkt. Ich habe mir den wirklich nicht gemerkt. Okay. Aber der Leuchtturm, ja, das ist genau der Ort. Mhm. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall wirklich jetzt. Oh je, das mit dem Pool, das tut mir wirklich leid. Da müssen Sie eine, Wasser, äh, nee, ähm, Todesangst gehabt haben. Die hatte ich auch, wissen Sie, das Leben zog an meinen Augen vorbei und dann ist mir auch eingefallen, war aufgefallen, das ist ja wirklich gar kein gutes Leben gewesen. Ich sollte vielleicht irgendwas ändern in meinem Leben. Ich gerate jetzt schon an die Falschen. Harry, das wird schon klappen. In Zukunft lassen Sie da den Kopf nicht hängen. Ich hoffe. Ich wollte nur an meinen ordentlichen Klaps auf den Rücken geben, so, na. Du hast den überste Rücken. So. Passen Sie auf die Tür auf. Das ist ja voll lustig immer, ey. Harry? Ja, jetzt geht nach. Bereit? Wahnsinn, stütz mich ab. Bereit. Äh, das meinte ich noch nicht. Achso, okay. Okay, was? Ich, ich zähle. Drei. Zwo. Okay, warten Sie, warten Sie, warten Sie, warten Sie, warten Sie. Oh. Okay. Moment. Ja, Sie müssen sich ja erst wieder vom Abschlüssen hinsetzen. Ja, mein Handy ist doch in meiner Hosentasche. Ach, okay. Okay. Jetzt bin ich bereit. Okay. Drei. Zwo. Eins. Stopp. Okay, jetzt bin ich gespannt. Oh ja, ich auch. So, oh. Sollen Sie noch abstützen? Ach, egal, oder? Oh. Ja, die Stütze. Oh, okay, okay. Oh, okay, okay. Oh, ja, okay. Okay, abgestützt. Puh. Und hier ist die Nacht. Was halten Sie eigentlich von Eddie? Eddie, ich finde, also wirklich, ich mag Eddie. Nur ich mache mir manchmal echt Sorgen um ihn, dass er, wissen Sie, er hat die ein oder andere, das ein oder andere Mal hat er den rechten Pfad fast verloren. Ja, aber das Gefühl, glaube ich, auch. Und, ähm, dann war ich halt stets da und wollte ihm gut zureden und bin bei Eddie, zumindest da, guter Dinge, dass er seinen, ähm, naja, dass er seinen, wie soll ich sagen, Weg beibehält, verstehen Sie, was er bar freibt? Ja, ich beschwöre ihn, wenn man schon nervt hat, dass er, ja, ich habe gehört, meine Arbeit hat er jetzt bei Dreck und Weg, er geht in einen vernünftigen Job nach und ich hoffe, dass es dabei auch bleibt bei einem ehrlichen Job und dass er sich nicht in irgendwelche Dinge verwickeln lässt, die sein Leben gefährden können. Er ist manchmal auch ein sehr gutgläubiger Mensch. Oh je, wahrscheinlich passen wir so gut zusammen, deswegen, ich mache mir tatsächlich auch ein bisschen Sorgen und... Sie passen sehr gut zusammen. Ja, das haben uns viele Leute schon gesagt. Ähm, ich mache mir auch Sorgen mit Ihnen und ich weiß einfach nicht, ob ich genug gute Einflüsse bin, wissen Sie? Ich versuche das halt immer wieder, aber ich habe immer das Gefühl, dass er das vielleicht gar nicht will. Warum gibt er Ihnen das Gefühl? Ach, wir waren bei Herrn Weiß auf der Geburtstagsfeier und ich habe mich von etwas abgehalten, der war danach nicht so gut drauf, der hat der Alkohol getrunken, dann war das wieder in Ordnung, aber da habe ich auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich ihn, naja, dass ich ihn vielleicht von Sachen abhalte, die ihn eigentlich, die bringen ihn halt in Gefahr, deswegen glaube ich, ich habe da keinen Fehler gemacht, aber ich weiß genau, was ist, wenn ich mal nicht da bin. Naja, dann sind wir alle hoffentlich irgendwo da. Wir versuchen doch füreinander da zu sein. Ich hoffe, man muss irgendwann nicht mehr da sein, dass er halt kein Quatsch mehr macht. Naja, gut, da gebe ich Ihnen recht. Da habe ich mir aber den Weg ausgesucht hier. Wissen Sie noch, wir sind Ihnen schon mal gefahren. Wirklich, Herr Skinner, ich erinnere mich gar nicht. Ach, Herr Skinner, hier ist ja das Wasser. Doch. Dort ist mein Lieblingsplätzchen, dort das Haus, was ich mir kaufen wollte. Aber ich habe uns jetzt nicht dahin geführt, oder? Ich habe wirklich die Augen zugemacht und die Finger auf die Karte gehalten. Ja, da haben wir angehalten. Okay, jetzt fahren wir noch. Und hier, ich glaube, muss es hier gewesen sein. Oh ja, ich glaube, ich habe ein Déjà-vu, Ari. Oh Gott. Kommen Sie, Sie können das. Nein, nein, das geht ja bitte nicht. Diesmal. Ja, das kriegen Sie hin, kommen Sie. Oh je. Wissen Sie, das hat sich ein bisschen in mein Hirn eingebrannt. Zum Beispiel, ähm... Nein. Ja. Stimmt, das funktioniert nicht, Herr Skinner. Ich glaube, Sie müssten das Auto anscheiden. Ach so. Okay, mache ich natürlich. Ja, ich glaube, der Schlüssel ist jetzt aus dem ganzen Bereich. Ach, das Auto spinnt manchmal einfach ein bisschen. Ja. Da muss man manchmal so... Ähm, passen Sie auf. Oh. Jetzt soll es wieder funktionieren. Da bin ich mal gespannt. Ja, sag ich doch. Sie können auch Autos reparieren. Ja, ich bin zumindest für die erste Hilfe zuständig. So, wissen Sie noch? Das haben Sie richtig gut gemacht. Ja, läuft. Ähm, Sie wissen das noch, ja? Ja, Herr Skinner, ich weiß das noch. Gut. Ich werde das niemals vergessen, Herr Skinner, wisst ihr? Ich fahre mal ein bisschen vorsichtiger. Ja, der hat ein bisschen mehr Power als das andere Auto. Das soll er tatsächlich. Oh, ein bisschen, ich habe jetzt ein kleines Problem, mich hier abzustützen. Ähm, dann nehmen Sie den, äh, 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 dann stützen Sie sich mit. Ja, das ist genau. Womit? Stütze. Haben Sie vielleicht irgendwas, worauf ich mich abstützen könnte? Ein Kissen oder sowas? Ahahahahaha. Das ist aber so komisch. Stütze Sie sich einfach an dem Schaltblub an. Der hält schon was aus. Ja, das ist eine gute Idee. Eine Seite reicht ja. Gut. Sie müssen sich nicht abschützen, oder? Nein. Ich halte mich einfach oben am Grifffluss. Und ziehe mich mit einem Arm. Einfach nach oben, bei Bedarf. Herr Skinner, Sie trainieren aber wirklich. Ich bin beeindruckt. Herr Skinner. Ja, danke. Das fahren die Polizisten im PD. Unten aber nicht so. Das kann ich nicht beurteilen. Ja, ich kann das schon beurteilen. Selbst ist der Mann. Können Sie das auch mit den anderen Armen? Das kann ich auch mit dem anderen Armen. Ich achte auf beidseitiges Training. Oh, dann habe ich es jetzt. Ist der Mann falsch interpretiert? Tut mir leid. Ist nicht schlimm. Sind Sie sicher, dass ich diese Strecke hier fahren sollte? Die ist ganz schön schnallt. Ja, wenn Sie bis dahin schnallt. Ist ja langsamer. Aber Sie machen das sehr gut. Danke schön. Also, ich habe mittlerweile sehr großes Vertrauen. Habst du das mal lieber nicht? Vielleicht landen wir im Wassergaben. So. Ich hoffe nicht. Ja. Oh Gott. Ich bin so froh, dass ich mich abschützen kann. Ich fahre jetzt einfach drauf los. Genau. Es gibt also keinen speziellen Weg. Nein, Sie fahren einfach mal drauf los. Okay. Solange wir hier sind, ist gut. Das Lenkrad haben Sie noch ein bisschen verkrampft in der Hand, aber das ist schon okay. Ich sollte mich auch ein bisschen nach hinten lehnen. Ich bin einfach schon wieder viel zu... Ich verkrampfe immer. Beim Autofahren in Kentucky war es ja genauso. Da bin ich ja auch ab und zu Auto gefahren, gebe ich ja zu. Das ist nicht schlimm. Das meinen Sie, es war bei mir anders. In Arizona, in Phoenix, auf dem Land. An einer Ranch. So, hier wissen Sie, ich glaube einfach, ich dachte, dass... Ja. Ich bin ja nicht nur geritten. Auf den Pferden. Was haben Sie denn noch mit dem Pferden gemacht? Nein, ich wollte damit sagen, dass ich ja nicht nur zur Fortbewegung am Reiten war, sondern eben dann auch mit einem Auto unterwegs war. wenn mich mein Vater fahren ließ. Ach, okay. Das geht, ich dachte jetzt schon. Ja, das... Im ersten Moment hört sich sowas ziemlich wild an. Ach, ich mag Ihre Geschichten. Ich würde gerne mehr Geschichten aus Kentucky hören. Herr Skina, das wollen Sie nicht. Vertrauen Sie mir. Okay. Haben Sie Geschwister? Ja, ich... Ja. Herr Skina, das Thema ist ein bisschen, ähm... Prekär. Ich... hatte zwei Brüder. Oh. Der eine Bruder ist leider uns nebengekommen. Am Tag meiner Einreise, Herr Skina, wisst Sie. Hier? Ja. Hier in... Wie konnte das passieren? Ein Unfall? Nein, wir wurden entführt. Wir waren in der Southside und sind aus Versehen gegen ein Motorrad gefahren. Also mein Bruder, der auf jeden Fall einen Führerschein hatte, ist aus Versehen dagegen gefahren. Und, ähm... Okay. Und, ähm... Okay, ich will eigentlich gar nicht drüber reden. Reden wir über meinen anderen Bruder. Reden wir über... Reden wir über schöne Dinge. Oder... Es tut mir leid, ich konnte das nicht wissen. Mein Beileid. Alles klar. Barry. Das ist... Es geht auch nicht max, wie Sie das sagen. Ja. Darf ich... Darf ich wenigstens erfahren, wie... Wie er hieß? Er hieß Bob. 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 Okay. Das ist ein schöner Name. Er war wirklich eine große Nummer in Kentucky. Wissen Sie nicht. Okay. Er wollte hier... Er hatte Träume. Er wollte hier was erreichen. Er hat geplant, eine Hühnerfarm aufzumachen. Er wäre bestimmt in den Norden gegangen, hätte ich gedacht. Wurde eine Hühnerfarm aufzumachen, ja. Ich hätte Sie alle hier willkommen geheißen. Ich hätte Ihnen geholfen beim Bau eines Hühnerstalls. Ja. Das macht mich wieder ein bisschen traurig. Ich vermisse ihn wirklich, wirklich sehr. Es wäre traurig, wenn Sie nicht vermissen. Also schäme Sie sich nicht dafür. Okay. Aber dann versuchen wir uns noch einen schöneren Abend zu machen. Ja. Trotzdem mein Beileid, Ari. Vielen Dank, ist genau. Ja. So. Sie fahren ja immer noch. Ja, ich fahre immer noch. Wollen Sie wieder fahren? Dann fahren Sie doch hier mal rechts, bitte. Der ist wirklich ganz schön schnell. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, das stimmt. Da vorne müssen Sie auch stehen bleiben. Das ist eine gefährliche Stelle. Ja, ich weiß, ich sehe es ja. Haben Sie mir alles beigebracht? Okay. Das beachte ich natürlich auch jedes Mal. So, jetzt passen Sie auf hier. Der Schlepper ist ziemlich groß. Fahren Sie den bitte nicht an. Warte, weiter geradeaus? Okay. Wenn Sie hier geradeaus fahren, dann fahren wir wieder zu Ihrem Dinosaurier, den Sie so toll fanden. Oh, den fand ich wirklich ganz toll. Ja, dann gucken wir doch noch mal dahin. Ah, sehen Sie, da vorne leuchtet ja schon. Das ist ziemlich auffällig. Ja. Okay, gehen Sie mal rechts. Wow. Oh nein. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung? Okay. Ja. Herr Skinder, wollen Sie lieber wieder übernehmen? Haben Sie Angst? Ich habe Angst vor der Polizei, aber ich bin gar nicht mit einem Polizisten auf dem Auto. Aber passen Sie auf, fahren Sie einmal links rum, fangen Sie auf den Hof von diesem Laden. Von dem Dinosaurier-Laden? Ja. Okay. Ja, das ist super, wie Sie das mit dem Hebel entdecken mittlerweile. Ja, darum bin ich ganz gut. Ja. Okay, so, kriegen wir hin. Hepp, hepp, hepp. Fertig. Wow. Harry, das war Weltklasse. Herr Skinder, vielen, vielen Dank. Ich habe mir auch richtig Mühe gegeben. Jetzt müssen Sie nur noch die Zündung ausmachen. Zündung ausmachen? Ja, das ist der Schlüssel. Ja, richtig. Dann tauschen wir wieder. Sie haben eine große Leistung hier vollbracht. Also, ich habe keine Angst, dass Sie... Ich glaube, Sie brauchen nicht viele Fahrstunden dann für den Führerschein. Ja, ich hoffe. Ich hoffe. Aber sehen Sie mal, hat doch Spaß gemacht hier durch Sand und durch alles zu fahren. Sehen Sie mal, das Auto dreckig. Oh nein. Das macht nichts, das macht nichts. Das wollte ich ja gleich sagen. Ich finde das lustig. Aus Reflex wollte ich schon wieder sagen, ich kann ja mein T-Shirt dann ausziehen, aber ich müsste es dann waschen. In Kentucky ist viel passiert. Also, bevor Sie Ihr T-Shirt ausziehen müssen... Ähm, bitte? Würde, bevor Sie Ihr T-Shirt ausziehen würden, um vielleicht diesen Dreck hier wegzuwischen, würde ich mich selbst komplett am Auto entlang reiben, damit es sauber wird. Das stelle ich mir gerade ziemlich witzig vor. Ja. So lustig. Oh, ich muss auf jeden Fall was trinken. Zum Glück habe ich was bei. Was müssen Sie? Alles gut, ich habe nur gesagt, ich muss unbedingt was trinken, aber ich habe jetzt zum Glück was bei. Ach, sehr gut. So. Runde Nummer drei. Bin ich aber mal gespannt. Haben Sie vielleicht noch irgendwas Besonderes? Irgendwas Schönes? Ähm. Na. Ich würde sagen, Sie geben mir nochmal... Wir machen die Runde drei und dann zeige ich Ihnen noch was. Okay. Dann machen wir es so. Ich bin bereit. Okay. Drei. Zwo. Eins. Stopp. Oh, da muss ich... Da bin ich im Wasser. Machen wir es hier. Ah, okay. Jetzt bin ich gespannt, Ari. Wir kommen heute ganz schön rum, also hätte ich nicht gedacht. Naja, jetzt haben wir natürlich oft auch die gleichen Stellen angefahren, das ist aber nicht schlimm. Ich genieße es. Es ist schön einfach mal, die Nacht ist immer jung, alles schön kühl. Das ist richtig. So kühl, ich hätte vielleicht doch eine Jacke anziehen sollen. Ich kann die Heizung aufdrehen, Ari. Oh, das wäre super. Dann bläst Ihnen das, äh, die Bläse erstmal in die Ohren. Zum Glück, zum Glück habe ich keinen Rock an. Ha, sie hatten schon mitgedacht. Dürfen sie denn überhaupt so schnell fahren, ist genau... Ähm, ja, hier auf diesen Straßen darf man unbegrenzt fahren, das ist der Highway. Okay. Mussten sie in der Stadt fahren, die Leute hier auch so schnell? Ja, außer hier wischen sie. Dann machen sie es so schnell nicht mehr, weil das ist teuer. Ich würde sie so gerne mal dabei sehen, wie sie jemanden, naja, nicht festnehmen oder Maß regeln. Einfach mal ihm bei der Arbeit zu schauen. Das lässt sich regeln. Ja, dann muss ja auch jemand Scheiße bauen. Ach, passen Sie auf. Was kriegen wir hin? Ich bin gespannt. Was, äh, bei welchen Vergehen hätten Sie denn, äh, gerne gesehen, dass ich aktiv werde? Vielleicht wenn jemand zu schnell fährt. Okay. Was natürlich hier schwierig ist, aber... Sehr schnell oder nur ein bisschen schnell? Sehr schnell. Okay. Okay. Bestimmt haben alle Leute Respekt vor Ihnen, oder? Also hier in der Gegend. Na ja, na ja, wissen Sie, der Respekt kommt ja nicht von allein. Den Respekt muss man sich ja natürlich auch irgendwo, ähm, mit einem vernünftigen Umgang miteinander, ähm, na ja, verdienen. Oh, das ist ja interessant. Ja, jetzt fassen Sie mal auf. So. So. Steigen Sie doch mal auf die Fahrersage ein. Ach, jetzt genau, sind Sie sich sicher? Ja. Sie sollen sich ja nur hinsetzen. Okay. Okay. Warten Sie bitte. Es ist manchmal so langnehm und ich feiere jede Sekunde davon einfach. Ich liebe das so. Ich sehe nichts. Pauli, hier ist der Sheriff Department Lady. Bitte machen Sie den Motor aus. Legen Sie den Zündschlüssel auf das Armaturenbrett und steigen Sie aus. Treten Sie dann auf die Beifahrerseite und warten Sie auf weitere Instruktionen. Oh Gott. Oh je. So, ich mache das so, damit Sie mithören können. Ja, Ari. Ja. So. Leitstelle für SD-12 kommen. Ja. Personenüber, äh, Fahrzeugüberprüfung. Kennzeichen. Oh, ich habe den Fahrzeugschutz jetzt nicht draufgelegt, aber. Mike. Yankee. November. X-Ray. Charlie. Wie soll ich denn hier ernst bleiben? Ja, ich warte. So, Lady, warten Sie bitte noch einen kleinen Moment auf weitere Instruktionen. Okay, okay. Das ist so lustig, ey. SD-12 hört. So lustig, oh Gott. Verstanden. SD-12 Ende. Oh Gott, das wird so unangenehm cringy werden. So, howdy, Lady. Hallo, ich habe wirklich nichts getan. Ich war ganz lieb. SD-12, genau. Ist mein Name. Ich bin der Sheriff vom Sheriff's Department hier im Norden aus Sandy-Chance. Und, äh, das ist jetzt einfach eine Personenüberprüfung. Und natürlich habe ich Sie auch angehalten. Nicht ganz so ohne Grund. Können Sie sich möglicherweise vorstellen. Warum? Ähm, weil ich das nicht so spät angemacht habe? Das weiß ich nicht ganz. Weil ich meine Spiegel nicht richtig eingestellt habe? Das auch nicht. Jetzt gebe ich Ihnen noch eine Chance. Wenn Sie zumindest mir den richtigen Tipp geben, dann er macht. Dann gibt das für mich den Eindruck wieder, als würden Sie zumindest erkennen, was ich, äh, warum ich Sie eingehalten habe. Das wäre ein gutes Zeichen für Sie. Ich bin ein wenig zu schnell gefahren. Ja. Wie schnell sind Sie denn gefahren? Viel zu schnell. 180. Das ist richtig. Wow. Okay. Tja. Wissen Sie, was darauf steht? Nein. Ähm. Gucken Sie mal. Sie haben doch dieses Venture an. Da sehen Sie doch Gesetze, richtig? Ja. Jetzt passen Sie mal auf. Dann gehen Sie doch mal ziemlich weit runter. Dann sehen Sie ganz unten unter, bevor das Tierschutzgesetz beginnt, ja? Die Straßenverkehrsordnung. Die Straßenverkehrsordnung. Ja. Jetzt gehen Sie da ebenfalls weiter runter. Bis zu den Paragraphen 7. Oh je. Jetzt sehen Sie oben eine Mindestgrenze von 0 und eine Maximalkrenze von 450 Dollar. Und Sie haben Glück. Es gibt keine Hafteinheiten. Es sei denn, Sie würden jetzt hier irgendwelche Sprätzchen machen und nicht sauber kooperieren, Lady. Oh, okay. So. Damit ich jetzt erstmal nicht immer Lady sagen muss, hätte ich gerne mal Ihren Ausweis gezogen. Eine Sekunde. Das ist jetzt aber echt so furchtbar. Barnes. Die Idee ist so lustig. Bitte schön. Haben Sie den Ausweis wieder? Dankeschön. Okay. Den Führerschein haben Sie auch wieder. Bitte schön. So, soll ich Ihnen was sagen? Darf ich Sie fragen, was Sie arbeiten? Ich arbeite als Kellnerin. Okay. Ich weiß, dass für eine Kellnerin 450 Dollar sehr viel Geld sind. Das ist wahr. Und wissen Sie, hier draußen, in dieser Uhrzeit, weiß ich, dass hier weniger Betrieb ist. Und deswegen drücke ich hier zumindest ein Auge zu, dahingehend, dass ich Ihnen nicht die Maximalstrafe gebe, sondern Sie werden mir einfach 200 Dollar bezahlen. Und dann ist die Angelegenheit erledigt. Und dann möchte ich in Zukunft sehen, dass Sie entsprechend nach Verkehrslage fahren. Sie bitte auch an die Sicherheit der anderen Verkehrswahlnehmer denken. Oh, das ist aber schade, weil ich habe gar keine 200 Dollar bei. Das macht nichts. Aber bestimmt auch ein Bankkonto. Und so, da haben Sie Ihre Karte dabei. Dann können Sie dann bei mir durchziehen. Ernsthaft? Naja, ich habe Kartenlesegerät. Nun ja, ich glaube, auf dem Konto habe ich gerade auch kein Geld. Oh, das ist mir gerade eingefallen. Das ist ja ein Ding. Tja, dann machen Sie mir... Dann machen Sie sich selbst das Leben gerade nicht leicht. Das Ganze müsste ich dann möglicherweise in Hafteinheiten umrechnen und Sie dann entsprechend inhaftieren, Lady. Ich muss ja gucken, dass es nicht zu weit geht, ne? Es ist, äh, hier. Okay. Also, Sie haben die... Sie haben die Wahl. Wenn ich dann um das Geld drumherum komme? Naja, wenn Sie Vorzug nehmen, dass Sie dann entsprechend Ihrer Freiheit beraubt werden. Rechts wegen... Wie lange wäre denn so eine Hafteinheit? Zu lang. Oh, verdammt. Naja, ähm... Ich könnte hier Auto waschen. Wissen Sie, in den Zellen gibt es auch, wenn man Pech hat, Kakerlaken. Oh mein Gott! Ist das wirklich wahr? Ich will nicht in eine Zelle. Also, von dem her würde ich Ihnen einfach raten. Ich kann es nicht. Zahlen Sie doch einfach die 200 Dollar und dann ist die Sache erledigt. Ja, ich glaube, das wäre dann doch das Beste. Okay. Dankeschön. Denken Sie dran. Gute Fahrt, Lady. Oh Gott! Der hat das dann tatsächlich durchgezogen. So ungefähr könnte das ablaufen. Also, jetzt habe ich tatsächlich Respekt vor Ihnen. Das war ganz schön gruselig. Naja, das mit den Kakerlaken hätte ich nicht wirklich gesagt. Naja, doch, vielleicht schon. Aber ernsthaft, gibt es da Kakerlaken? Nein. Puh, Gott sei Dank. Wir pflegen unsere Zellen. Schließlich ist das Ganze ja irgendwo auch mit einem Hygienekonzept verbunden. Und wie ist das mit den Zellen beim PD? Sind die gepflegt? Ich hoffe es. Wenn nicht, dann müssen Sie mit Eddie schimpfen. Schließlich ist es ja die Firma Dreck und weg. Ja, das stimmt. Oh Gott, ich glaube, die sind da wirklich nicht gepflegt. Nein, die sind bestimmt ganz sauber. Der macht das nicht. Das denke ich auch, ja. Den muss ich auch mal bei der Arbeit zugucken. Verzeihen Sie den Moment. Das muss ich doch wirklich aufhören. Das muss aber wirklich aufhören. Ich mache die Tür wieder auf. Dankeschön. Bitte. Ariane, mein Gott. Nur wenn er das in Eddie sagt, ne? Ach, wissen Sie. Du hast es genau so getan, als würde er mich verhaften. Die Arbeit kann sehr viel Spaß machen. Manchmal kann sie natürlich auch sehr gefährlich sein. Und werden Sie... ...Melodie sowas auch zeigen? Nein. Okay. Das zeige ich nur Ihnen. Außerdem wüsste ich nicht, warum ich mir das zeigen wollen würde. Ach so, ich dachte nur, vielleicht gehört das ja zum Paket. Ich zeige Ihnen die Norden. Nein. Außerdem habe ich nicht mal die Nummer von ihr und sie hat auch nicht meine Nummer. Glaube ich. Ich glaube, Sie haben... Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, sie hat gesagt, sie hat irgendeine Macht. Sie ist aber auch leicht rauszufinden. Na gut, das stimmt. Sie haben es ja auch... ...echt professionell recherchiert. Ich bin wirklich kein Stalker. Es war einfach Zufall. Naja, es sprengt einem ja förmlich ins Auge, wenn man in Venture reinschaut. Richtig. Das stimmt. Sind Sie eigentlich morgen auch bei der Hochzeit? Ähm, ja, das ist richtig. Oh, apropos, jetzt haben Sie mir noch was gebracht. Sind Sie auch bei der... Richtig. Ja, ich bin morgen bei der Hochzeit. Ähm, wissen Sie, ich bin auf der Suche nach einer schönen Weste. Wollen Sie mich kurz zu Ponsen, wie ich es dann begleite, nachdem wir jetzt erstmal die Location besucht haben? Natürlich, gerne. Dann könnte ich mir dort eine entsprechende Weste aussuchen und möglicherweise ein anderes Hemd. Wobei ich dieses Hemd sehr liebe. Dann bin ich aber mal gespannt, wie Ihnen das da stehen wird. Ich auch. Sagen Sie, was ist denn so der Dresscode morgen bei der Hochzeit? Ich habe leider Frau Collins das nicht mehr erreicht. Wollte mir da Bescheid geben. Warten Sie. Da konnte man aber auch jetzt irgendwie nicht raus, ne? Da hätte man irgendwie alles, äh, kaputt gemacht. Hier ist Ariane RP. Ah, lauter Anrufe. Ja, Mann Gold, Mann Gold. Ach Gott. Max, wehrt. Patsche. Ja, also der Herr, Max, wehrt. Ähm, ja. Ich habe mal den Flugmodus wieder an, äh, ausgeschaltet. Okay. So, warten Sie. Howdy, Herr Patsche. Sag mal, kurze Frage nochmal. Was? Äh, nein, habe ich nicht. Ich habe die Dame nur ruhig. Nein. Ich bin ein Gentleman und fahre die Dame dorthin, wo sie gerade hin muss. Aber natürlich. Also Sie haben geschrieben, äh, Werder aus Santi nicht stau, habe ich geschrieben, seid ihr immer noch da? Äh, ich bin hier gerade mit Skinner unterwegs und es sind komplizierende Sachen passiert. Hör auf mit dieser Gerüchte, Scheiße. Warte, frest du los. Naja, ähm, meine Frage ist, ähm, der Dresscode für morgen nochmal. Ist nicht meine Heirat morgen. M-m. Das ist eine Aussage. Danke. Darf ich mich jetzt wieder durch Los Santos bewegen, ohne dass man gleich wieder Gerüchte streut? M-m. Was isst du da, Pan-Äh-Chicken-Dip? Ich finde das nicht nett. Dann hätte ich das dir natürlich als erstes erzählt. Ist ja geschrieben, ich bin noch hier, ja. Lass reden, bitte, habe ich geschrieben. Heute, sag Bescheid und ich versuche vorbeizukommen. Und Gerüchte ist nicht gut. Nein. Die war es nicht. Okay. Howdy, danke für die Information. Okay, was man will. Alles in Ordnung, der ist genannt? Ja. Wirklich? Apache hat er angerufen, der fuhr beim Esti vorbei, als wir hier waren. Und er sagte, warst du da etwa eine Frau dabei gehabt, mit der du im Auto rumgeknutscht hast? Dann habe ich gesagt, so, ich möchte solche Gerüchte Küche hier nicht im Starte haben. Ach, also daran hätte ich mich aber erinnert. Wo war ich denn hin, verdammt. Ach, ich bin völlig durch den Wind. Naja, ich meine, sie haben ja Eddie auch letztens gesagt, dass sie mir den Norden gezeigt haben. Ich habe da gar kein Problem. Und dann haben sie mir gezeigt, wie sie arbeiten. Das ist richtig. Und hier zeige ich Ihnen mal, wo sie mit Eddie möglicherweise einen coolen Wellnessaufenthalt haben können. Huch, das ist ja schön hier. Ja, ist doch echt ein schöner Laden hier. Und sehen Sie, ein schönes Diners. Oh, hier kann man bestimmt schön heiraten. Und hier kann man auch schön Häuschen, äh, ähm, ja, Wohnungen oder Apartments möglicherweise mal nehmen. Ich finde das wirklich voll schön. Ja. Also das wusste ich gar nicht, dass Santos so etwas Schönes zu bieten hat. Ja. Dann bin ich Herr Skinner. Ja. Wissen Sie, Melody, meine Freundin, wir haben ja gerade über Sie geredet. Mhm. Sie hat ein bisschen Schwierigkeiten. Können Sie mich vielleicht gleich, wenn Sie alles anprobiert haben, zu ihr fahren? Natürlich kann ich das tun. Das wäre super. Ist es denn dringend? Ich schaue noch mal, sie hat gerade noch mal geschrieben. Oh, okay, ich verstehe. Weil wissen Sie, dann fahre ich, ich kann Sie auch gleich hinfahren. Ich meine, natürlich, auf Ihr beratendes Auge hätte ich natürlich noch Wert gelegt. Nein, nein, wir machen das noch mit den Klamotten. Ich würde mich weiterhelfen zu können. Okay. Also ich, Sie hat geschrieben, müssen Sie nicht, wenn du mit Skinner unterwegs bist. Ich habe geschrieben, alles gut, wir fahren gleich Richtung Stadt. Ich habe ein komisches Gefühl, ich muss morgen dringend mit Eddie reden, weil ich das alles erzählen werde. Ich habe das natürlich so schlechtes Gewissen, ey. Ich werde das natürlich alles erzählen. So, was schreibt denn, Melody? Ja, ich habe ihr gesagt, dass wir gleich irgendwann unterwegs in Richtung Stadt sind. Und dann, ja, dass wir beide miteinander reden können, sie und ich. Ja, wo ist sie denn? Sie müsste bei Ellis Bar sein. Eddie hat eine Bar? Nein, Eddie. Das wäre cool, wenn Eddie eine Bar hätte. Ja, das stimmt. Also, Ellis Papp. Wissen Sie, ich habe alles irgendwie, der Eddie erzählt manchmal und verwurscht da ein bisschen was mit den Namen. Deswegen passiert es mir manchmal, dass ich die Namen falsch ausspreche. Ja, verstehe. Ach ja, ich finde es aber auch wieder ausgezeichnet heute. Ja, das war wirklich sehr schön. Es geht ja, ich hoffe, Sie sind mir aber nicht böse, wenn ich das Eddie erzähle, weil ich weiß nicht, ich fühle mich einfach so schlecht sonst. Nein, ich werde es ihm auch erzählen. Natürlich, tun Sie das. Das wäre super. Ich meine, wenn er nicht da ist, ich meine, er kann ja auch nicht, ich hoffe, er sperrt Sie nicht zu Hause ein und erwartet, dass Sie dann einfach nur zu Hause rumsitzen, nicht mehr vor die Tür gehen, wenn er nicht da ist. Nein, ich kann schon draußen rumlaufen, es ist alles okay. Es ist gar noch ein bisschen schwierig, weil ich ein bisschen Schutz brauche, wissen Sie. Deswegen wollte ich mir ja die Sonnenbrille holen mit der Mütze. Ja. Ich bin heute ohne Schutz draußen gewesen und habe leider direkt schon jemanden getroffen. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, der Herr Ägypter, Herr Jafar. Äh, der Taxifahrer. Ja. Er hat ja ein paar interessante Sachen gehört und bin mir immer noch nicht sicher, ob er ein guter oder ein böser ist. Aber er hat mich direkt abgefangen. Das ist ein ziemlich unberechenbarer Typ. Ja, beziehungsweise wir haben sich Zufall getroffen, aber unberechenbar. Glauben Sie, ob das Zufall war, war ich zu bezweifeln. Okay, ich habe nämlich auf seine Anrufe nicht reagiert. Wie viel wissen Sie, Herr Skinner? Über was? Von allen Situationen so rund um Eddie? Hm, naja, da habe ich mich eigentlich relativ viel rausgehalten aus allem. Und ich habe nur versucht, in den Extremsituationen irgendwie, wenn es ging, da zu sein, und ihn, naja, wieder auf den rechten Weg zurückzuführen. Okay, gut. Ja, wie gesagt, Jafar ist da so ein kleines Problem. Er schien mir jetzt nicht unfreundlich, im Gegenteil. Ja. Er riecht ein bisschen nach Alkohol, wenn man ihn trifft, aber ansonsten. Hm, ich verstehe. So. Aber Sie sind nicht alleine im Norden. Wie meinen Sie das? Ich weiß nicht, gerade war ja nicht so viel los, und wenn ich mir vorstelle, dass Sie gleich wieder zurückfahren. Sie meinen im Sheriff Department? Allgemein im Norden. Ist da viel los? Es geht, es geht. Also ich muss sagen, die letzten Monate und Wochen hat das eben langsam zugenommen. Die Leute wollen alle immer mehr im Monat wohnen. Es ist günstiger. Man spart sich ein bisschen Geld. Natürlich hat man auch wieder Spritkosten, wenn man in der Stadt arbeitet. Daher kann man sich auch überlegen, ob man dann möglicherweise am Land dort etwas sucht. Bei den Farmen. Aber. Es lässt sich ganz gut aushalten. Und ich habe den Eindruck, es kommen so langsam in die ein oder anderen Geschäfte. Die dann auch dafür sorgen, dass ihr ein bisschen mehr Leben in der Gude da ist. Okay. Und werden Sie aber ab und zu auch in die City kommen? Natürlich. Auch wenn ich das künstliche Licht ja nicht so mag, wie Sie wissen. Ja, das haben Sie schon gesagt. Stimmt. Das war oben ein bisschen angenehmer auch für die Augen. Es gibt alleine schon besondere Anlässe hier durchaus in die Stadt zu fahren. Ja, man hört hier auch schon wieder gerade ein bisschen Partymusik. Mhm. Ich schaue noch mal ganz kurz auf mein Handy. Ja. Vielleicht brauche ich vorher noch mal... Müssen wir gerade mal sehen. So, noch mal gerade ein Geldautomat hier auftreiben. Dann muss ich noch eine Weste kaufen. Ich soll ihn beraten und dann sind wir sofort da. Entschuldigung, ich schreibe Melodika zurück. Bitte, machen Sie das. Sie wäre später dann am Stadtpark. Klingt alles nicht so gut. So, einen Moment. Die müssten sowas normalerweise haben. Bin ich aber mal gespannt, was Sie sich da aussuchen. Ich auch. Kommt ja mal drauf an, was der Laden da so hat. Oh, das Department of Flavor. Flavor? Ja. Ah, Flavor ist gut. So, wo ist... Sie ist bei Alice Park, richtig? Ähm, ja, sie läuft jetzt zum Stadtpark, aber ich glaube, wir gehen ja eh erstmal ein paar Wochen kaufen, oder? Ja, das stimmt. So. Sie solltet sich eine schicke Klamotten. Ich spreng mal schnell aus dem Auto. Okay. Ähm. Nice. Ja, das ist echt schön. Weiter weiß und Napi nice. Ah. Es klingt an so gute Vorlagen für die alte Ariane, aber die wollte ich ja auch nie mehr sein, ne? Also, ja, schwierig, schwierig. Das ist, wenn man sich irgendwie so mitziehen lässt. Es gab so viele gute Vorlagen, es war so lustig. Aber, es ist nichts passiert. Und Ariane war ja auch deswegen nicht sauer auf Eddie wegen, nein, wegen diesem Eifersuchts-Ding, ne? Ach so. Da sind sie wieder. Da bin ich wieder. Das ist aber Ariane. Ich weiß. Oh, sie ist keine Fremdgear-Ariane. Ach, das macht man eigentlich so nicht, ja. Ich hab nichts gesehen. Oh, dann ist ja gut. Ari, was sind denn Ihre Pläne? Ich glaub, technisch haben Sie schon was in Aussicht. Nein, noch nicht. Wissen Sie, dass das Problem ist, bitte? Ja, welches Problem? Das Problem ist, dass ich oft ja meinen Schlaf nicht wirklich regeln kann. Ich schlafe mal da und wache mal an diesem Tag auf. Und solange ich das noch nicht regeln kann, kann ich auch noch keinen besten Job annehmen. Ich verstehe. Naja, vielleicht sollten Sie eine andere Dosierung von, aber Hallo-Probieren. Oder, nee, wie war das? Hallo-Wach. Hallo-Wach, ja. Ja. Der Weg war gefährlich. Ach ja, hier ist es ja. Genau, hier ist es. Da bin ich auch schon ein oder andere Mal drin. Dann gucken wir mal. Eigentlich mag ich solche Läden, ich bin fein in Zwirn. Ja, ich muss leider zugeben, dass ich die mag, auch wenn die total überteuert sind. Oh. So. Eine Wessel. Wo meinen Sie, bekomme ich das hier vielleicht? Siehst du aus? Hm, mal gucken. Sagen Sie, wenn ich weggucken soll. Ja. Das sah ja ein bisschen nach Mafia aus. Hm. Ich glaube, ich muss doch mal, ähm... Ari, verzeihen Sie bitte. Ja. So, das ist besser. Oh, Herr Skinner! Sagen Sie doch was! Ich gucke nicht hin. Ich gucke wieder weg. Sagen Sie Bescheid! Sagen Sie einfach Bescheid! Manche Sachen sind ja echt voll doof gemacht, sowas. Hm. Das ging doch digitiert zu Raymond. Nervös, ich habe überhaupt gar nichts für die Hochzeit da morgen, jetzt. Zwischenzeitlich heute dachte ich, Ariane wird endlich gar nicht hingewehrt, weil es vorbei ist. Ohne Scheiße, ich dachte, da soll es zwischenzeitlich, das war so... Boah! Sie waren so anständig. Ja, muss ich jetzt. So, jetzt muss ich da glatt mal gucken, ob ich noch ein geeignetes Hemd finde, mit der sich, mit dieser Weste... ...hunggucken kann. Okay. Hallo, Herr Ägypter. Sag das doch nicht so laut. Hab ich doch gar nicht. Hallo, Herr Ägypter. Sag nicht meinen Namen so laut, sonst erzählen die Leuten wieder, die um dich rumstehen, wieder irgendwas... ...dass ich mit einem Pennern oder so. Alles gut, ich bin mit einem Polizisten unterwegs. Ach so, ich muss kelleren oder was? Nein. Ach so, ja okay. Ne, du hast auch gesagt, ich wollte ja eigentlich nicht erlangen, weil du wolltest erlangen, aber wir haben jetzt schon 3.1 und die dachten, ob ich es vergessen habe, du wolltest mich erlangen. Nein, ich habe es nicht vergessen, aber es ging so schnell häuter, die Polter. Ich fand, dass er immer noch ganz gruselig mit dem Vampir und so, aber ich meine, haben sie den Herr Vampiren wirklich was Falsches gesagt? Frau Manzen ist da, ne, Frau Manzen? Genau. Passen Sie mal auf, da ist ein langes Schichtenanzeigen gegen Walter, Walter gegen mich, ich gegen Walter und so, ne? Also Walter und Weiß, ne? Ja. Ja, und da wird jetzt alles fallen, dass er so nahe ist. Ne, ist die Geschichte durch. Okay, eine ernst gemeinte Frage. Würde ich in ihr Taxi einsteigen? Würde ich auch da ankommen, wo ich gerne ankommen wollen würde? Natürlich, teste doch, kannst du sogar Polizei mit mir mitbringen, wenn du willst. Okay. Warum denn nicht? Ich fahre immer von 20 Uhr bis Wochenenden bis 3 Uhr morgens Taxi. Jeden Tag, also nicht jeden Tag, jeden Wochenenden. Das ist ja ganz schön viel. Ja, und die Leute kommen einen an. Frag mal rum, frag mal in den Stadt rum, Jafar. Frag mal, ob die Kinder fahren. Ja, du willst von jedem die gleichen Antwort bekommen. Aber, ne, gibt, wissen Sie, ich hab ein bisschen Angst. Ich glaub, das Santos ist wirklich sehr gefährlich. Ich mein, ich muss doch keine Angst haben, irgendwie. Ich bin doch nicht in Gefahr, oder? Oder haben Sie vielleicht auch Informationen über mich? Sie haben doch gesagt, Sie haben falsche Informationen verbreitet. Was meinen Sie damit? Na, war doch nur, damit ich kriegen Geld, aber der ist ja jetzt aufgeflogen, da hab ich für auf den Sack bekommen, von weitern und von allen, und da hab ich jetzt gleich mehr raus. Und das, was Eddie da macht und sagt, ne, da würd ich mal lieber anders rumdrehen, aber ich möchte jetzt ja auch keinen schreiten, ne, da ist ja dann jemand. Ne, deswegen lass ich das. Ja, was meinten Sie denn mit dem Geheimnis von Eddie? Ja, wo? Frau Pantz, wenn ich Ihnen das sage, dann sagen Sie, ja, die Ägypten kommt, und dann kommt Eddie zu mir, dann krieg ich Messer oder ein Knüppel oben kommen, und dann sterbe ich, die Kinder doch eben, die sind doch alle gleich hier los an uns. Einen, einen Moment, äh, ich telefonier grad noch, ich bin sofort fertig. Okay. Ich glaube, dafür, für so ein Info, lass uns treffen. Kannst du auch Polizeimann dabei haben? Treppen, ach, ich glaube, am Telefon ist das erst mal besser. Ich, aber ich glaube, die, was soll ich mir sagen, das kann mir, kann die Meinung über Eddie, glaube ich, bei mir. Nicht wirklich ändern. Ne, deswegen ja. Ist aber nichts Schlimmes? Sagen Sie mir einfach, ist es nichts Schlimmes, das reicht schon. Ja, weil, ich frag dich jetzt mal was, ja, ich sag jetzt einfach mal, du, jetzt haben wir schon drei Minuten telefoniert, jetzt bist du ein bisschen mein Freund. Pass mal auf. Wie redet Eddie mit dir? Wie sagt er zu dir Hallo? Er sagt, Hallo. Hallo. Das sagt er. Ja, und da sind wir beim Thema. Frau Banz, das ist also ein wichtiges Thema. Das ist, also ich würde sagen, das ist schon, da könnte ich, man, könntest du jetzt fitzen Händen bekommen, weil das ist nicht nur so ein kleines, das ist ein großes Sachen. Das wissen auch schon viele in Nusshandels, wie ich erfahren habe. Nein, wenn sie das wissen wollen, dann lass uns helfen, da kannst du auch wirklich, da kannst du Polizei mitbringen. Ich komme alleine in mein Taxi und ich rufe nochmal laut, ich bin Jofra, damit auch jeder weiß, ich bin da und wenn was passiert, was ich nicht glaube, dann könnt ihr mich doch sofort mitnehmen. Aber Sie können es mir doch einfach am Telefon sagen, Herr Ägypter. Nein, so was mache ich mir an Telefon. Bitte was? So was macht man hier an Telefon. Da ist wie so, da ist so eine Information, wenn du hast einen Freund und was bei SMS ins Schluss ist, oh scheiße, wenn du so eine Information hast, dann machen wir nicht am Telefon. Was? Ja, Herr Skener. Das ist lang, erblicklich. Nein, Herr Skener, er ist doch mein Kumpel. Frag dir mal, Herr Jofra, frag dir jetzt mal, wie finden Sie Jofra? Ich soll fragen, wie Sie Jofra finden? Jofra ist in Ordnung. Er hat gesagt, Sie sind in Ordnung. Herr Ägypter, warten Sie einen Moment bitte kurz. Ja, nämlich Jofra, nicht Ägypter. Ja, Jofra, okay. Das sieht wirklich richtig gut aus. Ja, ich denke, mit langem macht es eher so ein guter Spiel, oder? Ja, Herr Ägypter ist es besser. Ja. Einen Moment, einen Moment, Jofra, einen Moment. Mit langem ist es wirklich besser. Sieht schicker aus. Seid ihr oben an den SD? Nein, wir sind... Nein, sind wir nicht. Kleidungsschäften, ne? Ja. Wo? Warum wollen Sie das wissen? Nein, nur so. Ich frag doch nur. Mein Gott, ich darf nicht mehr fragen. Nur zackt uns. Naja, Sie machen mich ein bisschen nervös. Das können Sie mir aber auch nicht verübeln. Ne, Frau Pantz, warum denn? Was haben Sie über mich denn gehört? Erzählen Sie mal. Jetzt mal wirklich. Nur Gutes, Herr Jofra, nur, nur Gutes. Ich kann doch mit mir reden. Wissen Sie, ich hab ein Problem, denn ich, fast jeden, den ich in dieser Stadt vertraut hat, hab mich einfach nur verarscht und belogen. Und nein, jetzt seien Sie mir nicht böse, aber ich kann Ihnen nicht vertrauen. Ne, das ist schon ein bisschen neu. Wir kennen uns auch gar nicht. Ja, aber das ist ja... Sie haben ein bisschen Verständnis dafür. Ja, dann natürlich selbstverständigen, aber dann fragen ich, warum, dann glauben Sie anderen Leuten irgendwelchen Geschichten, dass Sie jetzt die Meinung haben, dass bei mir und ich kann man trauen. Herr Jofra, Sie können sich sicher sein, ich traue sowieso immer weniger Leuten. Egal, was man jetzt über Sie sagt. Ich würde, glaube ich, selber nachfragen, aber ich traue immer weniger Leuten. Ja, da ist schon... ist schon alles super. Und dein Mann traust du. Sagen wir mal so, ihm traue ich am meisten hier, ja? Ja. Ich meine, sonst hätte ich mich doch nicht mit ihm verlobt. Ja, dann... Dann hält er zusammen... Wie schuldet er? Wie haben Sie das denn jetzt rausgefunden, verdammt? Das ist ja gruselig. Ich war bei Mama Mama, und da habe ich geguckt, wenn ich nur an der Atom-Euro-Zeit raus. Oder Sie haben ein Pi-Sender an meinem Handy gemacht. Ja, genau. Ja, man weiß ja nie, wissen Sie, ich glaube ja, das ist das mit dem Vertrauen. Nee, ich war hier vorne, ich soll diesen Kopfhörer-Party da habe ich gerade weggebracht, und jetzt bin ich hier. Na gut. Ich weiß es wirklich, aber es ist, der ist der einzige Mann, der hat noch um die Uhrzeiten auf, und Sie haben gesagt, die sind ein Hemd angucken. Ja. Nee. Ich bin hinten am Gucken, mit einem Polizisten. Ja, der ist ja super, jetzt geht es. Ja. Warte, warte, wenn wir weiter so telefonieren, und ich sitze hier im Auto, dann sieht es auch komischer aus für alle Leute. Okay. Bis gleich. Oh, jeder kommt rein, Entschuldigung. Hau dir, Mr. Schaffmann. Ja, zu sehen wollte ich sowieso auch noch, ne? Ich kriege ja auch noch einen Rundgang, ne? Ja, das habe ich gesagt. Ich bin gerade am Einkaufen für morgen. Von December? Eine Hochzeit. Von wem? Wissen Sie das nicht? Ich habe von einer Hochzeit gehört, ich glaube, ich brauche Einladung, aber habe ich vergessen. im Norden. Und von wem? Mangold. Ah, jo, Apachen? Richtig. Ja, ja, damit ich sowieso einladung. Ja, Sie wissen doch, Leand ist meine Tochter. Ne? Ne? Du hast eine Tochter? Eine Ziehtochter. Ihre beiden Blicke waren hier gerade amüsant. Ich kenne euch, und dann sage ich, ich kenne uns jetzt schon ein bisschen immer länger, ne? Und dann sagst du mir jetzt erst. Sie ist meine Ziehtochter, und, ja, ich habe die Ehre, Sie morgen dann, naja, das werde ich nicht weiter erwähnen, Sie werden es sehen. Ja. Es geht noch, ich weiß nicht, wie sind Sie auf dem Stand, ne? Von, von, von den Sachen mit Walter und mir, ne? Es ist gut, wenn ich solche Scheifele gerade habe. weiß ich nicht, ich kenne nicht den Stand Ihrer Bistu. Ich habe immer zu klug, wenn er da ist. Haben Sie ja bestimmt was von mir, ne? Soll ich Ihnen was sagen? Mhm. Ich gucke nicht immer jedes Mal in jede Akte hinein, außer es ist, äh, wirklich dringlich, und wir hatten bisher miteinander noch nicht so dringliche Fälle, dass ich mir alles genau angeguckt habe. Also, ja, ist ja in Ordnung. Also, Sie wissen ja, mein Credo kennen Sie doch. So wie es in Wald hinein ruft, so ruft es zurück. Richtig. Und das ist bei Ihnen immer ganz schön gut. Wie bitte? Und dann, bei, wie sagt man, bei Haut, immer hin und ne? Nein, das mache ich nicht. Also? Sie kennen mich doch mittlerweile, sagten Sie. Ja, natürlich. War ich bisher ein schießwütiger Typ. Nein, aber ich sage ja, weil Sie sagen, Haudin, und Sie haben ja auch so, mir damals schon mal erzählt, so mit Cowboy und so. muss ich noch hinauf, wie ich schiebe, okay, ich vereine mich, ich gebe das hier, so in Capslock, auszusehen. Äh, ups, ich meine, er ist hier, ich werde mich schnell losreißen. Hat Sie geschrieben, okay? Hab ich geschrieben, was ist heute noch los? Sprachen, ein Sprachsatz. Ja, das ist eine Begrüßung. Genau. Haudi. Ja, ich, ich wollte eigentlich nur einmal kurz hier mit der Frau sprechen. Ja, können Sie. Ich, ähm, Herr Skinner? Ja. Du kannst auch dabei sein, das ist kein Problem. Können Sie mir vielleicht eingefallen tun? Ja, bitte. Können Sie vielleicht Melodie vom Stadtpark einpacken und hier hinbringen? Ich habe gerade so ein schlechtes Gewissen. Am Stadtpark, sagen Sie? Ja, aber warte, es geht, da kannst du eben gucken, aber ich habe weiter bei, mich da die Angst hat. Soll ich das machen? Ja, bitte. Dann mache ich das. Eri, ich gucke nach. Okay. So. Mhm. Ich weiß nicht, kann ein Sturmfeuerzeug gefährlich sein? Na ja, ich hoffe, sie packen mich. Ich hoffe. Oh nein. Soll nicht so weit, ey. Es ist wirklich wie eine Serie. Es ist eine Serie. ich finde das voll cool. Ich höre. Trotzdem hoffe ich, dass Ariane und Eddie irgendwie nochmal sich zusammenrafen. Das ist Gott voll traurig. Oh Gott, das ist Gott voll furchtbar. Und leuchtet ihr nicht aggressiv ins Gesicht leuchtet. Genau. Schon wieder. Nee, die Blumen hat für noch ich bin der Leute in der Showzeit aufbauen. und auch dir selber nicht ins Gesicht leuchten und dann eine Krimasse machen. Das ist wohl nicht was sein könnte und ich hoffe, es ist nicht gut. Nein, ich tue da ehrlich nichts. Okay. Ähm. Ich sage jetzt Bescheid. Geht das in Ordnung? Das geht in Ordnung. Okay. Dann bin ich gleich wieder hier, ja. Bis gleich. Ich weiß genau. Howdy. Howdy. So. So, jetzt aber jetzt. Reden wir. Jetzt reden wir. So, ich möchte jetzt alles wissen. Jetzt mal wirklich, jetzt red mal klar. Ich habe hier auch kein Handy an, gar nichts. Wann hast du über mich gehört? Die Leute denken jetzt so. Weil dann denkst du nicht nur du. Ich habe nichts allzu böses gehört, nur dass ich ein bisschen aufpassen soll. Und wer hat das gesagt, Eddie? Nein, das haben einige Leute gesagt. bestimmt weiter an Eddie. Neh, immer die Klicken, wo du mit abhängst, ne? Naja, ich hänge mit der Polizei manchmal ab, weil alle miteinander befreundet sind, aber ja. Ja, das ist ja okay. Und mit Eddie auch. Und Eddie war, ich habe ja so ein sowieso-Gefühl, ne? Der sitzt ja bei neben mir, und da ganz tief mit drin, ne? Das weiß ich, kannst du mir glauben oder nicht, aber ich will da jetzt auch kein Vor... Wo ist der tief mit drin? Ja, bei den, ne? Bei den Vampiren, oder warum meinst du, warum, wurdest du abgeholt mit einem Limonsin? Ja, das weiß ich. Moment, der Vampir hat das bezahlt? Der Vampir hat er bezahlt? Ich habe 1200 Dollar anbekommen, und jetzt, und jetzt genau zu dem Thema, warum ihr sagt, was habe ich mit den Vampiren zu tun? Weißt du, hat ihn das Taxi-Unternehmen? Hat dich das schon gefragt? Ja, ja, das ist ja mal so. Ich habe dich gefragt, ob du willst Job auf dem Party, und du hast gesagt, ja, aber wie ist mit Führerschein? Habe ich dir gesagt, ja, dann bezahlt er das Taxi. Und da hast du gesagt, ja. Und dann auf einmal kriege ich Anrufe von Walter, ich soll dich nicht bedrohen, obwohl ich dir sage, ich gebe dir einen Job. Ja, aber wer sagt mir denn, dass ich ihm vertrauen kann, Herr Jafar? Ich weiß, dass sie nicht Jafar mit Nachnamen heißen, aber wer sagt mir das? Das sagt jeder. Ich bin Herr Jafar für ihn hier. Okay, gut. Ja, weiß ich nicht. Ich habe doch nichts zu verbeten, sonst wäre ich ja nicht hier, sonst hätte ich mich ja nicht durchsuchen lassen. Stimmt schon. Aber Eddie hat mir kaum Sachen gesagt, alles gut. Ich habe das hier und da einfach gehört, und dann habe ich mir meine eigenen Gedanken dazu gemacht, und dachte, vielleicht sollte ich ein bisschen aufpassen. Ich habe mir schon genug Leute hier belogen. Das stimmt, das stimmt. Und mit den größten Lügen läuft sie rum, aber das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Wollen Sie mir sagen, dass Eddie ein Lügner ist? Ja, ich weiß, du bist ein Mann. Hier und da lügt er ein bisschen, das sind wirklich kleine Lügen, das ist okay? Kleine Witze? Ja, hallo, ja, der dumme Eddie. Was meinen Sie? Ja, das ist der dumme Eddie. Mein Mann ist nicht dumm, aber mein Verlobter. Nein, das ist er auch nicht. Das ist er auch nicht. Natürlich ist er das nicht. Nein. Ich glaube, Sie sagen ja, Sie sind bei PD immer mit so einem Klicken und so unterwegs. Ja, hier und da, ja. Dann müssen Sie da mal hören oder so, oder vielleicht mal fragen, wie sagt Eddie zu denen, hallo? Einfach das Schlüsselworten, sagt man so Schlüsselworten? Ja, ne, ist hallo. Sag mal, frag die einfach mal, wie sagt Eddie zu dir hallo? Na ja, bestimmt verschiedene Art und Weise. Vielleicht sagt er zu mir einfach nur hallo, weil wir uns näher stehen. Mhm. Hallo. Aber, ja, Ariane, ich bin ja nicht hier und jetzt machen ein Feuer so. Du hast gesagt, du hast Angst, ne? Hast du gesagt Angst, ne? Ein bisschen, ja. So, guck mal, wir sind hier ganz allein. Ne, ich bin ein Mann, boah, der hat Muskeln, ne? Naja, aber ich bin ja, naja, sagen Sie es mal nicht, ich bin ganz schön stark. Aber ich meine, wir sind ja nicht in Ihrem Auto, wenn ich in Ihrem Auto wäre, könnten Sie mich ja bestimmt irgendwo hinfahren. Ariane, pass mal auf, komm mal mit. Nein. Ich will Ihnen nun zeigen, wir drehen eine Runde, ich lege dich hier wieder ab. Also, ich setze sie. Sie legen mich hier wieder ab. Ist das Ihr ernst? Nein, ich bleibe hier. Herr Skinner kommt gleich wieder. Ich muss wirklich gleich mit meiner Freundin reden. Der geht es heute nicht so gut. Ich hoffe, Sie haben sich wirklich nur versprochen, Herr Jafar. Ich habe mich nur versprochen. Du bist leid. Ich will trotzdem gerne wissen, was für falsche Information das waren. Ich will einfach nur wissen, was das für welche waren. über wem waren die? Ne, da trau ich dir jetzt nicht. Ja, touché. Ja, guck mal, der Beruf auf Gegenseitigkeit. Kein, kein, kein. Die können ja gar nicht mehr reden. Mach ich die dann los? Nein, ich kann sowieso nicht reden. Was denkst du denn, wie ich hier in den Stadt gekommen bin? Ich habe mich gar nicht verstanden. Ja, ach, man lernt das ja bei ihm so ein bisschen. Das ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Ja, der ist so, ne? Wenn du Taxifahrer bist, seit neun Monaten, dann lernt sie das. Ne, seit neun Monaten, Taxifahrer. Ui, ich habe noch eine Frage. Ja. Sie sagen, Sie haben den Vampirinformationen gesorgt. Wenn du jetzt machst, mich ausfragen, für weitergehen, weiter weiß alles. Nein, alles gut. Aber Sie haben gesagt, Sie sind da nicht mehr drin. Ich glaube nicht, dass man da so einfach raus kann, weil das ist ja so ein Problem, das so bei anderen Menschen im Raum steht. Wissen Sie? Hallöchen. Hallo. Hallo. Sie haben also nicht mit der Taschenlampe gerechnet. Das ist gut, Mr. Shackban. Ne. Hallo, Melody. I'm Melody. Hallo. Die kenne ich auch noch nicht. Ich bin Jörfer. Oh, ne. Howdy. Ja, howdy. Er hat mich gar nicht erkannt. Wer war das denn? Wir stehen so ein bisschen komisch an der Tür. John Sears. Das sehe ich. Ach, Melody. Ich liebe dein Outfit immer noch. Wir reden sofort. Ja, darf ich eben nach vorne. Herr Shaffar. Verstehen Sie, was ich meine? Ich glaube Ihnen nicht, dass Sie da ausgestiegen sind, weil das kann man doch gar nicht... Nein, pass mal auf. Pass mal auf. Du nimmst ja jetzt... Boah, scheiß Telefon. Siehst du, geht anrufen die ganze Zeit. So. Du verstehst ihn dann falsch. Ich weiß... Das ist halt ja, was der Walter auch denkt, dass ich bin... Der nennt ja... Und Eddie sagt ja auch, das ist ein Mafian. Ne? Da hat er gepompiert, ein Mafian, was nicht alles. Und die denken, ich bin da drin. Ey, Leute. Da muss ich sagen, da muss man wirklich sagen, ob ist Walter dumm, ob ist... P.O., ist der Eddie dumm, ne? Ne. Das ist... Ich bin Taxifahrer. Ich bin nicht in Ordnung, dass Sie meinen Verlopfen so oft dumm nennen. Nein, ich sag doch nicht so. Und Walter, ja, oh, der ist so auch dumm. Ich bin ein Taxifahrer. Ich fahr Leute rum. Und wenn der Nebchen anruft, dann glaube ich mal, dann spring ich da hin. Weil wenn... Eine Fahrt bei mir kostet, eine Maie kostet acht Dolen. So, der fährt immer zwei Mieles oder so, oder drei, ja, das sind maximal 24 Dolen. Weißt du, wie viel der geht? Nein. Immer 100 Dolen. Meinst du, dann sag ich nein. Oh. Und deswegen hat Walter von Anfang an dann zu mir gesagt, ich bin ein Chauffeurin von den Nebchen. Und seitdem fing alles an. Walter hat vorher angemacht, hat dann überall erzählt, beim Pidin überall und dann wusste auf einmal jeder, dass ich bin ein Chauffeurin. Ja, wahrscheinlich. Ich bin Taxifahrer. Ich mach ein, wie sagt mein Anwalt, eine Dienstleistung. Ich versuche Ihnen das zu glauben, aber ich hab wirklich Probleme allgemein mit dem Vertrauen gerade, wissen Sie. Ne, ist so alles in Ordnung. Zu viel gesehen, zu viel gehört. Ich hab das Eddie auch gesagt, ich wollte Eddie angeboten machen, Entschuldigung, deswegen war ich einen Abend da. Ich hab jeden einzelnen Klingeln, hab ich geklingelt. Wieso wussten Sie eigentlich, dass wir da sind? Da hat einmal ein Fahrgasten, hat mir das gesagt, jetzt glaubst du mir natürlich wieder nicht, ist klar, aber ich erzähle dir so, wie es wirklich war. Wenn Spongebietch, wollte jemand abholen, und der hat mir gesagt, ey, kennst du Eddie, oder ist du ja? Ja, guck mal, der fährt die ganze Zeit mit Moskälern hin und her und bläht die Sachen aus. Der hat mir aber nicht gesagt, welchen Haus? Ich hab im ersten Haus alle Klingen klingen. Ist keiner gekommen. Dann im zweiten Haus alle Klingen klingen, auf einmal stand Eddie hinter mir. Und dann hab ich denen zwei Bonbons gegeben und Donuts hab ich gegeben auch und hab ich gesagt, der soll die auch geben und hat mir macht Entschuldigung. Aber der glaubt mir auch nicht. Aber ich kann nicht mehr machen als versuchen. Ne, und wenn am Ende trotzdem alle Nein sagen, kann ich trotzdem sagen, ich hab versucht bei ihnen zu sagen, ey, egal was ihr haben will, das stimmt nicht. Na gut. Ich glaube, ich glaube ihnen, Herr Jafar, das ging schon alles ganz schlüssig. Ne, ne, mach das nicht so, bitte nicht. Was? Schlaf darüber. Nicht, dass du jetzt, nee, nicht, dass du denkst, dass ich mach dir ein bisschen Druck oder so. Es hat mir noch nie einer so lange erklärt, wissen Sie? Ansonsten ist es so, dass die Leute mich einfach anlügen und das war's. Ne, ich bin nichts für Lügen. Aber versprochen? Ja, eben, versprochen. Wie ist die Lügen nochmal? Wissen Sie, ich hab da nämlich ne Lügenliste für einzelne Personen und die schreiben mir das hier alles auf. Ja, dann schreib mal und der Fall gleich Null. Ja, bin mal gespannt. Werden wir sehen. Ja. Okay, ich würde jetzt gerne noch mit meiner Freundin reden, die hat die ganze Zeit gewartet. Absolut, absolut, kein Problem. Aber, wenn du willst Vertrauen testen und du willst von A nach B kommen, rufst du an, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und du bist dabei. Okay, ich versuch's mir zu merken. Ja, ist nicht schwer, aber so. Melanie, Tschüss, war die Höhle toll. War fast ein Tag. Ich hoffe, der hat's mir abgekauft. Melody, erzähl mal. Wirklich erzähl. Ihr wart die ganze Zeit noch in der Bar? Mhm, also ich ja. Er ist ab, wann war das nach Hause gegangen? Er wurde nach Hause gefahren. Er war betrunken? Ja. Ach, na je. Und? Um 23.08 ist er nach Hause gefahren. Um 23.08? Wer hat ihn denn mitgenommen? Ja, er wurde von dieser Mary und einem Freund von ihr nach Hause gefahren. Aber ich glaube... Also sie hat auch keinen Führerschein und der andere hat ans Auto gefahren von ihm. Das ist doch nicht wahr. Dann sind sie beide mit dem Taxi zurückgefahren. Okay, hör zu, Melanie, ich glaube, bei Mary brauchst du dir wirklich keine Sorgen machen. Aber wie hat er dich denn behandelt an den Abend jetzt? Keine Ahnung. Ihr wart doch nicht. Ihr wart ja die ganze Zeit zusammen, als ich euch gesehen habe. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwundert. Oh, ich hab's doch gemacht. Naja. Ich weiß nicht, das macht gar keinen Sinn. Wieso sollte er dich mitnehmen und wieso... Hat er dich ignoriert? Hat er dich stehen lassen? Ja, lieber mit anderen gequatscht teilweise. Brauchst du was zu essen? Oh ja, ich brauch wirklich was zu essen. Hast du was? Oh, danke schön, Melody. Oh wow, Melody, das ist aber ordentlich. Danke schön. Futter mal. Danke. War jemand von seinen Polizeikollegen vielleicht dabei? Ja, der Nachiko Kumda. Den hab ich verprügelt. Oh, warum? Ja, wir haben uns geprügelt. Achso. Achso. Oh, ich vermisse das Gefühl. Und ich hab dann halt, als er dann nach Hause gefahren ist, hab ich dann halt nur noch geschrieben, pass bitte auf dich auf. Und hat er geantwortet? Er so, mach ich, warum bist du nicht mitgekommen? Was? Wie? Ich so dachte, willst gleich deine Ruhe haben. Er nur, okay. Du hättest was gesagt, wär ich mitgekommen. Da kam nichts mehr. Ich glaub, du bist sofort mitgegangen. Moment, du meintest, warte, du meintest, dass er aber meintest, zu ihm nach Hause mit solltest. Ja, ich sollte mit ihm mitkommen. Mit hohen, da sagen wir oft auch die Wahrheit. Oder sonst was, aber keine Ahnung. Ja, aber er kam dann hin, wir standen alle im Kreis und er dreht sich zu jedem hin, sagt, tschüss, 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 und dreht sich zu mir, wartet erst und auf einmal kommt, tschüss und geht dann. Okay, also soll ich in dem Moment wissen, dass er mich mithaben will? Ja, das war aber bei dir, hat er die lange Pause gemacht. Das wurde aber nicht gerade ein bisschen, das sollte ja eigentlich, hä, das ist ja super seltsam. Das Kinder, Männer sind wirklich komisch. Warum? Manchmal das, das ist richtig. Manchmal sind wir komisch. Ja, also sie sind manchmal wirklich ganz schön kompliziert, also die Männer. Na ja, wissen Sie, es prallen Welten aufeinander, wenn Männer und Frauen gemeinsame Sachen machen müssen. Ja, das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Ja, aber meistens können die Dinge gelöst werden. Was geht es denn, wenn ich fragen darf? Wir können das ja ein bisschen umschreiben. Mhm. Ja, dann bist du so gut. Ja. Mach mal. Herr Skinner. Ja. Sie haben eine Frau kennengelernt. Ja. Mit einem roten Oberteil. Mhm. Und diese Frau nimmt sie irgendwann mit in der Bar und redet auch den Abend mit ihnen und gibt ihnen so ein bisschen das Gefühl, weißt du, haben wir noch vor eine Nummer ausgetauscht, und gibt ihnen so ein bisschen das Gefühl, dass sie vielleicht auch etwas Besonderes sind oder dass man Interesse zeigt. Ja, ich verstehe. Sie haben aber einen ganz schlechten Tag und allgemein fragen alle so, ja, warum sind sie denn so schlecht drauf und sie sagen einfach, nö, nö, alles gut und sind ein bisschen traurig. Ja. Jetzt stehen am Ende alle in einem Kreis und verabschieden sich. Mhm. Und der, die Dame sagt zu ihm, zu allen, tschüss, 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 macht eine lange Pause bei ihnen, schaut sie an und sagt, tschüss und geht. Ja, okay. So, sie sind dann zu Hause und haben sehr viel getrunken. Mhm. Und zu Hause, weißt du, will ich mal fahren verloren. Und zu Hause rufen sie dann an, nee, beziehungsweise schreiben eine SMS und fragen, Melody, kannst du mir kurz aushelfen? Ich, ich komme gerade nicht mehr mit. Also, ich bin noch mitgekommen, ich bin dann zu Hause, ich habe etwas getrunken. Ja, genau, sind zu Hause. Ja, was war umgekehrt. Melody, wer ist jetzt zu Hause? Du musst mir wirklich ein bisschen helfen. Du bist zu Hause. Ja. Die Frau mit dem roten Hemd ist zu Hause. So rum war es. ja, okay. Was ist los hier? Genau, Entschuldigung. Sie sind mir eine Marke. Ja, sie rufen im roten T-Shirt, schreibt eine Nachricht und fragt, warum sind sie denn nicht mitgekommen? Genau. Daraufhin will ich antworten, weil ich den Rest, weil ich die restlichen Männer in dem Kreis erstmal aufs Baul hauen musste, dass sie die Lady wie sie, so traurig wie sie waren und, äh, angetrunken wie sie waren, einfach alleine gehen ließ. Und leider hat das so lange gedauert, dass ich mich dann erst verspäten würde. Okay, wir können das nicht andersrum anziehen, als so ein Mann, so eine Frau geht nicht. Verdammt, ja, stimmt. Sie müssen sich das Ganze einfach nochmal umgekehrt vorstellen und das ist jetzt also die Nämmer, wissen Sie? Lass mich mal die Spiele darüber sprechen. Ich verstehe. Ja. Ich muss ein bisschen nacken, ich weiß nicht, es tut mir wirklich leid, Melody, das ist wirklich nicht für uns nicht gemeint, aber... Das nacken verstehe ich auch. Ja. Also, sie meinen, ich wäre dann betrunken auf meinem Zimmer und dann würde ich eine Nachricht schreiben, warum die Frau mit dem roten, äh, was? T-Shirt, ähm, nicht länger in der Bar geblieben ist. Genau. Nicht mitgekommen ist. Ja. Ach so. Obwohl sie einfach nur davor standen. Aber die Frau ist doch zuerst gegangen. Nein. Nein, die Frau ist ja geblieben. Genau. Ja, ich denke andersrum. Okay. Die sind zuerst nach Hause gefahren. Okay, ja, was würden Sie dann sagen, wenn Sie die SMS von mir bekommen? Bitte? Bitte? Na ja, wenn ich andersrum denke. Dann lassen Sie das Spiel einfach. Verdammt, aber so finden wir wirklich keine Lösung. Es ist auf jeden Fall seltsam, wenn einer der anderen Personen dann einfach schreibt, ja, war ein bisschen nicht mitgekommen, aber die Person gar nicht gefragt hat. Das geht ja, Männer sind so kompliziert, oder? Die versteht einfach keiner. Hm. Manchmal sage ich ja, manchmal sind wir schwierig, aber manchmal ist die Lösung auch viel einfacher, als Sie denken. Ja, das könnte sein. Wir kommen noch gar noch nicht auf die Lösung. In meinem Fall müssen Sie mir einfach einen Sprank ausgeben und die Welt ist in Ordnung. Es geht, dass Sie mögen das Getränk einfach so sehr. Ja, das stimmt. Das werde ich mir auf jeden Fall merken. Ähm, vielleicht war es auch einfach nur der Alkohol. Vielleicht auch alle, das habe ich keine Ahnung. Alkohol, schlechte Laune, nicht gut drauf. Hat eine Frau kennengelernt, findet sie gut, aber, naja, ist vielleicht dann doch mit dem Thema zu beschäftigt, was auch immer das ist. Ich probiere mich wirklich immer noch ein bisschen. Hey, du, die nehmen mir das auf jeden Fall nicht zu Herzen. Alles gut. Ich werde vielleicht nochmal eine Nacht drüber schlafen und dann vielleicht nochmal eine SMS schreiben, was denn da jetzt los war. Das Kinder sehen aber auf Anbeißen aus, verdammt. Sie meinen Melody? Melody sowieso. Das sage ich aber auch ganz oft. Okay. Vor allem heute wieder. Ja, das sagst du mir wirklich oft. Ja. Nee, ich meine sie. Ich hoffe, Eddie zieht auch sowas an. Weißt du, Melody, morgen ist nämlich eine Hochzeit. Sie können ihm ja zu ähnlichen Klamotten raten. Ich habe immer Angst, dass wenn ich ihn zu sowas rate, er dann weiß ich nicht, ein Bonbonfarbenes Oberteil trägt mit irgendeiner Weste. Er hat einen sehr eigenen Geschmack, wissen Sie? Ah, ich verstehe. Ich stelle mich daneben, wir sagen aber nein. Ach, Melody, ich stopp. Ich verschränkte ohne und sage nein. Lassen Sie doch einfach, wie wäre es denn, Melody, wenn Sie Eddie einkleiden für die Hochzeit? Geht das? Das finde ich jetzt aber richtig... ob er mit mir einkaufen würde. Ja, das äh, ja. Sie müssen es Eddie als ein Überraschungsprojekt für Ari verkaufen. Ich denke, für Ari würde er das doch machen, oder? Ich glaube nicht, dass er mit mir damit gehen würde. Ich meine, man könnte es versuchen, aber nicht, dass er so wird. Ja, das stimmt. Es gibt so ein paar Ungereimtheiten, wissen Sie? Ich treibe den die Frau Lausen schon aus dem Kopf, also ich treibe, also mit der Hand segle ich die weg, die im Kopf flausen. Ich verstehe. wie viel Dosen haben Sie denn überhaupt noch durch der Herrnwald? Guten Abend zusammen. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Hat jemand gesagt, ich brauche ein Konterbier? Konterbier? Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ich weiß tatsächlich gar nicht den Nachnamen. Scheiße. Ich will leider die gemeldet ihn nicht. Darf ich den Nachnamen raten? Ich sage Müller. Ja, geht schon mal. Ja, genau. Das ist der in der Schule. Wo soll ich schauen? Ja, ja. Dahinten. Dahinten. Ja, es tut mir leid. Wir waren in Bauer. Falsche Richtung. Sie sehen. Na, das sind aber schon ganz schöne. Kurz zeigen Sie, ich muss mal ganz kurz aufs Toilette. Ich bin gleich wieder da. Okay, heißt genau. Wo ist denn diese Scheißding? Ja, das sind die beiden. Ist denn die trinkt mein Oberteil? Die coppet mein Styl, die Bitch. Es wird die Hose schrecklich. Es gibt es ja auch in Dunkel. Oh Mist. Ich darf eigentlich gar nicht einversichtlich sein. Ich bin ja auch kein Wunschubringer. Was ist was angeht, aber die gefallen mir irgendwie nicht. Kann ich so zu einem Vorstellungsgespräch Meinst du, die wären interessiert gewesen an Eddie? Ich weiß es nicht. War bloß extrem groß, weil er flirtet hat. Das ist mein Anfass. Oh, ist aber ein schöner Stoff. Warte mal, macht die das? Meinst du, die hat das auch bei Eddie gemacht? Ich meinte, die war doch auch in den Klamottenladen, oder? Ich weiß es nicht. Oh, passen sie auf, nicht dass sie noch fallen. Sie haben mich abgefüllt. Ach, die beiden? Nein, 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 nein. Dann habe ich gesagt, nein, ich will keinen Wodka mehr. Dann haben sie mir immer mehr gegeben. Soll ich die beiden wegscheuchen? Nee, das sind meine Freunde, glaube ich. Richtig. Sie machen mich jetzt schick für ein Vorstellungsgespräch beim PD. Beim PD, okay. Ja. Sagen Sie. Haben Sie einen Tipp für Sie? Bitte? Haben Sie einen Tipp für Sie? Ich weiß nicht, ich habe gehört, es soll schwer da irgendwie angenommen werden. Nein, Klamotten. Nein, Klamotten, Klamotten. Tipp, das ist schwer da angenommen zu werden? Beim PD, habe ich gehört, ja. Der hat mir schon eine Nachricht geschrieben, das Vorstellungsgespräch, aber mehr weiß ich nicht. War der auch besoffen? Der hat mir auf jeden Fall erste falsche Nachricht geschrieben, also, glaub schon. Wer war das denn? Entschuldigung. Vielleicht kenne ich den ja. Johnson. 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 Howdy, ladies and gentlemen. Hallo, oh, das ist ein Cowboy. Ja, und Sie, Lady? Ich bin kein Cowboy. Das ist mir klar. eine Biene. Eine Hummel. Die haben mich abgefüllt, es tut mir voll leid. Ich bin eigentlich nicht so freundlich. Oh, Sie sind gerade freundlich. Ja, das ist, ich mache einfach, ich sage eigentlich immer drei freundliche Taten am Tag, aber dadurch, dass ich jetzt betrunken bin, habe ich mal gesagt, so mache ich einfach die ganze Zeit freundlich. Oh, das ist ja toll. Sagen Sie, darf ich Ihnen was fragen? Ich habe Sie was fragen, Entschuldigung, aber ein bisschen. Kennen Sie vielleicht einen Mann namens Eddie? Haben Sie vielleicht mal von Ihnen kennengelernt? Dean. Dean? Ja, der hat sich die ganze Zeit Dean genannt. Ja, ist das dieser, der ein bisschen dumm ist? Ja. Okay, hat sich erledigt, alles gut. Okay, Melody. Das sagt man doch nicht. Dean? Dann sagen wir einfach ein bisschen kindisch. Alles gut, Sie haben mir gerade geholfen, schon gut. Okay, ich habe ihn einmal gesehen, ich will die das immer sehen, der ist voll komisch. Ja, das hat sie nicht. Ja, unfreundlich auch. Wo gibt es die Klappen? Ich glaube, da ist nichts passiert. Um Edel. Ähm. Eskina, Entschuldigung, das ist heute ein bisschen wild. So wie ihr Style. Ähm. Ja, das hätte jetzt auch nicht gut ausgehen können. Das ist voll schön. Guck mal, der kostet nur 20 Teiler. Oh mein Gott. Eskina, gucken Sie da nicht hin, und da ist eine nackte Frau. Was ist schwierig? Wir gucken so ruhig hin. Ja, ich gucke auch hin. Das ist die Verlobte? Aber der hat gesagt, der steht auf Männer. Der hat gesagt, auch für diesen Adrian. Ach, da bin ich wieder. Hallo. 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 Sie können es auch mir direkt sagen. Ist er die Verlobte? Ja, ich bin die Verlobte. Er hat gesagt, der ist mit einem Adrian. Da hat er gar nicht, da hat er gar nicht mal wirklich gelogen. Das ist mein Kosename. Oh, mein Kosename. Okay, hallo Adrian. Ja, hallo, wer sind Sie? April Stone. April Stone, hallo. Ja, Sie können mich aber auch Arane nennen. Arane? Ja. Mhm. Cool. Ja. Sie können mich auch Tanze May nennen, der mich auch immer. Ach, er hat auch einen spitzen Arm für Sie. Tanze May. Ich weiß auch nicht. Ich bin ein bisschen verwirrt, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, der war nicht so unanständig zu Ihnen oder sowas. Der war unfreundlich, aber das ist okay. ich war auf dem Klo und auf einmal kam der rein und ist schreit weggerannt und hat geweint. Ach, das ist super, danke schön. Ja, also. Ich wollte jetzt nicht die Gefühle verletzen. Alles gut, die haben mir tatsächlich mehr geholfen, als Sie denken. Wieso? Ist wirklich alles gut. Ich dachte nur, naja, ich dachte vielleicht, wäre eben was passiert, aber ich glaube, der erste Satz von Ihnen hat das schon aufgeklärt. Okay. Zu Ihrer Verteidigung, ich habe auch Spaß gerufen. reinkommen. Ja, genau, Francesco, gehst du auch mal nach den Klo und schauen. Bitte was? Diese Klo und schauen. Geht mal nach den Klo und schauen. Was meint sie, was meint sie mit reinkommen? Ja, also, die haben eigentlich nur bei mir in der Wohnung gekocht. Wäre jetzt eigentlich nicht passiert. Warum kochen Sie an Daube in meinen Verlopten? Langsam habe ich ein paar Fragen. Ja, die können Sie mir gerne stellen, natürlich, selbstverständlich, aber ich habe eigentlich, wollte ich Ihnen nur einen Gefallen finden. Er hat mich angerufen, wollte unbedingt mit mir kochen und da ist aber an sich nichts Schlimmes passiert. Ist das nicht ein bisschen seltsam? Was dann? Nun, ich weiß nicht. Sie standen zweimal in, naja, ich meine, ich wohne ja da auch, in meiner Wohnung und zweimal kochen sie mit meinen Verlopten, ist das nicht, ich weiß nicht, machen das Männer so? Ja. Du hast doch heute gemerkt, Männer machen komische Dinge. Ja, das machst du wirklich. das andere ist, Eddie wollte halt mit mir zusammen mal kochen. Ah ja. Und Eddie hat das auch als Kochen ganz normal aufgefasst. Wir haben auch nur normal gekocht. Und, ja. Und er hat, und ich habe für ihn eingekauft noch ein bisschen, aber sonst ja. Und ich weiß nicht, das zinkt ein bisschen, das machen wir eigentlich. Habe ich nur ein bisschen um ihn gekümmert. Er war nicht. Ich habe das Gefühl, jeder kümmert sich hier gerne um Eddie. Wie sie wollen, also ich kann es auch lassen. Nein, nein, machen Sie ruhig. Aber dann kann ich beim nächsten Mal nicht die ACLS-Rechnung und sowas zahlen. Die bitte was? Was für eine Rechnung? ACLS, als er den Unfall hatte. Oh, stimmt. Da habe ich auch 900 Dollar insgesamt für ihn gezahlt, also. Aber Sie sind nicht verwandt? Verzeihen Sie. Okay. Das wüsste ich. Na gut, wenn Sie sich umdrehen, sind Sie eine halbnackte Frau. Ähm, dann dreh ich mich nicht um. Ich schaue da ganz gerne in ihn tatsächlich. Kannst du mir 40 Dollar leihen? Das sieht gut aus. Ja, oder? Ja, ja. Ich will da was runterziehen. Das kann ich so zum Vorstellungsgespräch gehen. Ja. Oh Gott, Melody. Ja, nein. Was ist das mit der Frau in Ordnung? Äh, ja. Ghe? Okay. Ich glaube, zwischen den mit den Frauen. Ich glaube, da ist ja wirklich gar nichts gelaufen. Das würde mich doch sehr wundern. Nee, wir haben Pommes und Gyros gemacht. Und das war allein schon ein riesiger Aufwand. Wenn ich jetzt andenken, ey, die wollten heute ein Gyros machen, dann haben Sie ihnen das mal wirklich beigebracht. Ähm, ja, sozusagen, genau. Was heißt sozusagen? Wir haben es, ja. Er hat es mir eher beigebracht. Ich wusste davor nicht, wie man Gyros macht. Also, ich würde schon sagen, dass er, das ist ein Talent auch. Ja, ich meine, das ist ja ganz gut für den Koch. Das ist auch ein Talent, der hinter steckt. Ja, doch, ich würde sagen, da steckt ein Talent hinter, wie gesagt. Mit den beiden Damen habe ich mir auch gut als Koch in einer Gastronomie oder sowas vorgestellt, muss ich sagen. Oh, okay. Doch, ja. Das ist ganz interessant. Wir brauchen ja mal ein bisschen mehr Geld. Mhm. Passen Sie auf. Vorsichtig. Vorsichtig. Wow. Ja, ich, ähm, gut. Melody? Ja. Ja? Also, dann noch viel Spaß. Dankeschön, Ihnen auch. Danke. Ich muss beim Babysitten. Das klingt echt ein bisschen so, als wäre die Mami von ihm. Ich meine, weniger Arbeit für mich. Aber auch von den Mädels dahinten irgendwie gefühlt gerade. Ja. Ich meine, na, wer ist denn der andere her? Keine Ahnung. Ich habe Fragen. Naja. Der ist übrigens Anwalt. Das meint man gar nicht, oder? Hm. Nein. Okay, was machen wir mit dir? Und, äh, ich will ihm was sagen. Ich weiß, ich muss immer Hermos Kera sagen. Ich weiß, ich habe zu viel Respekt vor dem Mann. Was machen wir da? Wir lassen es erstmal. Schreibst du ihn morgen am besten noch? Oder übermorgen? Ja, schauen wir mal, ne? Auf meine letzte Nachricht hat er ja auch noch nicht geantwortet. Okay. Ja. Mit der Zigarette raus! Raus, raus! Die sind rauchen bei da drin. Raus! Oh ja, das ist ja... Ja, die haben ja Spaß in den Backen da hinten. Ne, das wohl darf man rauchen. Ganz langweilig. Genau, draußen rauchen wir. Ja, ja, genau. Ja, wäre die Sache jetzt gerade nicht gewesen, glaube ich. Würde ich sogar mit dem mitziehen. Okay, jetzt sind alle draußen. Oh, Melodie, was ist denn da? Anna hat die ein Organ! Bitte? Die hat ein Organ! Ja, man hört die ja bis hierhin! Gott! Ja, lustig ist sie ja irgendwie. Ich weiß nicht, ob es nur ihr betrunkenes Organ ist, aber... Oh, je! Oh, da bin ich ja auch gespannt. Oh, die fängt beim PD an. Oh je! Ich brauche keinen Megafon, der die alten PD aus dem Auto rauskommt. Ich weiß nicht. Ja, aber eigentlich ist das... Der liegt ungefähr schon vier Tage vor. Ich brauche nur noch andere Hosen, aber ihr sind scheiß Hosen. Weißt du, ich habe gerade gesehen, wie hier ist die Arbeit. Auf geht's. Das war ganz schön beeindruckend. Da hat man wirklich ein bisschen Angst bekommen. Genau, ich. Bis, Lady! Tschüss! Ciao, schönen Abend. Passen Sie auf sich auf! Machen wir. Ja. Nicht hier drin rauchen. Mit der Zigarette raus! Ja. Machen wir auf, die Zigarette los! Ich frage mich, wer da fährt. Okay, wie Mami fährt. Wie Mami fährt, ja. Sind sie auch alle angestellt und im Kindersitz? Oh Gott. Lunchpakete? Ich muss zugeben, Melodie, ich finde, er ist genau ganz schön nett. Der ist echt voll der Liebe. Ja. Freu dich schon mal auf deine Tour im Norden. Sollte er versuchen, dich zu behaften, mach einfach mit. Nein, ich finde ihn wirklich sehr nett. Du musst ihn mal ohne Hut ziehen, der hat echt schöne Haare. Okay. Aber ich bin ja verlobt. Ja, das bist du. Ich muss Eddie unbedingt sowas auch anziehen. Mann. Der Ägypter, das war gerade alles zu gruselig. Würde Eddie aber auch stehen. Boah, es würde ihn so gut stehen einfach. Aber nicht in Grau. Vielleicht so, vielleicht ein bisschen passender für ihn, sondern mit Streifen oder so. Aber es würde ihn so stehen. Stimmt, irgendwas verspielt, das muss da nochmal dran. Genau. Und da hat vielleicht nicht das Hemd so mit langen Ernst und hochgekrempelt. Halt mehr so Eddie-Style. Ach, der ist so. Hat der Cowboy-Stiefel dazu. Ja. Oh Gott. Der hat der Cowboy-Stiefel. Oh, das habe ich gar nicht gesagt. Ja. Er lebt einfach den Norden. Ich glaube, der hat ein ganz wichtiges Gespräch. Sieht so nervös aus. Ich würde sie gerne Mäuschen spielen. Immer irgendwie, ne? Ja. Oder einfach so einen Abhörknopf haben. Immer so lustig, wie die Leute ein Bild-Dogo bewerten. Stimmt, du hast heute ein Bild hochgeladen. Ich habe auch fast drunter geschrieben. Gerade eben noch eins. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Dann gucke ich doch mal direkt. Melody, da ist dir wieder die Nagelpfeile. Ja. Oh, das sieht so schön aus, das Bild. Oh. Dann gucke ich mal direkt wieder. Alles so neu für mich. So, das gefällt mir. Da schreibe ich jetzt was drunter. So. Oh, da hat schon jemand drunter geschrien. Da gucke ich mal. Stimmt. Immer schön die Nägel machen. Das ist der Josef Schmidt. Ja, ich habe keine Ahnung, wer das ist, ne? Der war auch so siegeln. Aber weißt du, was das allercreepigste ist? Weil es wieder der erste aus meinem Profil war? Nee. Alter Weiß. Nein. Was? Ich habe ein Bild, habe das Bild hochgeladen gehabt und er war der erste, der drauf war. Oh Gott. Auf meinem Profil. Das ist mega creepy. Das war so creepy. Und jeder irgendwie, ich gucke drauf und denke, okay, irgendwie jeder, der auf meinem Profil war, dafür geht das Bild weg und dann Name weg. Aber weiter reichs, ne? Ich verstehe. Das meint man gar nicht, dass der überhaupt da rumzurft. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich denke so, oh Gott, warum war der auf meinem Profil? Ich muss schon mit zwei verschiedenen Accounts arbeiten, das ist schon schlimm genug. Oh. Ja, ich glaube, du weißt das schon, wenn du dir gehört, das ist die oben im Norden. Ich weiß, was haben wir erzählt gehabt. Was glauben Sie, wie lange ich gebraucht habe, um mein Profilfoto hochzuladen und überhaupt mal zu kapieren, wie das überhaupt funktioniert? Ich glaube, war das nicht dieses sehr lustige Profilfoto, da muss ich mal ganz kurz nochmal gucken. Moment. Hier können Sie. Ach stimmt, ja. Larry Skinner. Ja, das, ja. Das. Okay. Okay. Ja. Ja. Gut. Das ist, das strahlst du viel Lebensfreude aus. Ja, das, ähm, ich fühle mich auch sehr wohl. Das ist ein Lebensraum mit dem Sheriff Department. Wobei, dieses Foto entstand noch bei einer offenen Tür in Palito Bay, beim Sheriff Department in Palito Bay. Da stand die Tür offen und ich habe mich reingeschlichen. Ach so. Ja, da hat es ja mal gute Laune auf dem Bild, oder? Ja. Oh Gott, was für ein Chaos gerade. Ich bin froh, ihr Profil gefällt mir, da steht nämlich nicht Walter Weiß in dem Profilbesuch. Ja. Warte, steht bei dir drin, dass er drauf war? Oh nein, bitte nicht. Ich schmummel, warte. Ich gucke da viel zu selten. Eskina, ich habe mir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Nein, einfach nicht auf deinem Profil. Ähm, ja. So glückliche. Oh, Gott sei Dank. Ähm, ich, ich habe Ihnen eine Freundschaftsanfrage auf Menschen geschickt. Ich habe zu Durst. Hm. Ähm, du machst das. Ähm, ja. Ja. Ein schöner, eine schöne Abend. Tolle Nacht. In der Tat. Was kann... Oh, Dankeschön. Also... Ich leg dich hier die ganze Zeit mit. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Eskina, was machen Sie jetzt noch? Ähm, naja. Soll ich Sie noch irgendwo hinfahren? Aber das ist ja... Hm. Ich wollte gerade sagen, das dumm ist, ich habe nur zwei Sitz. Alles gut, ich muss Ihnen gleich zum Strand runter. Was machst du denn bei mir? Da steht mein Fahrrad. Oh. Ja. Aber das ist doch viel zu weit, oder? Nee. Sicher? Ich wurde ja da mitgenommen. Also steht mein Fahrrad. Ja, mein stand auch beim Pidi. Das Ding musste ich da heute auch erstmal hin. Weil Herr Carsten und Herr Weiß mich ja entführt haben. Und dann war ich beim Herr Skinner. Und der hat mich dann nach Hause gefahren. Wie entführt? Die haben mich einfach eingepackt unter einem Vorwand und haben gesagt, Herr Skinner möchte unbedingt mit Ihnen reden. Und dann haben die mich da rausgeworfen und sind abgehauen. Weil die gesagt haben, da sind Geister. Was? Was ist bei der nicht richtig? Ich habe keine Ahnung. Herr Skinner spuckt es da wirklich im SD? Äh, verzeihen Sie bitte. Alles gut. Ich habe gefragt, ob es wirklich im SD spuckt. Ähm, nein. Dort spuckt es nicht. Was für Lüge. Aber ich meine, Herr Weiß lügt ja sowieso immer. Ach, Herr Weiß ist wahrscheinlich... Vielleicht ist er einfach etwas, wie soll ich sagen, überempfindlich. Na gut. Er spuckt in seinem Kopf, wer weiß. Ich meine, er hatte mich dann auch schon etwas nervös gemacht. Aber nur ein kleines bisschen. Naja. Aber im Norden spuckt es auf jeden Fall. Ich habe dann nämlich was gehört beim Wandern. Wir haben auf jeden Fall ganz fiese Mücken da oben gehabt. Naja. Die, ähm, hatten Herrn Weiß ein bisschen Angst gemacht, glaube ich. Dennis hat mir das geschickt. Ich habe das gesehen. Was für eine Mimosa einfach. Ähm, Herr Skinner, wissen Sie vielleicht was über den Dresscode morgen bei der Hochzeit? Ähm, wie Sie möchten. Wirklich? Aber wahrscheinlich einfach nur fein. Weil Eddie hatte mir nämlich gesagt, ich sollte da nochmal Frau Maxwell anrufen. Das hat dich jetzt verpeilt und gar nicht gemacht. Frau Collins war dann leider auch nicht mehr da. Hat sie gedacht, das ist, was du heute gekauft hast, an. Du hast halt Teichels zu. Oh, da habe ich so einen fetten Arschmelodie. Das ist wenigstens elegant aus. Ja, das stimmt. Zur Not müsste ich das dann halt einfach nehmen. Aber Eddie hat auch gesagt, das schmeichelt mir nicht so wirklich. Ich bin am Schaufeln so vorbeigelaufen, das schmeichelte mir wirklich nicht. Das, ja. Ich meine, da gibt es doch bestimmt schöne Kleider, oder? Ich will sie beide natürlich nicht aufhalten. Ja, da gibt es hier Kleider. Herr Skinner, sagen Sie Bescheid, wenn Sie keine Zeit mehr haben, okay? Ich habe immer Zeit. Naja, meistens. Ja. Mal schauen, die haben hier Kleider. Okay. Also, wenn Sie was haben, sagen Sie Bescheid. Ich gebe Ihnen eine ehrliche Antwort. Oh, das wäre lieb. Das wäre wirklich lieb. Muss ich nur noch die Kleider finden. Ach, vielleicht da vorne. Vielleicht zum Lady. Ja. Dort vorne. Dort vorne? Okay. Ich weiß es nicht. Ach, hier. Ach, ich habe es nicht. Ich habe jetzt ein bisschen sie von Weiß heutzutage nicht mehr, was die Zeit ist und was nicht. Oh, Melody, steht hier gut. Wir haben es ja Kleider. Das finde ich farblich nicht geeignet. Ja, sowas. Haben Sie das noch in anderen Farben? Nein, hier nicht. Schade. Was haben Sie, glaube ich, in dem anderen Laden? Habe ich es auch schon gesehen gehabt. Also, wenn Sie nach Kleidern suchen, na gut, bei der Boutique nachfragen ist es schwierig. Die haben selten Hoffnung. Es gibt eine Boutique? Es gibt eigentlich eine Boutique. Die hat auch eigentlich gar nicht so schlechte Sachen, aber immer zu erwischen ist irgendwie etwas selten. Oh, ich weiß es. Im Suburban gibt es auch Kleider. Darf ich Ihnen etwas sagen? Ja. Ich finde das Kleid gar nicht so übel. Also, ich muss sagen, Melody, das ist böse gemeint. Das Kleid stand Ihnen nicht so gut wie Ari aufgrund der Haarfarbe. Stimmt, aber... Bei Ihnen sah es dann etwas zu eintönig aus, zu... Das ist auch nicht mein Stil vom Schnitt her. Okay. Oh. Ja, da... Aber mit der Hose da unten und diesen Schuhen ist das ein Ding, der unmöglich ist, sich auf der Straße zu zeigen. Ja, natürlich, natürlich. Dazu schwarze High Heats. Kann man machen, ja. Wird das passen zu der Hochzeit? Ich meine, sollte man da nicht irgendwie einfach einfarbig hin, oder? Nach. Ja, wird eigentlich auch überbewertet. Ich meine, dann habe ich endlich mal ein schönes Kleid. Das stimmt. Das richtig scheiße teuer ist. Ein Moment. Also... Ich würde nochmal ganz kurz... Wir können auch mal im Suburban gucken. Da haben sie auch Kleider, das weiß ich auf jeden Fall. Ich weiß noch ansonsten, wenn Ihnen das nichts ausmacht. Ich wüsste noch von einem, ich sag mal, Kleiderschrank, der im Moment aufgelöst werden sollte. Ein Kleiderschrank, okay. Da müsste eigentlich tatsächlich auch noch... Also ich weiß, dass da auf jeden Fall auch ein Brautkleid mit ihm war. Ein Brautkleid? Ja. Ja. Brauchtest du auch irgendwann vielleicht? Denken Sie daran, dass Sie auf einer Hochzeit nie besser als die Braut aussehen sollten? Natürlich, deswegen mache ich mir auch die ganze Zeit Sorgen, deswegen will ich auch nicht sauber aussehen. Ansonsten, also wie gesagt, ich könnte mal nachfragen. Wenn Sie wollen, könnte ich da mal kurz nachfragen, ob die halt irgendwie vielleicht da irgendwie noch was von abgeben will. Einen Moment, ich schaue mir nochmal das Kleid an, Jash. Diese Birne muss endlich mal vor meinen Augen. Hier, Mr. Wollen Sie eine haben? Ich habe ein Lied kauft. Nee, danke. Dann schmeiße ich sie weg. Ja. Also, wie gesagt. Okay. Aber das ist auch nicht schlecht. Oh, sieht das nicht ein bisschen zu ober aus? Moment. Ja, doch. Ich finde, das passt nicht zu dir. Ja, irgendwie unten rum, ich sehe gerade unten rum, ist das so ein bisschen... Es muss doch schön, dass es sonst gibt. Aber was war das denn jetzt? Das gab es nicht in anderen Farben richtig. Nee, leider nur in der Farbe. Aber der Farbe passt es zu dir. Das stimmt. Also jetzt auch so, keine Ahnung, halt einfach mit, jetzt ohne die Hose, aber ansonsten halt irgendwie mit schwarzen Schuhen. Einfach Schweizer High ist. Passt, perfekt, reicht. Komplett. Das stimmt, das stimmt. Scheiße, warum habe ich sie alles so teuer? Ja, aber das könnte es natürlich sein. Wie kostet das? Ach, alles gut, ich glaube, ich kriege das noch hin. Ich wollte eh mal ein schönes Kleid haben, aber echt schade mit den Farben. Also wie gesagt, ich weiß, es gibt das Kleid in anderen Farben, aber bei der Boutique. Ja, das habe ich auch in diesem Zapfen da gesehen gehabt. Da habe ich es in pink und so gesehen. Pink, in rot, in weiß, in blau. Herr Skinner, nein, nehmt ihr das bitte wieder, wirklich. Kaufen Sie das vielleicht. Herr Skinner, wirklich, ich habe... Nein, ich habe vorhin gesagt, Sie können sich ein schönes Teil aussuchen und ich bezahle es. Bitte, Herr Renn. Herr Skinner, will ich mir ein schönes Teil aussuchen? Nein, Herr Skinner, sind Sie sich sicher? Ich möchte das, ich bin mir ganz sicher. Sind Sie Windows? Wollen Sie mich nochmal fragen? Aber Sie haben... Nein, aber Sie haben mich doch schon... Was machen Sie denn hier? Sie haben mir schon so viel gegeben, Herr Skinner, wirklich. Nein, behalten Sie es. Herr Skinner, wir sind alle sehr peinlich berührt hier gerade. Wir sind Sie nicht. Wir schauen nicht so. Ich habe ihn... Fangen Sie hier. Nein, du die. Es geht Ihnen ja nicht, ich bin verlobt. Warte, ich halte ihn für dich fest. Nein. Ach, du meintest, dass ich fangen. Ja, also da dachte ich jetzt natürlich, du meinst was ganz anderes. Ich habe aber noch Kraft. Ja, klar. Lady. Okay, ich störe, aber nicht lange. Okay, ich würde gerne das andere Kleid sehen. Im Suburban, oder? Mhm. Wäre das okay für alle? Ja, nein, ja. Wenn Sie nichts zugegen haben, komme ich mit. Okay. Sehr gerne. Direkt beim PD eins. Jetzt brauchen wir nur noch einen an. Genau. Achso, da ist es denn, oder? Ist das weit weg? Nö. Nö. Das ist eigentlich überhaupt nicht weit weg. Na gut. Dankeschön, Herr Skinner. Genug Sitzplätze haben Sie? Sehr gerne, Lady. Wir haben leider nur zwei Sitze. Sind Sie hier der Ladenverkäufer? Nein. Ich bin nur jemand, der eigentlich nur eine Krawatte wollte. Okay, haben Sie schon eine Krawatte? Nee, tatsächlich noch nicht. Dann fühlen Sie sich frei, eine Krawatte auszusuchen. Also, wie gesagt, seit ich gleich irgendwie mitnehmen soll, Was ist denn da los? Sagen Sie kurz Bescheid, mein Wagen steht draußen. Na ja, nein. Ja, da werden wir auch gucken. Da wollten Sie unterstützen, Mister. Ja. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Also, ich hatte eigentlich das heute Morgen auch wieder von der Hochzeit, aber mit einem grauen Anzug. Den habe ich leider im Moment nicht dabei. Ah, ich verstehe. Dann würde ich doch die graue Karierte nehmen. Graue Karierte hat tatsächlich nicht hier, ne? Also, das wäre dann halt ... Wenn Melody Stanz die eifersüchtig machen würde. Nein, ach komm, der hatte ... Das ist das richtige Irregal. Der hat schon so viel gerade eben. Da waren ja heute nicht so gut. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also, die hier halt rein theoretisch. Die passt ja. Würdest du nicht brauchen, ein Anzug zu nehmen? Ja. Ja, wunderbar. Ja, nehme ich die einfach. Die können Sie halt auch zum Schwarzen tragen, wenn Sie mal ein bisschen abwechsen und nach der Hochzeit passt dabei. So, na dann, wollen wir? Ja, machen wir. Abmarsch. Das habe ich so verstanden. Bitte? Gleich bei dem Suburban in der Nähe von 50. Genau. Gut, wen soll ich mitnehmen? Ich würde dann bei Ihnen mitkommen. Ja, alles klar. Dann abmarsch. Bis gleich. Okay. Das ist aber nett, dass Sie noch bei mir befanden. Ich dachte, Sie steigen jetzt auch da ein. Nein. Okay. Ich fühle mich hier am sichersten. Da. Ja, das Einsteigen muss ich aber nochmal üben. Ich muss einfach früh genug aufsperren. Das ist das Problem. Dann komme ich immer wieder mal auf den Knopf und sperre zu, in dem Moment, wo Sie einsteigen wollen. Nein, alles gut. Wissen Sie, bei uns in Kentucky waren die Autos meistens offen. Ja. Und es wurde tatsächlich auch wenig geklaut. Deswegen wäre ich das so gewohnt, wahrscheinlich. Okay. Vielen Dank, Kloffen, aber das hätten Sie wirklich nicht machen müssen. Was meinen Sie? Ich habe mir das Geld gegeben. Ja, Sie müssen hier stoppen, habe ich gelernt. Ja, habe ich hier auch noch gemacht, ja? Wie sind denn so die Hochzeiten hier in Osanbos? Kann ich Ihnen nicht sagen. Das Problem ist, dass es eine Hochzeit, die im Norden stattfindet und die ist sehr, sehr individuell auf Lien und Apache zugeschnitten. Also, ich bin selbst sehr gespannt. Oh, okay. Dann sehen wir uns ja morgen da. Ja, ich freue mich. Ja, ich mich auch. Na ja, er fährt erst mal entgegengesetzt. Du weißt bestimmt gar nicht, dass die Polizisten sind. Muss er ja auch nicht. Oh, mein Geschirr. So, Lady. Dankeschön, Herr Skidat. Das können wir das Parken immer nochmal. Melody einfach immer, Melody. Das ist genau, ich halte die Tür auf. Ah, das ist mal nett. Da habe ich mich schon mal remangiert. Ja. Also, in schwarz fand ich das Kleid jetzt zum Beispiel gar nicht schlecht. Das stimmt. Aber, wo ist es? Das ist kein Kleid, Erry. Ja, ich... Herr Skidat, ich brauche ein bisschen. Gibt es doch Kleider auch, oder? Ja, da sind sie. Das sieht ja scheiße aus. Das sieht auch was aus. Ich nenne sie dann Squaw. Bitte nicht, Herr Skidat. Guck mal, das ist doch zum Beispiel. Ach, das sieht gut aus. Ich fühle hier mal ein bisschen rum. Oh Gott, das sah ja auch toll aus. Und so. Und so. Aber sollst du nicht machen, weil weiß? Der weiß, das weiß. Ja, das dachte ich auch, gerade. Das ist auch schön. Aber ich brauche hier noch ein bisschen. Das ist auch hoch, halt. Ist relativ bei hinten. Das ist eher so mein Style. Ja. Mit meiner Farbe mein Style. Da steht ihm. Melody. Das ist auch hübsch. Hey. Nein, das andere fand ich schön. Das ist noch schön. Wow. Na ja, das ist... Hm. Oh Gott, das ist zu pink. Was sagst du? Ich auch. Oh, Geld. Hey. Auf mein Kleid. Oh, Entschuldigung. Das haben wir auch. Geben wir auf eine 80er Party, Leute. Oh Gott. Okay. Dann nimmst du das und dann nehme ich so ein Pink. Wenn es so ein Pink gibt. Dann gibst du ja dann Freude. Ah, das lieber nicht. Oder hätten wir wieder ein schwarzes? Das wäre voll ich. Aha. Das sind ja ganz schön viele hier. Also ich würde sagen, das mit dem schwarz und gold finde ich zum Beispiel gar nicht so übel. Wirklich? Hm. Das ist zu auffällig. Ja, das passt nicht so wirklich. Hm. Das ist schön, aber... Das wäre auch was für dich, von der Farbe her. Ja, aber das wäre halt auch, glaube ich, ein bisschen mit dem zu viel Weiß wahrscheinlich. Nee, das ist das, was ich anhab. Die Farbe wäre auch was für dich. Das sieht schön aus, ja. Petrol. Aber ist das ein anderes Kleid? Nee. Ja. Nein. Können sie dann. Also ich meine die... Ja, was ist das? Ach, da ist es ja. Also das finde ich super. Ja, aber auch mit meinen Haaren. Wird das hier nicht besser passen? Nee, also ich finde das andere tatsächlich mit ihren Haaren besser. Das hier? Das Petrol. Ja. Ja, das stimmt. Mit dem Gürtel finde ich das ganz schlimm. Mit dem in schwarz wirkst du blasser. Oh ja, stimmt. Okay. Ja, ich glaube, dass jedes dann auch... Ja, das ist richtig. Ich glaube, dass jedes dann auch... Es geht auch... Dann Arry greift zu. Wirklich? Ja. Okay, wenn sie das sagen, dann wird es bestimmt passen. So, ich habe tatsächlich sogar passende Schuhe. Ich habe blaue High Heats zu Hause. Okay. Also... Oh, verdammt, die habe ich gerade nicht im Hotel. Na, aber auf jeden Fall habe ich noch eine hier. Wo haben Sie die? Bei Eddie. Dann holen Sie die. Morgen. Der ist schlafen gegangen. Genau, ich will gerade sein. Der ist schlafen gegangen bei... Ja. Der hat den so geschlaucht. Ja. Frau Maxwell und Herr Apache. Ach, sie sind auch auf der Achtzeit vor dem Morgen eingeladen. Ach ja, stimmt sie ja auch. Sie haben es ja gerade erwähnt. Ja. Melody. Das sehen Sie. Entschuldigung, ich habe mich auch gar nicht vorgestellt. Sir Walker. Ah, hallo. Mr. Walker. Ariane Barnes. Ach, folgt mich, sie kennst du dann. Melody Hill. Skinder, ich grüße Sie. Vielleicht braucht Muskera ja auch eine Plus Eins. Vielleicht kannst du ihn ja morgen mal fragen. Wenn er überhaupt auf die Hochzeit geht. Ja, das ist auch noch. Skinder, wissen Sie, ob Herr Muskera morgen auf die Hochzeit geht? Weiß ich nicht. Ja. Okay. Er muss erst mal aus dem Stadt. Oh. Oh, so schlimm? Ich habe den nur vorhin beim Alice gesehen. Okay. Ja, da ging es ja dann gut los. Was ist das? Naja. Kommt immer drauf an, aus welchen Gründen man trinkt, oder? Ja. Aber wir haben alle gut. Sind sie eher so von der Seite von der Braut oder vom Beutiger? Ich gebe immer einen Verlobten hin. Ich bin tatsächlich eine Plus Eins. Ah, okay. Und Sie? Äh, von seit des Beutigams. Ah, okay. Aber ich kenne beide. Also mittlerweile auch schon sehr lange. Also Apache arbeitet auch bei uns. Von daher kennt man so ein bisschen über Arbeit. Und halt generell dann irgendwann auch, weil ich meine, man unterhält sich halt, wenn man irgendwie Autos reparieren lassen muss. Lassen Sie viele Autos reparieren? Was machen Sie beruflich? Ähm, ich bin Co-CEO von Lasantos Resources und jetzt seit gestern tatsächlich CEO von Roman Recycling. Oh, oh gut. Oh, ein guter Fragen, Melody. Ähm, Herr Skinner. Ja. Haben Sie morgen eine Plus Eins? Wie meinen Sie? Nein, habe ich nicht. Ach, Sie gehen alleine zur Hochzeit? Na, ich gehe zu meiner Ziehtochter, die heiratet. Und ich werde sie zurück da finden. Reicht das nicht? Ja, ich dachte, Sie haben vielleicht auch jemanden dabei. Hochzeiten sind ja so romantisch. Das stimmt. Aber, nein. Ja. Das war jetzt gerade auch irgendwie so ein bisschen eine awkwardere Stelle. Ja. Und ich weiß dann eh, was ich sagen soll. Minimal. Minimal? Minimal. Das macht ja nichts. Wir sehen uns ja trotzdem. Minimal. Den einzigen Weg, den ich dorthin verbringe, ist allein im Auto von zu Hause dorthin. Dort bin ich ja nicht allein. Ja, das stimmt. Sehen Sie. Ne, ich habe nur so gedacht, so... Ja. Ja. Dann sind wir alle schick. Das ist doch schön. Ich freue mich drauf. Und ich finde es ja schön, dass wir uns dann alle dort wiedersehen. Ja, auf jeden Fall. Also, keine Ahnung. Irgendwie im Moment ist tatsächlich so ein bisschen die Zeit des Heiratens. Irgendwie bin ich gefühlt jede zweite Woche irgendwie auf irgendeiner Hochzeit. Ja, Sie sagten, Frau Romano, der hat doch letzte Woche die Heirat. Das ist richtig. Genau, da war ich auch. Den habe ich angerufen. Den habe ich nur gratuliert. Ja, wie gesagt, der ist leider seit gestern in ein Flugzeug gestiegen und nach Manhattan zurückgeflogen. Aber er kommt wieder, oder? Na, wahrscheinlich erst mal auf längere Zeit und bestimmte Zeit nicht. Oh, hat die Familie außerhalb noch da. Wie mir die gekillert werden müssen. Ich versuche ja gar nicht mehr, die da irgendwie unterzubringen. Ich verstehe. Okay. Und? Ja, ja. Ja, ich... Melody, ich hätte dich auch so gerne da. Ich überlege gerade die ganze Zeit, aber Eddie musste auch anrufen und fragen, ob er überhaupt eine Plus Eins mitbringen darf. Es ruht. Ich habe es gerade durch die Blume hier versucht. Aber hat offensichtlich nicht funktioniert, weil es keiner verstanden hat. Also wenn sie mitkommen wollen, bin ich mir sicher, dass der Apache da auch kein Problem damit hat, wenn ich irgendwie noch den mitbringe. Ja, alles gut, alles gut. Melody überlegst du dir. Nee. Harry? Du, ich bin nicht so die Person, die auf fremde Hochzeiten geht. Auf fremde Hochzeiten fand man gut. Nein, Spaß, das ist wirklich das. Ganz blöder Spruch. Das ist ein ganz blöder Spruch. Das ist ein wirklich... Ich finde es halt extrem weird, auf eine Hochzeit zu gehen und du stehst da und sagst, den braucht man ja herzlichen Glückwunsch, auch wenn ihr mich kennt. Ja, herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Und wer bist du? Ich habe gehört, auf Hochzeiten kann man aber gut abschleppen. Ich dachte deswegen, vielleicht wird es sich dann doch interessiert. Ich meine, bei jemandem, dem halt irgendwie eine Autowerkstatt gehört, abschleppen, nicht schlecht. Wer weiß, wenn er aufkommt. Aber ich habe das Gefühl, morgen ist eh die ganze oder die halbe Stadt da. Ja, ich glaube aber auch tatsächlich. Ja, das wird bestimmt schön vor. Da wird es genügend Hochzeitscrasher geben. Das ist genau. Brauchen sie nicht vielleicht noch irgendwie, ich weiß nicht, entsteht vielleicht beim Esti oben ein bisschen mehr Müll. Brauchen sie irgendwie noch eine Müllabfuhr? Wissen Sie, der einzige Müll, der mich dort momentan belästigt, ist eine leere Propangasflasche. Ich schicke gerne jemanden vorbei und lasse es abholen. Ja, ich hätte immer noch die Tür gehofft. Okay, das muss ich mal prüfen, ob wir die so einfach rausnehmen können. Das ist eine leere alte Flasche. Ja, also wie gesagt, wir machen auch Gewahnstoffentsorgung, von daher alles gut. Okay, das ist mal gut zu wissen. Ansonsten stellen wir natürlich auch wieder andere braven Bürger die Tonnen schön immer raus auf die Straße. Ja, das ist doch richtig so. Genau, damit ihre Männer nicht zu hart anpacken müssen. Ja, katsch. Also wie gesagt, das ist jetzt, also es läuft so langsam wieder an. Es läuft halt weiter. Ich muss halt gucken, dass ich mich da einarbeite. Ich verstehe. Seit wann sind Sie denn dort? Seit gestern. Also wie gesagt, so ein bisschen Quereinsteiger. Also mit Führen von Geschäften kenne ich mich aus, aber halt. Ja, wie fällt man denn in so ein Geschäft rein? Ich habe die blauen Schuhe, aber ich habe ja noch die Schuhe. In denen man halt eigentlich, also ich kenne Herr Romano schon sehr lange. Achso. Ja, hat der nicht noch einen Bruder? Weiß ich tatsächlich gar nicht. Dann kann der das doch. Okay, naja. Also ich begleitze Sie auf jeden Fall zu dieser Stellung, aber das wird wahrscheinlich einfach dann die zwei Geschäfte zu schmeißen. Wir werden es sehen. Außerdem gute Mitarbeiter. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt. Also einen guten Mitarbeiter. Na, das ist doch fein. Dann ist das schon mal die halbe Miete. Nehmt Ihnen jede Menge Druck. Ach ja. Also, Sie arbeiten bei Mesti. Wo arbeiten die beiden Damen? Ja. Irgendwo. Wir suchen uns noch und bitten uns auf nicht. Ich verstehe schon. Sie stehen rum und verschönen an den Runden. Also DJ-Arbeiten mache ich nicht. Ja, leider noch nicht. Melodie. Doch. Ne, gebe ich momentan erstmal auf. Oh, schade. Mein DJ-Set ist nicht sonderlich geeignet. Ach, okay. Ich verstehe. Müsste einmal komplett umgearbeitet werden und das in Anspruch ein paar Stunden. Gleich Wochen. Schade. Ich glaube Influencer, die lassen uns Influencer werden. Wie der Harald. Ne. Ich meine, man muss offensichtlich dafür nicht gut aussehen. Haben Sie heute das Bild von diesem Harald? Ich glaube, der ist neu in der Stadt gesehen. Auf Venture. Tatsächlich nicht. Ich gucke nicht so besonders auf Auf Venture. Wie ist der Harald? Ich muss mal ganz kurz gucken. Moment. Das war super auffällig. Ich habe den Mann nämlich getroffen am Estee und es war, er ist sehr besonders und er ist sehr von sich selbst überzeugt. Sehr besonders finde ich eine sehr schöne Umschreibung. Ja. Wen meinen Sie doch? Ich gucke gerade. Ich, ja, ich verstehe. Okay. Bitte? Ich verstehe. Ne, alles gut. Na gut. Da. So. Harald Ecker. Oh Gott. Barry. Ja. Ja. Es ist genau. Oh, sind Sie doch nicht so groß. Was ist denn hier passiert? Es ist genau. Entschuldigung. Huch. Es ist ja. Was ist denn hier los? Oh, Entschuldigung. Das tut mir aber leid. Da war ich in Gedanken und da hat es plötzlich gesohrt. Entschuldigung. Dreh doch durch. Melody. Tut mir leid. Tut mir leid. Ja. Weißt du, Frau Collins hat das auch mal bei mir gemacht und war das halt ganz gut. Ja, okay. Ich habe mich heute auch schon geprügelt von daher. Ach, bitte. Zwischendurch muss man das machen, damit man nicht vergisst, wie sich das anfühlt. Damit konnte ich wenigstens. Er muss Kira und ein Lächeln ins Gesicht zahlen. Kurz im Moment, in dem ich den Kuckuck umgehauen habe. Da hätte ich auch gelächelt. Ich würde auch mal wieder sagen, nein, 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 ich habe nicht zugeschlagen, richtig. Nein, nein. Ich glaube, da hat aber bestimmt noch jemand Freude gehabt. Die ganze Bar, oder? Das ganze Pub. Wir sind extra auf den Parkplatz gegangen. Ach, schade. Wen hat es nochmal getroffen? Krum. Also, ich verweige an dieser Stelle meine Aussage. Ich werde dazu nichts sagen. War bestimmt ganz schniefelvoll. Total. Ja. Wie am Boden lag. Ein freundschaftlicher Klaps. Einmal links, einmal rechts. War wunderschön. Ja, das muss, das muss. Ein bisschen neidisch. Hier und da. Ich muss auch kugeln. Ja, aber ich weiß nicht, wir finden jemanden für dich. Ich habe heute gehört, ja, Malus arbeitet jetzt oben am MST, ne? Mit dem habe ich noch ein Sparring offen. Ein Sparring? Kannst du übrigens montags anmelden beim Boxen. Ach, stimmt. Das hat Frau Connens auch erzählt. Ja, montags ist Boxen. Das ist gut zu wissen. Dann kann ich an alten Hobby wieder nachgehen. Ja, aber Sie sind doch so durchtrainiert. Das ist aber dann gemein, wenn Sie da mitmachen. Also, ich will nicht Ihr Gegner sein. Naja. Wissen Sie, es kommt meistens auch gar nicht so auf die Muskelkraft an. Sondern die Technik und Geschwindigkeit. Oh, ja, sowas kann ich machen. Deswegen halte ich mich ja auch so. Naja. Aber Sie können einen schon richtig einen auf die Fresse hauen, oder? Ich mache es ungern, aber wenn es sein muss, dann muss es sein. Ich meine, um jemanden zu schützen, könnten Sie das bestimmt machen. Ohne zu zögern. Okay. Melodie, ist dir nicht kalt? Nein. Sagt Bescheid, wenn ihr kalt ist. Ist nicht. Ja, was machen Sie denn heute noch alle? Ach, ich werde jetzt auch mal eine feste Wohnung begeben. Ich werde Sie nach Hause bringen, Ladies, wie es sich gehört. Oh mein Gott, der ist so schlammert. Ich muss gleich mein Fahrrad. Oh, ja, stimmt. Ich bin ja in der Nähe. Sollen wir vielleicht zusammen hinlaufen? Ist das sehr weit? Nee, alles gut. Ich lasse ich nach Hause fahren und ich laufe zu meinem Fahrrad. Das ist ja mir ekel. Naja, aber so mitten in der Nacht, wir haben ein Ohr. Ich habe den Kunkum umgehauen. Wie viel war das? Ein Ohr 44? Okay. Das ist natürlich ein Punkt. Auch wieder wahr. Ich hoffe trotzdem. Kannst du denn irgendwie SMS-Kontakt halten, nur dass du angekommen bist beim Fahrrad? Ja, ich habe ihn so doll gehauen, dass er einen kleinen Cut in der Bange hat. Hat er? Wirklich? Mhm. Ich habe sie dann nochmal reingepiekt. Ich meine, ich tut das weh, nachdem er ein Pflaster dran hatte. Das finde ich gut. Wir wollten eigentlich so ein Einhorn-Pflaster draufkleben, aber wir wollten nicht. Oh. Spielverderber. Ja, ne? So ein Einhorn-Klitzers-Pflaster, das wäre so. Schon. Wundervoll. Ich habe gehört, das hat dann auch viel, viel besser. Ja, Einhorn-Glück und so. Ja. Glaubst du an sowas, ja? Ich glaube an vieles. Naja, ich lasse mir auch immer ein Einhorn-Pflaster vom Metal-Gl-Department geben, wenn ich mal eins brauche, was, naja, sehr selten ist. Rufen Sie mich an, ich mache sie dann drauf. Okay. Mit so ein bisschen Kentucky-Schamanen-Zauber dazu noch. Ah, der, Sie meinen den Freitikos. Den Freitikos, ja genau. Ich verstehe. Der wird rund. Ach, mir fehlt immer so ein bisschen Musik in solchen Läden. Der hat so eine leichte Wurz. Ja, hat so eine. Man nennt ihn auch den Knusper-Zauber. Ja, jetzt wird es aber ganz komisch hier. Nein. Kommst du da drauf? Der Schaf bildet sich wie von allein. Oh Gott. Also ich muss da mal mein Fahrrad holen. Ja, ich glaube, jetzt wird es auch nicht besser. Ja, ich muss da, Melody. Okay. Wir lösen das hier ganz normal. Passt mal alle auf euch auf. Ich glaube, ich fahre ja jetzt eben mit dem S-Gehör. Okay, Lady. Du bist dann schnell zum Fahrrad fahren. Nee, nee, alles gut. Okay. Nee, nee, alles gut. Das ist wirklich ein kurzer Sprung. Okay. Melody, sag Bescheid, wenn du am Fahrrad bist. Und schreib mir noch mal ein SMS für du zu Hause bist, ja. Ja, mach ich. Okay, danke schön. Sonst mach ich ja mich im echten Leben auf. Leute, die uns mal melden. Wir verabschieden uns erst draußen. Ja, machen wir. Sonst drauf geht's. Das ist feinlich. Ziemlich eng hier auch, ja. Das ist so feinlich, wenn man sich sagt Tschüss und dann geht man zusammen raus. Jetzt kommen sie. Dankeschön. 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 So jetzt, schönen Abend. Wir sehen uns. Wir hören uns. Wir schreiben uns. Pass auf dich auf. Mr. Walker, hat mich gefreut. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Weifels. Schon am Nachherskener. Howdy, Melody. Bis morgen. Ciao, ciao. Bis morgen. Tschüss. Vergessen Sie Ihren grauen Anzug. Nein, natürlich, natürlich nicht. Und die Krawatte natürlich nicht. Und die Krawatte natürlich. Okay. Dann wünsche ich euch beiden noch einen schönen Abend. Passen Sie auf sich auf. Dankeschön. Bis morgen, ne? Ciao, ciao. Ciao, die liebes Morgen. Bis morgen. Bist du mal lieb, dass Sie mich wieder nach Hause fahren? Ja, ich weiß auch, was sich gehört. Sie sind wirklich, wirklich sehr charmant. Das ist ein Teil meiner guten Erziehung von zu Hause. Wenn Sie meine Eltern kennenlernen würden. Außer mein Vater. Kommen Sie. Ich soll wahrscheinlich nicht weiterfragen, oder? Doch, können Sie. Was ist mit dem Vater? Naja. Er glaubt immer, er wäre so lustig. Ist er das nicht? Und dann ist es immer eher peinlich. Ach, sowas ist doch ganz gut immer. Okay, na dann. Dann ist es ja kein Problem. Naja. Gut. Ach, so geht's besser. Und hier ist es auch gar keine Huckel. Wollen Sie Huckel fahren? Nein, hier ist es genau. Okay. Alles gut. Sie wissen noch, wo mein Hotel ist? Aber natürlich. Nachdem ich es heute wieder... Nachdem ich heute dreimal im Kreis gefahren bin, leider ohne sie. Ich habe es gesucht. Ach ja, stimmt. Kann ich ja jetzt nochmal drüber im Kreis fahren. Doch, wenn Sie möchten. Oh. Oh. Hey. Das war aber... Da ist aber jemand mutig. Ach, das war einfach... Gutes Auge. Sie haben richtig gute Reflexe, Herr Skinder. Ja. Naja. Manche Dinge lassen im Alter noch nicht nach, so wie ich dachte. Herr Skinder hat mich gar nicht... Habe ich Sie letztens nach Ihrem Alter eigentlich gefragt? Hm, verzeihen Sie ganz kurz. Ähm, habe ich das? Das macht man doch eigentlich nicht. Einen Moment, bitte. Skinder. Ich war da eigentlich umgekehrt. Ah, das ist ja ganz furchtbar. Das darf nicht passieren. Müsste ich gleich, ich grüße Sie. Das wird auf der Hochzeit so unangenehm werden. Und ich mag es jetzt schon. Ich mag das. Nein, haben Sie nicht. Sie müssen sich nochmal gedulden, aber... Ariane darf jetzt aber erst mal das Skinder nicht mehr anrufen. Sie können gerne schon mal Bewerbungsverlagen vorbereiten, Mr. Clay. Aber es ist so großartig. Und ähm... Sie müssen dann entweder morgen oder... Das ist wirklich großartig, ne? Ich fand das... Ja, das ist das erste Mal, dass ich jetzt heute sowas hatte. Das sollte dann ein entsprechender... Ähm... Eine entsprechende Ausschreibung... Mit den zwei Betrugenden... Mit den Betrugenden... Mit den zwei Betrugenden... Mit den haltigen Grüßen. Die hat es so gut gemacht. Ich fand die ganze Situation in diesen Namen einfach so geil. Ich fand das so toll. Oh. Eine akkurate Bewerbung... Mal gehört. Ich denke, dazu muss ich ja nichts weiter erläutern. Anrufen. Die treffen sich ja morgen. Ja, aber ich meine es so mit der SMS. Ich kann gleich nur eine schreiben. Aber so random, einfach so wie heute, hätte ich eigentlich gestern Abend schreiben. Gerne, dann ist das gleiche. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Howdy. Oh, der arme Eddie hört auf. Ich hoffe, Eddie verarscht, Ariane. Entschuldige bitte. Alles gut, Herr Skinner. Die Arbeit wieder. Ja, manchmal ist es lästig. Dann haben Sie ja nie wirklich Feierabend. Doch. Wenn ich mein Handy ausschalte. Oh ja, das stimmt, ja. Wenn Sie ja anrufen, so viel zu wollen. Aber dafür, wenn Sie es anmachen, sehen Sie dann die ganzen verpassten Anrufe. Meinen Sie? Ich weiß ja, dann hat man direkt Schichtenlaune morgens. Sie fahren wieder eine große Runde. Ich wollte diesmal Ihnen einen tollen Parkplatz hier zeigen. Der aber auch gar nicht mehr so toll ist, wie er mal war. Der ist ein bisschen runtergekommen. Ja. Ja. Oh, Moment. Wenn du die schreibst. Aha. Ist sie gut angekommen? Ich bin beim Fahrrad, schreibt sie. Sie ist beim Fahrrad. Ja, sie sollte mir zweimal schreiben. Okay. Schade, da sind wir schon. Ach, das ist ja wirklich schade. So. Herr Heskiner, dann sehen wir uns ja morgen. Das war ein interessanter Tag heute. Das war ein wirklich interessanter Tag. Also es hat mir auch... Es war sehr amüsant. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Ja, mir auch. Und ich habe schon wieder was gesehen. Was haben Sie denn gesehen? Nein, ich meine natürlich, den Norden habe ich... Oh, Entschuldigung. Jetzt genau wurde ich jetzt nicht so nah. Kein Problem. Ja. Ich habe die Sehne geputzt. Ja, ich meinte, den Norden habe ich wieder gesehen. Ich kam ein bisschen weiter raus wieder. Es war schön. Ja, ich verstehe. So, also, nein, wie gesagt, ich möchte für meine Verhältnisse Ihnen sagen, es hat mir sehr gut gefallen. Da bin ich ja wieder froh, dass es der Rücken war. Ja. Ja. Ich hatte eh so einen Husten. Ach, viel, viel besser jetzt. Auch, das freut mich. Okay, Herr Skinner, dann kommen Sie gut nach Hause und wir sehen uns morgen. Ja. Schlafen Sie gut und... Sie auch. Ja. Erholen Sie sich. Mach ich. Vielen Dank und tschüss. Howdy, Lady. Verdammt. Ich bin... Was? Ich wollte eigentlich vor die Tür fahren. Jetzt habe ich mich aber erschrocken. Ich kann mir ja gar nichts mehr passieren. Sehen Sie, ich bin ja schon da. Okay. Sie warten noch. Sehr höflich. Oh, Vater, das ist ja so lustig. Es ist manchmal so awkward, weil wir beide nicht reden. Es ist so lustig einfach. Ja, es klingt echt manchmal so ein creepy Ding. Ich weiß nicht, aber ich muss mal gucken, wie das aussieht. Nochmal ganz in Ruhe. Warte. Und wenn ich echt morgen dann bei der Hochzeit bin, jetzt muss ich ja. Würde ich gerne noch etwas machen. Warte. Hotkey zuweisen. Nehmen wir mal die Fünf. Machen einfach das Wort so folgbar. Ich bin jetzt Skinner-Fan. Ihr Kleine... Ich will keine Wörter sagen. Was ist denn da? Ihr hüpft von einer Unterhose zur anderen. So, warte. Winkeln. Küken, gestikulieren. Boah, Ariane auf jeden Fall. Was ist denn? Klatschen da. Langsam klatschen. Klatschen. Mal langsam klatschen. Hm, nee. Ähm, warte. Boah, Champagner am Poppen ist voll geil. Ähm. Bin ich jetzt total klatschen? Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Frühmorgen. China ist mega hot. Ich glaube irgendwie, keine Ahnung, weißt du, die arme Ariane, ey. Mir tut's halt voll leid, weil, ähm, er sollte ja nicht online war und, äh, das jetzt auch alles in seinem Stream nicht da hat, irgendwie, keine Ahnung. Ding, ja. Und so witzig ist, dass es, das ist, dass es Ari heißt und er immer, und er immer noch Herr Skinner ist und gistig zuerst. Ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Oh, Herr Muskerer. Frau Muskerer. Äh, ja. Team Eddie, solange Ariane Team Eddie ist. Gott, ich hab wirklich der Verarschling, dass er so furchtbar ist, dass er so das Herz brechen für Ariane halt, weil sie so viel Scheiße erlebt hat. Oh Mann, ey. Und bei dem Jafar hab ich zu schnell gesagt, okay, ich glaube ihn, weil ich denk mir so, ey, warte mal, warte mal, warte mal. Aber es war, glaub ich, zu schnell, aber ich glaub, er hat's nicht gemerkt. Oh Mann, Ari und Larry, jetzt merk ich's erst. Ja, ich, ich hab überlegt gerade, ob ich auch den ersten Namen jetzt sage, aber hab's erst mal dann doch gelassen. Nicht weiter, der Stalkmelodie, boah, das ist so lustig einfach. Okay, warte. Das Kleid. Meine Schuhe hab ich ja jetzt hier. Das Kleid. Und guck mal, das ist übrigens Ariane. Uh, Ariane. Glas rein. Ah, es sieht schon ganz süß aus, ne? Ich frag mich auch, ob es einen Friseur gibt, wo jetzt nicht ein Charakter das irgendwie spielt, ne? Weil ich würde gerne mal so ein bisschen durchskippen. Ob es das hier gibt. Also mein Herz sagt mir, dass Eddie nicht verarscht. Und bitte kein Meta, ne? Ähm, ja. Ich hoffe es, ey. Das ist natürlich jetzt scheiß mit den... Jetzt muss Ariane morgen wieder den Eddie fragen. Weil der Jafar da jetzt ja was gesagt hat. Aber Ariane vertraut natürlich Jafar auch überhaupt gar nicht. Auch wenn sie es gesagt hat, die vertraut ihn überhaupt gar nicht. Ähm. Aber ich, ich werd das morgen alles erzählen. Alles. Skinny Daddy... Skinny Daddy bricht keine Herzen, der bricht... Hey, Moment. Ich hoffe, dass Ariane nicht verarscht ist. Das wär so... Ja. Ich kann's mir auch nicht vorstellen. Hm. Ähm... Ich glaub... Ich weiß nicht, wenn es so wär, was Ariane für Nutzen hätte. Deswegen, ich glaube es nicht. Frau Collins ist ja auch lieb. Sie sollen auch für mich alle Geld zu geben. Ich hab so ein schlechtes Gewissen. Ich will's halt so auch schaffen. Hier, ich brauch ne große Waffe. Ich hab überlegt, so ein Messer zu haben, wär eigentlich auch ganz cool aus. Wird halt gar nichts zu Ariane passen. So irgendwie, falls mal was ist. Ja. Ach so. Das ist ein bisschen schade, dass man das nicht so auswachsen kann. Upp. Ariane, hör mal. Durchtrainiert hier. Sneaker schwarz. Ach so, das ist ja kaputt zum Problem, weil ich denk schon, hä? So. Da. Ich hab's schon fast vermisst verstanden. Äh. Weiß nicht. Ich merke nur, dass ich immer weniger... Ich hatte nämlich... Ah, das ist so blöd, ey. Ich hatte, ähm, die... Dingens... Ich hatte einen Clip in meiner Timeline, deswegen wusste ich auch mit den... Der war aber nicht von der Pitaya. Aber ich wusste, als Melody heute meinte mit den gelben... Mit den gelben Pulli und den blonden Haaren, deswegen wusste ich auch... Ah, mh. Ah, okay. Das ist tatsächlich sie. Das war so lustig. Die hat das so gut gespielt. Die hat's so gut gemacht, einfach. Ich hab am liebsten mitgezogen. Das hat einfach... Die hat's so geil gemacht mit den Besoffenen, ey. Hm. Ja. Eben im Laden sehr unangenehm. Pitaya, da bist du ja! Oh! Das ist super! Ich hab nicht so deutlich mitgezogen. Das ist so gut. So ne gute Stimmung. Ich hab's so geliebt, einfach, ey. Und dann dieser erste Satz. Weißt du, Ariane wollte gerade loslegen. Dieser erste Satz. Okay, hat sich erledigt. Das ist so gut gewesen. Oh, Mann, ey. Mann. Und da ist mir wieder aufgefallen. Man vergisst tatsächlich auch wieder... Ach, weiß ich nicht, ey. Draußen zu sein oder mal Freunde zu treffen oder so. Einfach, dass immer einer besoffen ist und aus der Reihe fällt. Oh. Melodie? Danke, dass du mir zugehört hast. Gute Nacht. Oh, bin du zu Hause ankommen? Danke, dass du mir zugehört hast. Immer. Du kannst mir immer Bescheid sagen. Reiste nicht, dann los. Dauert nur leider immer manchmal so. Okay. Schlaf gut und bis die Tage... Bis... Bis, oder? Bis morgen oder bis die Tage. So. Trotzdem hat man ja nichts mehr... Der zeigt mir die Nachrichten hier oben nicht mehr an. Habt ihr gemerkt, ne? Hier muss ich auch... Danke für den... Schönen Abend. Nee, das mache ich nicht. Warte mal. Ich wette, es gibt noch andere Dinge im Norden. Aber das wäre wieder so eine Einladung. Das ist auch doof. Ähm... Wir sehen uns morgen auf der Hochzeit. Bin... Ich hatte ja auch das genau eingespeichert. Bin wirklich... Gespann. Äh... Bin wirklich... Ich schaue mal, bin wirklich gespannt. Das bin ich. Das ist auch egal. Aber heute hat es tatsächlich ein bisschen besser geklappt. Ja, ich habe tatsächlich gesagt. Äh... Tatsächlich... Meine Güte. Ich sage das wirklich oft, ne? Ähm... Besser geklappt als in den letzten Tagen. Vor allem, weil es so... So schön... Oh! Die Stimmung war so schön locker. Und, ähm... Ich habe jetzt auch nicht daran gedacht, das möglichst irgendwie perfekt zu machen oder so. Weil ich sage ja, ich weiß ja... Vitalia war heute aber super im Store. Richtig gut. Ähm... Weil, äh... Wie gesagt, wenn du mit Leuten so rumhängst, die halt schon voll die Erfahrung haben. Das war ja heute halt auch so. Aber... Dann, äh... Weiß ich... Dann habe ich mir noch zu viel nachgedacht. So, du... Hoffentlich machst du alles richtig. Auch wenn ich einfach nur so wie heute die ganze Zeit laber, 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 dann geht das schon viel besser. Jo, tatsächlich. Ja, scheiße, ey. Scheiße. Ja. Dann... Guck mal hier. Den Eddie schreiben. Puh, Eddie. Ja. Ich würde jetzt sowas... Ja, es ist genau, hat mich heute in die Richtung Norden gefahren. Ich habe nicht... Nämlich habe... Versucht mir... Ich habe versucht mir, äh... Etwas zum Verkleiden zu... Zu kaufen. Er hat mir noch ein... Ich schreibe das. Ein paar schöne Ecken gezeigt. Zeigt. Zeigt und dann... Ach, Janne muss halt ehrlich sein. Wenn das schon so ist, dann muss sie einfach auch ehrlich sein. Ich habe mir ein paar schöne Ecken gezeigt und dann sind wir... Warte mal, warte mal, warte mal. Warte, 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 warte. Ja, warte, 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 warte. To kaufen. haben leider nichts gefunden. So, er hat mir dann noch ein paar schöne Ecken gezeigt und dann sind wir zurück zur City und ich habe mir ein Kleid für die Hochzeit gekauft. Hast du denn schon was? Ansonsten könnten wir morgen zusammen shoppen gehen. So. Also nochmal im Ganzen. Huhu, Eddie, Herr Skinner hat mich heute Richtung Norden gefahren und ich habe versucht mir etwas zum Verkleiden zu kaufen. Haben leider nichts gefunden. Er hat mir dann noch ein paar schöne Ecken gezeigt und dann sind wir zurück zur City und ich habe mir ein Kleid für die Hochzeit gekauft. Hast du denn schon was? Ansonsten könnten wir morgen zusammen shoppen gehen. Ja. Ist immer ein Tagebuch. Ja, ich schreibe leider immer so viel. Ja, also es flirtet aber schon ganz schön. Also das ist ja ja und Ariane geht leider auch echt viel drauf ein. Obwohl, ich bin eigentlich ganz also wenn man es so nimmt, bin ich eigentlich ganz unschuldig. Nein, so fängt es an. Habe aber trotzdem den Eddie erwähnt. Ich werde doch ein bisschen mehr machen sollen. Ja. Äh, ja. Nein, gar nicht. Das war so mega. Ist doch lustig. Natürlich, das EP ist super lustig, ey. Aber ich denke mir die ganze Zeit so oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ah. Aber Ariane ist halt sie ist mir tatsächlich jetzt viel, viel weniger naiv als vorher. Also viel zu unnaiv. Ähm. Sie war ja sonst immer leichtgläubig, aber sie hat jetzt auch beim Jafar heute. Oh, das hätte ich vielleicht noch schreiben sollen. Das erzähle ich Eddie da morgen. Ähm. Das erzähle ich Eddie morgen. Den Mittelfinger, aber ich fähre dich mal vor mich auch, ey. Dankeschön für den Tipp mit dem Handy übrigens, ne. Es gibt Dynamik zwischen den beiden. Ach was, das geht nur doch nicht. Das ist einfach so. Ja, ne. Mal gucken, wer Melody mit in den Norden fährt. Mal gucken, was dann passiert. Arsch. Eddie und Ariane werden bei Joker und Harley Quinn von Los Santos. Äh. Ja. Hm. Beim MP kommt es darauf an, darauf an, was man draus macht. Ja. Es war schon sehr, sehr witzig gerade, ey. Wieder mal. Das Roleplayer. Oh Gott. Melody hat gerade geschrieben, ist gut zu Hause angekommen. Aber Iara hat sich verändert. Nicht vergessen. Ja, Ariane, du... Sag mal, du hast dich verändert. Was? Ja. Penis? Nein. Gott. Ist doch ein Date heute. Haha. Ja, ja. Sache ist, jetzt kann Ariane aber auch nicht mehr meckern, wenn das Gegenteilige passiert. Scheiße, Ariane. Dankeschön, du hast uns da reingeritten, ey. Ich glaube, Ariane wird trotzdem eifersüchtig sein. So, vor der Arschloch-Move einfach. Ariane macht gerade eine super Charakterentwicklung in Durchfindung. Äh, Charakterentwicklung durch, finde ich klasse. Es ist so krass. Es ist so krass einfach. Das wollte ich alles gar nicht. Oh je. Ariane ist verlobt. Ähm, wenn, wenn Eddie jetzt mit, ähm, das gleiche mit einer Dame machen würde, kann Ariane halt nichts, äh, sagen. Was, ja, dann sagt sie, äh, scheiße, ich bin eifersüchtig, was sie sicherlich machen wird. Aber kann er sagen, ja, du warst ja auch mit dem Skin und dann... Ja. Vorhin hat er ein Raid, nein, ich weiß, jetzt war ich wirklich voll konzentriert. Entschuldigung, wer war's denn? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, ja, der Piersicherer war hier, guck mal da. Team Schaltknüppel, stimmst du dich auf den Knüppel ab, oh Gott. Hm, 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 hm. Ach ja, der muss eigentlich von dem Einfersatztyp fahren, wenn es jetzt, also, äh, wir haben gerade gesehen, Peter, ja, und gerade loslegen, ey, äh, dass sie das ja sehr wohl kann, obwohl sie weiß, dass sie auch kein Unschuldsengel ist. Mary, ach so, oh, vielen, vielen Dank für den Raid, Entschuldigung, 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 vielen, vielen Dank. Oh, wir machen jetzt gleich noch ein bisschen Talk. Mal hatte Ariane nicht ein Kleid gefunden. Ja, stimmt, das wollte ich nochmal... Das hatte ich gerade anprobiert, ne, das sah ganz cool aus, also mit den hohen Schuhen dann. Ja. Ich glaube, die Hochzeit, wir wollen ja ein bisschen unangenehm werden. Ich will aber auch nicht, Herr Skinner jetzt irgendwie bei, jetzt sag ich sogar hier, ähm, quasi beim, beim Eddie so in die Pfanne hauen, weil dann wird es ja, glaube ich, zwischen den beiden auch nicht geil werden. Und, ach Gott, das ist alles, das wird, äh, ist schön, freut mich, dass es heute so, doch so abwechslungsreich war. Ne, Skinner hat Ariane auf den Rücken gehauen. Auf den Rücken. Bei Mama, der hat sie einfach so doch ausgelassen. Gott, das tut mir so unendlich leid, ne. Ja, aber mal ganz im Ernst, ne, zweimal, und ja, wir haben zusammen gekocht, so, So wie ja, Neverland-Wrench, keine Ahnung. So, irgendwie, ja, war irgendwie strange. Also, natürlich jetzt nicht für mich, aber so, ne, ich glaube, jeder würde da so reagieren. Was? Und wir zu einer richtigen Soap. Ja, ja, das wird es, ja. Trotzdem Ariane finde ich das nicht gut. Hör auf damit jetzt. So, achso, ich hatte ja noch eine Nachricht gekriegt. Ähm, es war mir eine Ehre, von Herr Skinner, es war mir eine Ehre, mit Ihnen den Abend verbracht zu haben zu dürfen, Ari. Oh Gott, das war ja auch noch so. Schlafen Sie gut, das wird morgen bestimmt sehr fröhlich. Howdy Lady. Das ist auch ein bisschen schwer. Also, er weiß schon genau, was er schreiben muss. Ariane wollte, ich meine, der ist ein bewusstes Team bei der Polizei, so, ne, ist der Sheriff. Kommt die alte Ariane wieder zum Vorschein. Ariane, wir wollten uns ändern, also du, also ich mit ihr zusammen halt, ne. Also, nicht ich jetzt als Person, ihr wisst schon, ne. Wir wollten es doch eigentlich ändern. Schwierig, schwierig. Ich sehe hier so viel Team Skinner, ich finde das so gemein, muss ich sagen. Also, ja, ja, auch, ne, aber das ist halt trotzdem, das ist so gemein. Ne. Ne. Aber ich möchte trotzdem, das ist absolut keine Entschuldigung, aber Ariane wird halt so oft belohnt. Und, ja. Das ist auch gemein. Wenn Eddie das merken sollte, gibt's halt zwei Möglichkeiten. Das könnte vielleicht auch noch interessant werden. Ich weiß nicht, wie der da reagieren würde. Aber es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sagt er, tschüss, oder er fährt nochmal richtig auf und macht dann wirklich so, und ist dann halt auch super ehrlich und macht dann irgendwas, dass Ariane den überhaupt wieder vertrauen kann. weil es ist halt gerade angeknackt. Und vielleicht merkt er jetzt so, oh scheiße, die könnte mir ja dann doch, äh, flügge werden. Das, da frage ich mich echt, wie er reagieren würde. Und ob er das überhaupt merkt, was da gerade, ja. Weil war alles jetzt nicht so geil hier. Eddie hat so viel Charme Team Eddie. Eddie tut mir alles, damit Arane glücklich ist. Eddie Eifelzütti wird auch interessant. Ja. Ja. Was Pitalia tut du noch außer für Carsten? Boah, ich weiß immer noch, dass ich den Charakter da gesehen habe. Ne? Ich habe mir das ja angeguckt. Ich hätte die absolut nicht erkannt. So krass. Team Ariane, ich will, dass sie glücklich ist. Da hast du viel Kacke erlebt hier. Das tut mir voll leid einfach. Vielleicht hänge ich auch so an ihr. Keine Ahnung. Ich würde weinen und verzweifeln. Eddie gibt sich so viel Mühe. Ja, aber der lügt auch Ariane halt immer an. Jetzt, guck mal, das Blöde ist halt, ich habe es halt von, von, von weiter weiß erfahren. Ich sollte es von allen erfahren, aber wirklich nicht von dem. Ähm, dann, jetzt das mit Melody heute. Und dann kam Jafar ja auch noch und hat jetzt auch noch gesagt, hier, äh, und Jafar ist halt, äh, ja, will sie mir auch alles Eddie sagen. Ja, ich vermisse sie auch. April ist auch ein Bomben-Char. Glaube, von der hättest du auch Angst. Von du her. Oh mein Gott, geh weg! Nein, ich habe das Gespräch im Auto so geliebt einfach. Ich habe es so geliebt. Aber das gerade habe ich einfach, das war so schön. Das war wirklich schön. Besoffen kannst du echt gut spielen. Also wirklich, es war so dieses lustige Besoffen. Dieses, ey, komm, lass mal Party machen. So, super sympathisch, ey. Ist nicht echt gut. Hm. Naja. Ich bin, äh, ich finde es seltsam, die sind verlobt und nehmen sich nicht mal in den Arm weg, irgendwie Freundschaft. Das, das ist ja der Charakter von ihnen. Das macht der Charakter von ihnen nicht. Die haben sich ja geküsst. Beide können sich nicht immer drehen. Das war so lustig. Ohne Scheiß, es war nichts abgesprochen. Überhaupt gar nichts. Es war nichts abgesprochen. Und ich habe ja gedacht, okay, scheiße, was ist das mit dem Küsstding? Dann geht das wahrscheinlich die ganze Zeit weiter. sagst, du hast einen Filmriss gehabt und erinnerst dich nicht mehr an was. Und wer war das? War das Melody? Mit irgendjemand hatte ich darüber geredet und irgendjemand meinte, oh komisch, ey, die hat das gleiche gesagt. Ach, perfekt, ey. Schön. Wunderbar. Pandoria und so, ich bin, ne, 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 ne. Wirklich verlobt? Naja, die waren noch nicht mal zusammen. Doch. Ey, guck mal, der Verlobung war schon sehr süß. Da, guck mal. Ne? Oh, ich sollte vielleicht, soll ich das mitnehmen? Vor allem den Pullover weg. Das war schon sehr süß. Und als ob ich vor versammelter Mannschaft da nein sag, also, ich hätte es auch nicht gemacht, denke ich. Äh, die Verkleidung übrigens, ne, wäre, werden die Sachen hier. Und das bleibt dann erstmal so. Ich finde, zwischen Skinner und Ariane funkt es mehr, als zwischen Eddie und Ariane. Ja, deswegen mal gucken, ne. Mal gucken. Wie gesagt, entweder sagt Eddie, äh, nee, äh, weg damit. Oder er sagt, oder, oder er merkt vielleicht langsam, dass das alles so ein bisschen, ihr dürft immer noch nicht vergessen, ich bin Neuling. Ich lasse mich einfach jetzt davon treiben, von dem, was hier gerade passiert. Also mal gucken. Nein! Sebo. Es tut mir so leid, ne. Hallo? Hallo? Sebo, ich vertraue dir voll, ey. Ich vertraue dir richtig. Vielen Dank für den Raid. Dankeschön. Vielen Dank. Ähm. Also, muss ich schon sagen, eine Chemie zwischen Arane und Eddie Nem ist schon extrem da. Äh, also das kann man nicht leugnen. Ja, natürlich. Sind beide ein bisschen schön. Sind beide ein bisschen schön. Natürlich passt das. Er ist leider zu unreif und unschuldig für eine echte Beziehung. Ja, die alle sagen ja, der Arane, boah, er hat sich so, was, haha, was, was, was hat er geschrieben? Warte. Moment. Hat er geschrieben, haha, ich lasse dich da liegen, Alter. Ich war auch so, ja, dann lasse ich dich da liegen. Bitte. Schön, ey. So. Ja, jeder sagt Arane halt, boah, der ist richtig zum Mann geworden, der wird ja immer erwachsener und sowas alles. Und natürlich denkt man sich, oh, ist das wegen mir. Aber, äh, ja. Ja. Mal gucken. Ich, ich find's sehr schade. Und, ähm, ich will auch nicht ein, äh, ich will auch nicht ein, äh, ja, lauf mir, lauf mir hier nach oder sowas alles machen. Aber ich find's natürlich schon interessant, wenn das merken würde, irgendwie. Und dann, ich, 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 ein paar Gedanken machen würde. Ja. Die Ariane gibt es quasi sowieso nicht hier. Also das hat sich ja, also erst mal müsste ich ja nicht wirklich jeden Bummen. Ja, also die Date Ariane, Ariane kann es dir nicht geben. Ich würde wirklich alles und jeden hier bumsen. Ähm, ich leg dich da wieder ab. Ja. Ähm, die Ariane hat sich jetzt hier halt komplett so einen eigenständigen Charakter entwickelt. Naja, wenn das bei den Boys nicht darf, kann Ariane ja immer noch weiter. Nein, wirklich, solche Witze sind aber, ich find die tatsächlich ekelhaft. Das ist mein Bruder, das ist widerlich. Nicht machen, bitte. Ähm, Missy L, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Dankeschön. Äh, Dreichtsbeziehung mit Collins und Eddie. Ach ja, die hab ich heute verpasst. Salat-RP-Sexy. Was? Pitaya? Was? Was? Ich muss nur in alte Folgen von dir und Herr Carsten da reingucken. Was war da immer los? Wer nix heute noch vor der, äh, die, die, ey, das war so, das war grad wirklich sehr lustig. Wie kannst du die Mietschule vom Hotel begleichen? Ich hab, äh, ich hoffe, es ist richtig, ich hab bei meinem Konto auf, äh, Miete gedruckt. Da hatte ich mich auf Miete gedruckt. vielleicht will ich jetzt mal gucken. Das müsst ihr ja eigentlich, äh, ja, ich weiß, zum bestimmten Zeitpunkt bucht es glaub ich ab. Mal gucken. Ja. Okay, ich log mich mal hier aus.